Eine Eigenschaft, mit der ich mich viel beschäftige, ist Narzissmus. Einmal ist es ja schon paradox, dass Personen, die narzisstisch sind, dass die bewundert werden wollen von anderen, aber gleichzeitig sich gar nicht so sehr für andere interessieren. Es gibt ja ganz viele Negativbeispiele für Narzissen. Trump, Putin. Narzissen, das Gefühl haben, kritisiert zu werden, reagieren sie stärker als andere mit Ärger. Beim Kennenlernen, sowohl wenn man potenzielle Freunde kennenlernt, aber auch im Dating-Kontext sieht man, dass Narzissen häufig erfolgreicher sind, besser ankommen. Es gibt ganz viele Theorien, die so sagen, okay, woher kommt eigentlich Narzissmus? Das sind immer die Eltern schon. Das sind immer die Eltern. Häufig mit dieser Idee, okay, da sind irgendwelche Traumata passiert. Da hatte ich auch jemanden hier, der so getwickt hat ein bisschen. Der Herr Postel. Ah ja, ja. Freunde, willkommen zu einer neuen Folge Podcast. Heute ist Prof. Dr. Mitya Back zu Gast. Heute geht es um das Thema Narzissmus. Und ich glaube, jeder von uns kennt Insta und generell so auf Social Media, glaube ich, ist Narzissmus gleichgesetzt sofort mit etwas unfassbar Negativen, einer Krankheit, einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung. Das sind Menschen, die andere Leute ausnutzen, die nur quasi in ihrem eigenen Interesse handeln. Mityas Fachgebiete sind der Narzissmus und die Persönlichkeitspsychologie. Das heißt, das sind sehr, sehr interessante Fachgebiete. Wenn ich immer mal gefragt habe, okay, wie setzt die Persönlichkeit eines Menschen zusammen, wenn wir heute darüber sprechen, wie ein Psychologe Persönlichkeit misst, welche Unterschiede es da gibt und wie sich Psychologen Persönlichkeiten vorstellen. Das ist wirklich ein super, super spannendes Thema. Eins meiner Lieblingsthemen tatsächlich. Und er wird heute eine ganz andere Perspektive auf den Narzissmus geben. Wir kennen die Perspektive von Narzissmus. Narzissen sind selbstgefällige Arschlöcher, die nur nach ihrem eigenen Arsch schauen und uns allen Schaden auf dem Weg dahin über Leichen gehen. Und dann sagt er aber auch heute in diesem Podcast, warum es auch gut sein kann, einen gewissen Anteil an Narzissmus in der Persönlichkeit zu haben. Nicht in seiner krankhaften Ausprägung, sondern er erzählt auch darüber, wie viele Menschen es gibt, die wir vielleicht feiern, toll finden, die aber auch wahrscheinlich irgendwo narzisstisch sind. Also wir werden heute eine komplett, sag ich mal, unterrepräsentierte Perspektive zum Thema Narzissmus bekommen von einem Profi, der dazu auch noch ein Buch geschrieben hat, falls euch das Thema tiefer interessiert. Ich würde sagen, ich halte die Fresse und wir starten jetzt mit diesem Podcast, der sehr interessant geworden ist. Freunde, bevor der Podcast losgeht, geht auf Ula Kala. Wir haben so viele neue Sachen rausgebracht. Allein diesen Monat haben wir vier, fünf neue Kollektionen gebracht. Wir haben neue Fleece-Kollektionen gebracht mit verschiedenen Colorways. Wir haben neue Teddy-Jacken rausgebracht. Wir haben mit Alien Intel eine richtig geile Kollektion mit den neuen Jeans, mit Fleece-Half-Zips, mit neuen Hoodies, Shirts, die wir rausgebracht haben, Beanies. Wir haben nochmal fünf, sechs neue Card-Holder in Farben rausgebracht. Neue Unterhosen, die wir jetzt fast ein Jahr entwickelt haben. Ich weiß, klingt so Unterhosen, what the fuck. Geht einfach in den Shop, guckt euch die Sachen an. Und ich bin mir sicher, da ist irgendwas dabei, was euch auch gefällt. Und vielen Dank für den Support bis hin. Wenn ihr auch immer informiert sein wollt über die neuesten Sachen, die kommen, auch die besten und auch mal den ein oder anderen Gutschein abgreifen wollt, unten in der Beschreibung ist ein Link, wie ihr in den WhatsApp-Kanal beitreten könnt. Da kriegt ihr alle Infos vor allen anderen und auch die Infos, die sonst keiner kriegt. Deswegen lohnt es sich, in die Gruppe reinzukommen. Viel Spaß mit dem Podcast. Vielen Dank für den Support dieses Jahr. Es ist sehr, sehr krass. Ihr seht, es ist Endspurt. Wir geben nochmal richtig Vollgas. Aber jetzt erstmal viel Spaß mit dem Podcast. Und ich bin gespannt, was ihr zu den neuen Sachen im Shop sagt. Ich bin ja ins Office gekommen und war dein Buch auf einmal da. Und dann stand da quasi, wie war der Name des Buches? Ich, die Kraft des Narzissmus. Genau, da war so dieses Ich groß drauf. Und dann habe ich so kurz so gedacht, da waren halt die Office-Damen und so. Das war im Raum, wo wir Finanzen, Office-Management und so haben. Und ich war dann so, ich habe mich so selber dabei so ertappt, dass ich so dachte, ey, das ist irgendwie, das klingt so, als wäre das irgendwie so ein Selbsthilfebuch für Narzissten. Als wäre ich halt so, als wäre ich selber so Narzisst. Und dann habe ich so, es ist mir so kurz durch den Kopf gegangen. Ich habe nur dieses Cover gesehen. Dann habe ich mich gefragt, warum assoziiere ich damit so etwas Schlechtes? Ja, ich wurde zweimal abgezogen von Narzissten, die dann wirklich so selbstgefällig waren. Der eine wollte, dass man Goldstatuen von ihm baut. Da habe ich mir irgendwann gesagt, scheiße, ich habe mich ja selber ausnutzen lassen. Und dann habe ich gesehen, auch so auf Social Media und Co. Narzissmus ist ja gleichgesetzt mit einer Beleidigung. Aber wie es so oft ist, ist es ja ein bisschen komplizierter. Und Narzissmus ist eher eine Art Dimmschalter. Das ist ja auch eine Persönlichkeitseigenschaft, die jeder von uns irgendwo hat. Und ab einem gewissen Punkt ist ja wie mit so einer Chemikalie, wenn wir als Menschen mit anderen Menschen in Interaktion treten, dann wird es irgendwie problematisch. Und du hast auf jeden Fall so ein bisschen diesen Gedankengang in mir ausgelöst, wo ich so sehr bei mir erkannt habe, wie ich durch diesen Gedanken von Narzissmus ist was super Schlechtes, dass halt ein psychologischer Begriff gleichgesetzt worden ist mit einer Beleidigung. Und da habe ich mir gedacht, oh scheiße, man, da steckt auf jeden Fall was viel Tieferes dahinter, als ich denke. Und jetzt bin ich gespannt, mehr darüber zu lernen. Ja, ich freue mich auf das Gespräch. Ja, also auf jeden Fall habe ich so die gleiche Erfahrung gemacht, dass eigentlich dieser Begriff, mit dem ich mich in der Wissenschaft beschäftigt habe, irgendwie als Persönlichkeitseigenschaft, wenn ich den irgendwie im öffentlichen Diskurs mitbekommen habe oder gerade auf Social Media, dass es wirklich so ein Schimpfwort ist. Und das hat irgendwie so mehrere Funktionen. Also man kann so ein Thema damit erledigen einfach, weil man sagt, jemand ist ein Narzisst. Und damit ist ja eigentlich schon die Schuldfrage, egal um was es geht. Ob jetzt man irgendwie einen Streit hatte, ob eine Beziehung auseinandergebrochen ist. Dann hat man im Prinzip mit so einem Begriff gleich einen Schuldigen gefunden und das Thema irgendwie erledigt. So habe ich das viel mitbekommen. Und dann auch so ganz viele weitere Begriffe, die man so kennt, die damit irgendwie einhergehen. So toxische Beziehungen, Gaslighting, diese ganzen Geschichten. Toxische Beziehungen? Ja, und das war so... So Totschlagwörter. Genau, ich meine, man muss ja, das ist immer ein schmaler Grad, man muss da aufpassen, weil es gibt ja toxische Beziehungen. Also wenn ich den Begriff jetzt ernst nehme, giftige Beziehungen, also Beziehungen, wo Leute ausgenutzt werden oder sogar missbraucht werden, die gibt es ja. Aber irgendwie war mein Gefühl schon so, dass die Häufigkeit, mit der wir diese Begriffe verwenden, irgendwie wahrscheinlich nicht dem entspricht, wie es tatsächlich ist. Und deswegen auch so das Gefühl, okay, wir haben es hier irgendwie mit Kampfbegriffen zu tun und Begriffe irgendwie so total wenig assoziiert sind mit dem, was wir in der Forschung da machen. Und das fand ich erst mal spannend. Und das war so auch mit einem Grund, warum ich gesagt habe, okay, schreib es doch mal so auf, das, was wir jetzt in der Forschung kennengelernt haben, darüber, dass es ja auch Menschen, die jetzt nicht mehr aus der Wissenschaft sind, irgendwie nachvollziehen können und so ein bisschen an diesem Bild, was es so momentan zum Narzissmus gibt, da so ein bisschen zu drehen. Das hat ja bei dir aber vorher angefangen. Du bist ja quasi, du hast Psychologie studiert, dann hast du promoviert und bist quasi Professor geworden. Und du hast ja Persönlichkeitspsychologie sehr viel gemacht. Genau. Wie kam es dazu? Das ist so ein geiles Feld. Erklär mal vielleicht, was das ist, weil viele Leute wissen das gar nicht. Ich glaube aber, dass sehr, sehr viele Leute eigentlich... Erzähl, das ist einfach ein geiles Thema. Also, naja, Persönlichkeit ist ja auch ein Begriff, mit dem wir irgendwie im Alltag umgehen. Also, ich finde es ein total spannendes Feld. Das ist so mein Feld, nämlich ich bewege schon immer. Und es geht eigentlich um Unterschiede zwischen Menschen im Erleben und Verhalten. Bei der Psychologie geht es ja generell darum, zu erklären, zu verstehen, vorhersagen zu können, zu beschreiben, wie wir erleben und verhalten. Und Persönlichkeitspsychologie ist eigentlich nochmal einfach so ein bestimmter Blick auf die Psychologie, nämlich die Beobachtung. Naja, es gibt nicht nur so allgemeine Regeln, wie wir wahrnehmen, wie wir Emotionen empfinden, wann wir uns wie verhalten, sondern Menschen unterscheiden sich eben darin, wie sie das tun. Und die Persönlichkeitspsychologie ist die Wissenschaft von diesen Unterschieden. Von diesen Unterschieden im Erleben und Verhalten. Und häufig ist es so, dass man irgendwie denkt, okay, Persönlichkeit, das sind nur irgendwie so Fragebögen, mit denen man Big Five misst. Das sind so diese klassischen Eigenschaften. Können wir vielleicht auch gleich noch klären, was das ist. Aber eigentlich ist es viel breiter. Es geht wirklich darum, wie unterscheiden sich Menschen in all dem, was sie tun, was sie denken, was sie fühlen, was sie anstreben im Leben. Und das ist irgendwie was, was mich von Anfang an irgendwie fasziniert hat. Und vor allen Dingen so in Kombination mit so sozialen Beziehungen. Also einmal, weil wir in so sozialen Beziehungen das am deutlichsten sehen, diese Unterschiede. Menschen kommen unterschiedlich an, reagieren ganz anders auf andere, stehen mehr oder weniger im Vordergrund, fühlen sich mehr oder weniger schnell beleidigt. Also Persönlichkeit zeigt sich extrem viel in solchen sozialen Kontexten. Und man kann sich auch die Frage stellen, wie entwickelt sich überhaupt Persönlichkeit? Und da gibt es auch wieder diese Rückwirkung. Je nachdem, mit wem ich irgendwie zusammen bin, welche sozialen Erfahrungen ich gemacht habe, das kann eben wieder rückwirken darauf, wie ich irgendwie werde als Mensch mit meiner Persönlichkeit. Ja, und das finde ich einfach ein total spannendes Feld. Was sind da so, sage ich mal, unerschütterliche Grundsätze, die du gelernt hast, wo du sagst, hey, weil in der Psychologie, glaube ich, ist ja immer so ganz spannend, so ein schmaler Grat zwischen, entdecke ich da gerade wirklich etwas Neues, womit ich so eine Art, wie sagt man, Vorhersagekraft habe? Weil das ist ja wirklich sehr komplex. Also Persönlichkeit, du hast ja super viele Interaktionen mit verschiedenen Sachen, also mit deinem Umfeld, du hast Interaktionen mit deinen Genen, du hast dann, je älter du wirst, gibt es ja verschiedene Persönlichkeitsmerkmale, wo die Merkmalsausprägung auch stärker wird, zum Beispiel sowas wie Ordentlichkeit wird ja im Laufe des Lebens, steigt es an. Dann gibt es ja mittlerweile Interaktionen mit Drogen zum Beispiel, wenn du psychedelische Drogen nimmst, dann hast du teilweise so eine Standardabweichung höher in Offenheit oder so. Also das ist ja super spannend, so wie formbar auf der einen Seite Persönlichkeit ist und auf der anderen Seite, wie stabil sie auch ist. Total, ja. Genau, und so würde man es tatsächlich auch dieser Eigenschaften irgendwie definieren. Das sind irgendwie, man sagt immer, mittelfristig stabil. Das ist ja schon ein bisschen ein unbefriedigender Begriff, was heißt jetzt mittelfristig stabil. Aber das bezeichnet schon den Fakt, dass Persönlichkeit ist jetzt nichts, was sich jetzt wirklich von einer Woche auf die andere total auf den Kopf stellt, sondern es ist schon etwas, was Menschen besonders macht, also individuelle Besonderheiten. Und das ist immer in Relation zu anderen. Also wir haben nicht so absolute Marker für Persönlichkeit, dass man sagen kann, in einem irgendwie sozialen Vakuum können wir jetzt sagen, diese Person ist so. Sondern wenn wir sagen, jemand ist extrovertiert, dann sagen wir das, weil wir meinen, extrovertierter als andere, die ich so kenne. Das heißt immer im Vergleich zu anderen. Und dann ist wirklich eine der spannendsten Fragen, so diese Entwicklungsfrage, wo kommt das eigentlich her? Und da haben wir eben beides. Also eine hohe Stabilität und das wird, glaube ich, häufig unterschätzt. Also in der Öffentlichkeit haben wir schon ein häufiges Gefühl, wir müssen an unserer Persönlichkeit schrauben und dann machen wir mal so ein Soft-Skill-Wochenendseminar und dann optimieren wir unsere Persönlichkeit. Gleichzeitig, das ist schon unrealistisch. Also weil Persönlichkeit, wir wissen, dass es schon über Jahre und zum Teil Jahrzehnte wirklich eine hohe Stabilität gibt in dieser individuellen Besonderheit. Das heißt, im Vergleich zu anderen Personen, die in jungen Jahren extrovertierter sind, sind das auch eher im höheren Alter. Gleichzeitig sehen wir, dass es sich über das Alter durchaus verändert. Du hast eben ein Beispiel genannt. Man wird im jungen Erwachsenenalter ordentlicher, gewissenhafter. Häufig hat es auch so zu tun mit irgendwie ersten Berufen, die man machen muss oder Verantwortung übernehmen im Studium oder was auch immer. Dadurch, dass Personen irgendwie gewissenhafter, ordentlicher werden. Personen werden so ein bisschen emotional stabiler, auch ein bisschen verträglicher, hilfsbereiter im jungen Erwachsenenalter. Wenn man älter wird, wird man ein bisschen weniger offen für neue Erfahrungen. Also es gibt so ein paar irgendwie typische Veränderungen im Lebenslauf. Aber in allen Altersphasen haben wir eben eine ganze Bandbreite über die Person hinweg. Also auch unter den älteren Leuten gibt es Leute, die mega offen sind, andere, die sehr engstirnig sind, wie bei jungen Menschen auch. Also das bedeutet, wenn ich jetzt, vielleicht um das greifbar zu machen, das Erste ist, welches Persönlichkeitsmodell würdest du so nehmen? Also was sind, wenn du jetzt die Persönlichkeit von Milliarden von Menschen nimmst und die runterbrichst und runterbrichst und runterbrichst und runterbrichst, was ist das, was übrig bleibt? Ja, also das Gangster-Modell, um es wirklich ganz extrem einzudampfen, ist dieses Big-Five-Modell. Da geht man von fünf übergreifenden Persönlichkeitsfaktoren aus, auf denen sich alle Menschen unterscheiden. Also jeder Mensch hat auf jeden dieser Faktoren irgendeinen Score. Also wie mit der Körpergröße muss man sich hier diese Eigenschaften vorstellen. Niemand kann von sich sagen, die Körpergröße, das betrifft mich nicht. Sondern wir haben irgendeinen Score und so haben wir auf jeder dieser... Wir sind messbar quasi in einer Hinsicht. Genau, und wie so ein Regler kann man sich das vorstellen. Das gibt es von sehr wenig ausgeprägt bis sehr stark ausgeprägt. Also nicht ja, nein, sondern immer so wie so ein Regler. Dann haben wir einmal Neurotizismus oder emotional Instabilität, nennt man das manchmal auch. Also so Unterschiede darin, wie ängstlich man ist, auch wie depressiv man ist, wie stressanfällig man ist. Unterschiede darin, also ein bisschen auch das, wie man zu negativen Gefühlen, Gefühlsschwankungen neigt. Da gibt es eben Menschen, die da eher sehr stressanfällig sind und andere, die extrem robust sind. Das ist so eine ganz entscheidende Eigenschaft. Dann haben wir Extraversion, also Unterschiede darin, wie sehr Menschen soziale Reize aufsuchen, die genießen, optimistisch sind, auch so durchsetzungsfähig sind. Das wäre so der Bereich Extrovertiertheit. Und da gibt es eben auch Personen, die eher introvertiert sind, die weniger gerne mit anderen Menschen zu tun haben, die eher lieber für sich alleine sind. Das Dritte wäre Offenheit für neue Erfahrungen. Und damit ist nicht so Offenheit gemeint, wie wir das im allgemeinen Sprachgebrauch nutzen. Wenn wir sagen, jemand ist offen, dann meinen wir eher extrovertiert. Da geht viel auf andere zu. Sondern damit ist eher so eine kognitive, mentale Offenheit gemeint. Also irgendwie Interesse für viele unterschiedliche Ideen. Begeisterungsfähigkeit. Ja, unterschiedliche Tätigkeiten auch. Auch so Kreativität fällt so ein bisschen damit rein. Und da wäre auch der andere Pol dann eher so ein bisschen engstirniger, bodenständiger zu sein. Das, was man schon immer gemacht hat, tun wollen. Dann Verträglichkeit. Das ist so ein bisschen ein Unterschied in allem, was Menschen nett oder weniger nett macht. Also Hilfsbereitschaft, Wärme, so ein bisschen Bescheidenheit auch versus eher Arroganz, Egoismus. Konfrontativ sein. Ja, konfrontativ sein. So was. Genau, die letzte Eigenschaft, Gewissenhaftigkeit. Da geht es vor allen Dingen so um die eigene Selbstkontrolle, Zielorientiertheit. Wie planerisch gehe ich vor? Auch wie ordentlich bin ich? Also ein bisschen die eigenen spontanen Impulse kontrollieren können zum Zwecke einer späteren Zielerreichung. Versus Personen, die eher so ein bisschen chaotisch sind und in den Tag rein leben. Das sind so fünf Faktoren, mit denen man es auf so einer ganz allgemeinen, groben Ebene ganz gut beschreiben kann. Ich finde es eine ganz coole Übung, das mal so für sich und für andere, die man so kennt, durchzugehen. Da kann man schon ziemlich viel greifen an den Unterschieden. Wie ist es bei dir, wenn man jetzt durchgeht? Wenn man jetzt durchgeht? Also ich würde sagen, relativ stabil. Wobei das, also immer wenn man sich über sich selbst nachdenkt, dann fängt man an zu differenzieren. Das ist ganz interessant. Es gibt sicherlich Bereiche, wo ich... Bei anderen nicht, bei sich selbst schon. Ja, genau. Also wenn ich so über... Es gibt so Bereiche, wo ich sage, da bin ich ein bisschen neurotischer als in anderen Bereichen. Also wenn es so darum geht... Das ist interessant, ja. Eigene Kinder beispielsweise, aufzupassen, dass da alles in Ordnung ist und nichts passiert oder so, da bin ich deutlich neurotischer, als wenn es irgendwie um Stress mir gegenüber geht. Also da muss man natürlich immer gucken. Das ist nicht immer gleich. Man kann auch solche Unterschiede geben. Extravertierter würde ich sagen, so mittel. Also ich bin niemand, der irgendwie immer live of the party ist, aber jetzt auch nicht super zurückhaltend. Also das ist wirklich eher so im mittleren Bereich. Ich würde mich schon als relativ offen interessiert für unterschiedliche Sachen sehen. Gut, das ist auch Teil des Jobs, ne? Ja, gut auch. Da gibt es Unterschiede, ne? Echt? Ja. Okay, krass. Aber es stimmt schon. Also Personen, die jetzt im wissenschaftlichen Kontext sind, sind im Mittel schon so ein bisschen verschoben. Das sehe ich auch bei den Psychostudierenden. Ich mache immer auch so Big Five Umfragen dann und da sieht man schon, okay, die Verteilung ist schon ein bisschen in Richtung Offenheit. Verträglichkeit auch eher so mittel. Ja? Also glaube ich schon. Dann fällt heute die Maske. Bis jetzt ist alles sehr gut. Ne, also ich glaube schon, dass ich so von meiner Einstellung schon so sehr prosozial bin irgendwie. Aber ich kann auch biestig werden, wenn jemand biestig zu mir ist. Okay, verstehe. Das glaube ich schon. Gewissenhaft ja schon eher. Also ja, schon relativ. Ist auch Teil des Jobs. Ja, auch Teil des Jobs. Da wird man aussortiert, wenn man so nicht ist. Ein bisschen, ne? Also man kann natürlich da auch, also es gibt auch chaotische Leute und es ist auch gut so, dass es so ist. Und ich glaube, der Wissenschaftsbereich ist einer, den ich gerade deswegen spannend finde, weil er noch so viel Platz für unterschiedliche Persönlichkeiten bietet. Ich finde das eigentlich für die Wissenschaft total wichtig, dass wir nicht nur so super straighte und auch sozial super angepasste Personen haben. Weil Wissenschaft heißt ja auch immer, ja, neue Sachen nachzugehen, neue Ideen haben, wo andere sagen, das ist Bullshit. Und trotzdem zu sagen, nee, 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 auch wenn ihr jetzt denkt, das ist Bullshit, nee, nee, ich glaube, da ist was dran. Und dazu gehört ja auch noch bestimmte Persönlichkeitsstrukturen, dass man dann... Sehr, sehr hartes Risiko faltet, ne? Ja, genau. Und ich glaube, da gibt es einfach, ist zumindest ein Job, wo man mit vielen unterschiedlichen Persönlichkeiten noch so seine Nische irgendwie finden kann. und du sagst, Persönlichkeit misst man quasi nicht, also ist relativ nicht, wie jetzt zum Beispiel ich ein Körpergewicht oder eine Körpergröße habe, sagst du zum Beispiel, also mit den Perzentilen, du hast 100 Leute beispielsweise und bist du jetzt statistisch gesehen extrovertierter als, wie beim Prinz Markus Beispiel, als 99 Prozent der anderen Leute oder als 99 der anderen Leute und dann bist du quasi der Extrovertierteste und so weiter. Genau, ich meine, das sieht man ja, wenn man so in unterschiedliche Kulturen zum Teil geht, also das können jetzt Subkulturen innerhalb eines Landes sein oder andere Kulturen, aber wenn man sich immer mit so einer eigenen Gruppe vergleicht, dann hat man so ein Bild von sich, wie man ist. Und wenn man in einer Gruppe ist, die im Vergleich zu anderen eher relativ zurückhaltend ist, man ist so mittel-extrovertiert, dann wird man von der Gruppe immer als die extrovertierte Person gesehen. Aber dann bist du auf einmal... Aber dann komme ich in eine andere Gruppe und da ist es dann vielleicht anders. Das ist krass. Hast du so kulturelle Unterschiede mal untersucht von? Also, dass du quasi... Im Endeffekt sagst du sozusagen, ey, du nimmst jetzt einen Persönlichkeitstest und den wendest du quasi auf eine Million Leute an und sagst, es gibt eine deutsche Persönlichkeit und das nennen wir Kultur. Ja, also es gibt so Studien, auch wirklich mit Millionen von Menschen über unterschiedliche Kulturen. Da kommt es immer so ein bisschen darauf an, wie man das misst. Weil wenn ich das per Fragebogen messe und die Leute geben von sich an, wie sie sind, dann ist ja schon in der Beantwortung dieser Vergleich mit der Population mit drin. Ich vergleiche mich ja schon so mit den anderen Menschen. Ah, das ist schon genormt wieder. Das ist schon genormt, dann kann ich es wieder schlecht vergleichen. Es gibt eine ganz interessante Studie zur Extraversion, wo sie US-Amerikaner und Mexikaner verglichen haben. Und da gibt es so ein Stereotyp, dass irgendwie Mexikaner im Mittel extravertierter sind als US-Amerikaner. Und jetzt hat man sich immer gewundert, wenn man diese Fragebögen ausgefüllt hat, findet man keinen Unterschied. Wahrscheinlich genau wegen dieser Referenz, dieser anderen Amerikaner vergleichen sich mit Amerikanern, Mexikanern und Mexikanern. Und dann gibt es eine interessante Studie, ein Kollege Matthias Mehl hat das gemacht, die haben so eine Technik, dass sie früher mit einem extra Gerät, heute einfach mit dem Smartphone, im Alltag so Sound-Snippets aufnehmen. Also immer zu zufälligen Zeitpunkten einfach Ton aufnehmen, im Alltag von Menschen. Und dann damit das dann kodieren und gucken, wie viel haben die Leute gesprochen und so weiter. Und wenn man das macht, dann sieht man den erwarteten Unterschied, nämlich dass Mexikaner extrovertierter agieren als US-Amerikaner. Krass. Das fand ich ganz, ganz spannend. Dickes Dankeschön geht raus an AG1, die diesen Podcast hier sponsern. AG1 ist ein Supplement, in dem quasi sehr viele, also Mikronährstoffe drin sind, von Vitaminen, Mineralstoffen, Adaptogenen, also ganz, ganz viele in dieser Packung. Und die haut ihr euch morgens einmal rein. Und dann wisst ihr, okay, ihr habt schon mal etwas Gutes getan für euren Körper. Und zwar benutze ich das Ganze schon ziemlich lange, muss ich sagen, war am Anfang auch sehr skeptisch, habe aber mit der Zeit gesehen, dass vor allem jetzt so in den letzten zwei, drei Jahren, dadurch, dass mein Leben ein bisschen, sage ich mal, ich beschäftigter geworden bin und ich jetzt manchmal auch gut und gerne Frühstück skippe, ist für mich so ein kleines tägliches Ritual geworden, morgens direkt mir in AG1 reinzuknallen. Heißt, ich habe jetzt hier diesen schönen, ihr seht, auch Benutzten, ich habe extra den Benutzten, meine Freundin hat gesagt, der ist aber ein bisschen, ich habe gesagt, hier, damit man auch wirklich sieht, dass ich das benutze. Wenn halt mal der Tag nicht so perfekt läuft, weiß ich zumindest, okay, ich habe jetzt hier ein Minimum für mich schon getan und ich muss sagen, dass mir das echt schon sehr viel geholfen hat, weil ich habe manchmal turbulente Tage, wissen alle, wie das ist, man nimmt sich einiges vor und dann kriegt man es halt nicht hin oder ja, morgen ernähre ich mich besser, da esse ich weniger Scheiße und dann einfach so eine Habit zu haben, morgens las Wasser, ein AG1 reinzuknallen, hat für mich echt einen großen Unterschied gemacht. Falls ihr das Ganze ausprobieren möchtet, kriegt ihr bei eurer ersten Bestellung auch noch einen Jahresvorrat für Vitamin D3 und K2 und fünf Travel Packs. Vor allem der Jahresvorrat für Vitamin D3 und K2 ist jetzt dadurch, dass die kälteren Tage kommen, Gold wert, weil eben diese, ich nenne es mal, Winterdepressionen, die kommen durch zu wenig Sonnenlicht, direkt darauf zurückzuführen sind, dass wir zu wenig Vitamin D in unserem Körper haben. Das können wir kompensieren mit dem Vitamin D3. 80 bis 90 Prozent der Deutschen haben einen Vitamin D-Mangel im Winter. Deswegen macht Sinn, sich das mal anzugucken. Das kriegt ihr gratis und top auf die Bestellung. Die könnt ihr jeden Monat ohne irgendwie Vertragslaufzeit kündigen. Also ihr seid super flexibel, könnt das Ganze ausprobieren und einfach mal sehen, ob es für euch auch den Unterschied macht, den es für mich macht. Vielen Dank an AG1. Link ist unten in der Beschreibung. Da könnt ihr AG1 auschecken und auf dem Link kriegt ihr dann gratis noch die fünf Travel Packs und das Vitamin D3 und K2 obendrauf. Das ist ja auch ein Problem, also was ich mich immer gefragt habe, ist in der Messbarkeit von dem Ganzen, ist es beruht ja erstmal auf einer Selbsteinschätzung. Wenn ich es bei Selbsteinschätzung messe. Oder du zum Beispiel, der jetzt mich misst, nachdem du mich kennst. Genau. Also ich finde immer bei Persönlichkeit ist eben nicht nur unser Selbstkonzept. Ja, klar. Sondern das ist, wie wir handeln auch. Und das ist auch unsere Reputation, also wie wir bei anderen ankommen. Und das kann man dann optimalerweise auch eben die Messung übertragen. Dass wir eben nicht nur Selbstbeschreibung per Fragebogen erheben, sondern auch Fremdbeschreibung von anderen einholen, von Freunden, Bekannten beispielsweise. Und auch, dass wir Verhalten messen. Also echtes Verhalten messen. Das heißt, dass wir Menschen in Situationen bringen. Wie gerade eben bei den Mexikanern und Amerikanern. Das zum Beispiel. Oder auch so, ich meine, wenn ich messen will, wie stressanfällig Menschen sind. Also in dem Bereich Neurotizismus. Könnte ja sein, bei einem Personalauswahlgespräch ist das was, das will ich rausfinden. Weil ich sage, für den Job brauche ich Leute, die irgendwie resistent sind. Da würde ich wahrscheinlich auch nicht nur einen Fragebogen einsetzen und sagen, sag mal, wie stressresistent du bist. Überhaupt nicht. Überhaupt nicht, genau. So was muss ich machen. Ich muss eine Situation schaffen, in der Stress da ist und muss gucken, wie reagiert die Person. Und genauso kann man das machen, wird es wissenschaftlich auch gemacht, wenn man bei ganz vielen Eigenschaften versucht, Situationen zu schaffen, die Unterschiede in diesen Eigenschaften anregen. Also beispielsweise Stress schaffen oder eine Person haben, die leidet, zu schauen, wie sehr hilft man dieser Person. Eine soziale Situation schaffen, gucken, wie sehr nimmt die Person das wahr und versuchen da irgendwie zu interagieren und dann wirklich auf dieser Verhaltensebene eine Persönlichkeit zu erfassen. Gibt es da so standardisierte Tests, wo du quasi sagst, du hast eine Testbatterie für Persönlichkeit, die du auf Verhaltensbasis testet, wie eine Art Spielbatterie oder so? Ja, also es gibt Sachen, die wir immer wieder einsetzen, aber es gibt noch nicht so wirklich normierte Verhaltenstestbatterien. Das ist was, was eigentlich total wichtig wäre. Das wäre geil. Es gibt so ein paar Settings, die wir immer wieder einsetzen, so in diesen Stresssituationen, das funktioniert super gut. Aber das wäre genau ein Ansatz, da mehr über standardisierte Verhaltensmessungen, ja, besser an das ranzukommen, was Personen tatsächlich im Verhalten unterscheidet und nicht nur in dem, was sie über sich denken oder was andere über sie denken. Weil das ist das, was ich glaube immer so, es gibt ja so IQ-Tests, sind ja so das Maß aller Dinge in der Psychologie, weil die so robust sind, so eine starke prognostische Fähigkeit haben von über Gesundheit, Joberfolg, bla, bla, bla. Also du kannst ja super viel, jetzt nicht super viel und alles, aber du kannst ja echt starke Aussagen treffen über von IQ auf den weiteren Lebenslauf von den Menschenhandeln. Ja, es gibt keine Messung, mit der man mehr vorhersagen könnte in der Psychologie als mit IQ-Tests. Und ich frage mich halt, ob das auch damit zusammenhängt, es ist ja im Endeffekt eine Art Verhaltensspiel, es ist wie ein Rätselspiel, wo du halt das Verhalten testest und nicht die Selbsteinschätzung. Wenn ich jetzt Leute fragen würde, wie intelligent bist du, dann ist ja nicht das Maß IQ-Scheiße, sondern wie es Test ist, beschissen. Ja, interessanterweise ist es ja so, dass wenn man, es gibt ja auch diesen Bereich emotionale Intelligenz oder so, da gibt es genau solche Tests, die im Prinzip fragen, ey, wie gut kannst du die Gefühle anderer nachvollziehen? Ey, voll gut! Ja, wie muss ich... Das ist halt genauso Quatsch, ne? Also sobald ich, sobald es um Fähigkeiten geht, kann ich keine, keine Selbstanschätzung erheben. Genau, muss ich die Fähigkeit testen, nicht die... Genau. Und das, das wäre vielleicht spannend, weil ich habe schon echt das Gefühl, das Gefühl, ich bin jetzt hier Hobby-Psychologe, dass man aber mit so... Also ich muss sagen, für mich so diese Persönlichkeitspsychologie, Persönlichkeitspsychologie hat mir zum Beispiel für meine Empathie eine echt starke Basis gegeben. Jetzt, wie gesagt, gut kenne ich nur das Big Five, nicht die wahrscheinlich Dutzend anderen Modelle, die es noch gibt, aber so mal zu sehen, oh, ich zum Beispiel bin, was Ängstlichkeit angeht, bei Neurotizismus bin ich, was bin ich, 74. Perzentile, bin quasi so Antizipationsmäßig, mache mir überdurchschnittlich viel Sorgen, bin aber super robust, was so diese, wenn jetzt wirklich eine Scheiße passiert, dann bin ich so, ja, ist okay. Bin dann aber auf der anderen Seite extrovertiert, bin ich so semi, auch irgendwie 70. Aber ich bin selbstsicher. Und dann hast du dort so paradoxe Interaktionen, wo ich so verstehe, ah, also ich habe dann, bin vielleicht gerne alleine, bin dosiert gerne mit Menschen, das macht Spaß, jenes macht Spaß, dann sowas mit der Offenheit. Also das hilft schon echt enorm, muss ich sagen, sich selber irgendwo zu verstehen, aber auch andere Leute zu verstehen. Weil ich dann zum Beispiel verstehe, wenn jemand super ordentlich ist und er dann halt sagt, ey, den stresst das dann halt, wenn das nicht da liegt, wo es ist. Und mir zum Beispiel ist das halt scheißegal. Ist echt eine gute Basis für Empathie. Und ich glaube, dass das so in den, ich sage mal, anstatt Horoskope zu lesen, glaube ich, sollte das so ein Horoskoper-Satz sein, dann könnten Leute mal ein bisschen. Ja, ja, ich meine, Persönlichkeitstests gibt es ja viele. Es gibt auch so im Berufsbereich unglaublich viele, also so Myers-Briggs-Test und sowas. Ist der? Der ist in der Praxis super, es ist ein Millionengeschäft wirklich. Ja, aber wissenschaftlich? Das ist Quatsch. Ja, aber ich höre das immer. Ich habe immer den Big-Five-Test gemacht, dann haben die Leute zu mir gesagt, ja, nee, mach doch Myers-Briggs-Test. Und ich war so, warum? Nee, das ist wirklich Quatsch. Also, ich meine, jeder Test, der in irgendeiner Form Fragen über dich stellt, wird irgendwie auch wahre Sachen erfassen. Das ist ja, ich meine, das ist ja das Selbstkonzept von Menschen. Genau, aber der erfasst bestimmte Sachen gar nicht, erfasst sie nicht wirklich zuverlässig und hat auch dieses Typenkonzept, was eigentlich relativ hinfällig ist. Also, dass wir wirklich Personen in Schubladen stecken, in Kategorien stecken. In 16. Ja, in 16 immerhin. Und dann wirklich ist ja die Idee, okay, so ist man und wenn man in dieser Schublade ist, dann weiß man genau, so funktioniert die Person, so passt die mit anderen zusammen, für diese Art von Job ist es richtig. Und das ist Quatsch. Das ist wirklich Quatsch. Und es ist, glaube ich, auch ein schwieriges, eigentlich Menschenbild, wenn man sich so in Richtung Persönlichkeitsentwicklung Gedanken macht. Weil die Vorstellung, ich nehme jemanden aus einer Schublade raus und stecke diese Person in eine andere Schublade, ist ja deutlich aufwendiger, als wenn ich diese Vorstellung habe, okay, ich habe einen Regler, der ist nun mal bewegbar. Und wir alle sind ja auch nie auf dem einen auf dem einen Score, sondern wenn wir jetzt so etwas wie Selbstwert nachdenken, wenn wir in einer Situation sind, wo wir irgendwie mitten in einer sozialen Gruppe sind, irgendwie Leute sind nett zu uns, dann fühlen wir uns besser. Und wenn wir irgendwie am Rand stehen und nicht so genau wissen, was machen wir jetzt hier gerade, dann fühlen wir uns weniger gut. Das heißt, wir schwanken ja auch von Situation zu Situation in unserer Persönlichkeit. Und haben eben alle so ein typisches Level, auf dem wir uns bewegen, von dem aus wir schwanken. Und dieses Level ist auch, übers Leben hinaus ist das variierbar und kann sich entwickeln. Und ich finde, das ist eine sinnvollere Sicht auf Persönlichkeit, als zu sagen, okay, was ist meine Schublade, in der ich stecke und wo ich dann sagen kann, so bin ich halt, so funktioniere ich. Das ist auch voll trist irgendwie, weil ich weiß nicht, jetzt nur, wenn ich die Mathematik von so einem Big Five angucke, dann hast du ja kombinatorisch so viele Möglichkeiten, also es gibt dann so viele Schubladen schon, dass du sagst, okay, das ist schon echt nicht mehr, nicht mehr so wirklich darstellbar. Gibt es einen Test, wo du sagst, der ist besser als der Big Five oder der ist quasi unter euch Wissenschaftlern, was ist so das, was das Maß aller Dinge oder ist das Kontext abhängig? Ja, also, wenn man jetzt wirklich einfach nur so Schrotflintenartig einmal breit messen will, dann ist es schon irgendeine Big Five Variante. Andere präferieren lieber das Hexakomodell, das sind irgendwie sechs Faktoren, da wird noch so ein bisschen Was sagst du? Ehrlichkeit, Bescheidenheit, Honesty, Humility, ist so und das dadurch werden aber auch die anderen Faktoren so ein bisschen verändert in der Bedeutung, also ein bisschen anderes System, aber fast im Prinzip jetzt einen ähnlichen Raum an Eigenschaften. Aber das ist schon so, was man jetzt verwenden würde und da gibt es verschiedene Testverfahren jeweils, die mehr oder mehr lang und kurz sind. Das kann man auf jeden Fall machen. Ich glaube, was ich wichtig finde, ist, dass Persönlichkeit nicht einfach nur das ist, sondern das ist ja eigentlich eine Sortierung von so Alltagsbegriffen, die wir über uns und über andere Menschen haben und eine möglichst sparsame Sortierung. Ja. Aber ich habe vorhin gesagt, Persönlichkeit sind Unterschiede in allem, in allen psychologischen Erlebens- und Verhaltensweisen. Das heißt, man kann auch spezifischer darüber nachdenken, man kann darüber nachdenken, was sind eigentlich Motive, die Menschen haben? Also, was streben sie an? Und darin sich die Unterschiede angucken. Und das kann... Der Test nicht. Das kann der Test nicht erfassen. Naja, man kann auch solche Fragen stellen, aber es ist komplizierter zu erfassen, aber es ist auch spezifischer. Also, da gibt es dann so Dimensionen, will man eher persönlich vorankommen oder mit anderen zurechtkommen? Das hat natürlich mit dem Big Five zu tun, mit Verträglichkeit, mit Extraversion, aber es ist nochmal eine spezifischere Dimension. Oder strebe ich nach Sicherheit oder strebe ich nach Erlebnissen neuen, beispielsweise. Also, was Personen anstreben. Und das halt zu trennen davon, was Personen wirklich tun in Situationen und wie sie auch so das Leben bewerten. So Wertvorstellungen beispielsweise. Auch die haben viel mit Offenheit zu tun. Also, ob ich denke, man sollte im Leben irgendwie möglichst Neues, viel Neues erleben oder eher Traditionen aufrechterhalten. Also, so viel Wertvorstellungen. Ich glaube, je nachdem, was einen interessiert, kann man auf ganz viele spezifische Eigenschaften dann nochmal schauen. Was sind für dich Eigenschaften, die isoliert nochmal interessant sind, weil du sagst, da gibt es vielleicht irgendwie eine Aussage, die man treffen kann auf die Zukunft oder die super wichtig ist für die Person? Ja, ich meine, eine Eigenschaft, mit der ich mich viel beschäftige, ist Narzissmus. Das ist eine, die ich besonders interessant finde. Weil... Wäre das Extraversion sozusagen? Ist das eine Komponente davon? Oder... Naja, nicht eine Komponente von Extraversion. Wenn man es mit dem Big Five vergleicht, dann wäre es, wenn es extravertierte, unverträgliche. Ah, okay. Ja, ja, doch. Ich verstehe, ich verstehe. Wenn man es hat, aber es hat auch nochmal eigene Komponenten, also eine bestimmte Art der Motivation, so ein starkes Statusstreben, was damit, was damit verbunden ist, diese Grandiositätsvorstellung. Und das hat ganz interessante, paradoxe Effekte, was ich sehr spannend finde bei der Eigenschaft. Erzähl, was für paradoxe Effekte? Naja, also einmal ist es ja schon paradox, dass Personen, die narzisstisch sind, dass die bewundert werden wollen von anderen, aber gleichzeitig sich gar nicht so sehr für andere interessieren. Das ist ja erstmal eine paradoxe Situation. Ich will bewundert werden von Menschen, die mich gar nicht besonders interessieren. Können Sie, das ist eine Frage, die ich mir stelle, weil ich habe, ich habe mit Leuten, wo ich, ich gehe wirklich nicht leichtfertig mit dem Begriff um, wo ich aber wirklich vor Fakt durch jahrelang mit denen zu tun zu haben, das wahrscheinlich, also, ich sagen würde, die sind safe narzisstisch, habe ich so echtes Gefühl, die können, also die können das gar nicht. Also die haben das nicht gelernt, mit anderen Menschen umzugehen. Also so ein bisschen clumsy, es ist so irgendwie, manchmal sieht man auch vielleicht, dass die das wollen, aber ich konnte nie connecten mit denen. Also es ist echt schwierig, es ist ein bisschen wie so ein Elefant im Porzellanladen, was sowas angeht. Weiß ich, ich kann es nicht gut erklären, aber... Ja, ich meine, das ist immer so die Frage, also was wir auf jeden Fall sehen, ist, dass Narzissten weniger nett, verträglich, hilfsbereit, interessiert an anderen, mit anderen Menschen umgehen. Das ist erstmal so, was wir im Verhalten sehen. Dann ist ja die Frage, wollen die nicht oder können die nicht? Okay. Und was wir auf jeden Fall wissen, sie wollen es weniger, sind weniger motiviert dazu und das hat erstmal ganz einfach mit so einem ganz normalen Trade-off zu tun, mit so einem Spannungsfeld zwischen dem Vorankommen und dem Zurechtkommen. Und das ist erstmal eine ganz normale Sache, weil wir alle wollen irgendwie persönlich vorankommen im Leben, wir alle wollen auch irgendwie zurechtkommen mit anderen Menschen, das sind erstmal so menschliche Grundmotive. Das Spannende ist aber jetzt, dass wir das beides nicht gleichzeitig optimieren können, also nicht gleichzeitig optimieren. Wenn wir alles aufs Vorankommen setzen, dann werden wir Abstriche machen müssen im Zurechtkommen mit anderen. Das merkt man, wenn Menschen irgendwie alles auf den Job setzen und gar keine Zeit mehr für Freunde, Familie etc. haben. Andersrum aber auch, wenn wir alles aufs Zurechtkommen setzen, wenn jeder mit jedem Problem, was er oder sie hat, zu einem kommen kann, man alles direkt fallen lässt, dann wird man weniger stark vorankommen. Das heißt, das ist erstmal so ein grundlegendes Spannungsfeld, in dem Menschen sind und wo wir irgendwie Entscheidungen fällen müssen. Und wir können einfach sagen, okay, wir versuchen beides irgendwie und werden wir beides halt so mittel umsetzen können. Und Narzissten sind Personen, die eben relativ viel aufs Persönliche vorankommen setzen und damit auf der anderen Seite eben Abstriche machen müssen. Das ist erstmal so im Prinzip eine Prioritätensetzung. Die muss nicht bewusst sein, aber das ist so eine Prioritätensetzung. Und die andere Frage ist ja dann, aber können die gar nicht anders? Und da spricht es eigentlich wenig für, dass es so ein riesen Fähigkeitsdefizit gibt. Also wir haben so große Studien gemacht, wo wir alle möglichen so Empathietests gemacht haben, ob man Emotionen erkennen kann, in Videos so erkennen kann, was Menschen vorhaben. Und da sehen wir, wir sehen einen minimalen Fähigkeitsunterschied in diesen Tests, aber der ist wirklich sehr klein. Frage dazu, ist das ein Fähigkeitsgap oder ist das auch ein, was ich mich frage, ist so das Gefühl, was Leute dabei bekommen. Also es ist ja auch irgendwie, es ist ja auch so eine Art Selbstverstärkungsmechanismus, wenn ich zum Beispiel mich gut fühle, wenn ich vorankomme versus wenn ich mich gut fühle, wenn ich gerade eine soziale erfüllende Interaktion hatte, Fragen gestellt habe. Und dann wird ja die Fähigkeit besser und ich baue ja auch, sage ich mal, eine Struktur auf, wo ich dieses Gefühl nähre und das immer stärker wird. Hat man da Möglichkeiten, das zu messen? Also haben die dieses Gefühl? Entsteht das? Also dass du sozusagen auch anhand des Gefühls, was du hast, optimierst? Ja, das ist ein ganz spannender Punkt. Also wissenschaftlich würde man das als so wenn-dann-Kontingenzen, effective if-then-Kontingencies. Was heißt das? Es gibt Situationen, und in denen erlebe ich mehr oder weniger positive Gefühle. Und was du jetzt beschrieben hast, wäre, in Situationen, in denen ich anderen zuhören kann oder andere mir etwas von sich erzählen, in denen erlebe ich positive Gefühle. Und Menschen unterscheiden sich darin, wie stark diese Verbindung ist. Also wie stark die solche Situationen positiv belohnen. Genau. Und dann, da hast du völlig recht, dann wird Personen, bei denen das stark ausgeprägt ist, und das kann schon genetisch verankert sein oder was auch immer, die würden dann wahrscheinlich einen Lebensweg einschlagen, der stärker solche Situationen immer wieder aufsucht. Und die entwickeln dann auch eine Persönlichkeit, die in diese Richtung geht. Und das wird bei meinen Narzissen weniger der Fall sein. Wir haben also Studien gemacht, wo wir andersrum geguckt haben, diese Belohnung durch solche Statussituationen. Also eben nicht das Zurechtkommen, andere erzählen mir was von sich, ich kann zuhören, sondern andere bewundern mich. Ich erreiche irgendwas Besonderes. Und alle gucken zu. Und alle gucken zu, genau. Und da sehen wir tatsächlich, dass Narzissen da stärker drauf anspringen. Also wir haben das mal so mit so einer Smartphone-Studie gemacht, wo die Leute einfach so vier bis sechs Mal pro Tag Umfragen bekommen haben für vier Wochen. Also relativ intensiv, ja, ganz viele Daten für jede Person. Und die haben jedes Mal, wenn sie mit anderen, also wir haben so Interaktionen erfragt im Alltag, und sie haben dann immer angegeben, wie sehr sie das Gefühl hatten, von anderen Aufmerksamkeit zu bekommen, bewundert zu werden, aber auch, wie sehr sie das Gefühl hatten, von anderen kritisiert zu werden. Und... Das ist ein ganz schwieriger Punkt. Ein ganz schwieriger Punkt. Und dann haben wir so Emotionen erfasst, also wie stolz sie sich gefühlt haben, wie ärgerlich sie gefühlt haben. Und wir sehen erst mal über die meisten Menschen, wenn die irgendwie das Gefühl haben, ich werde bewundert, andere geben Aufmerksamkeit zu mir, das finden die meisten irgendwie schon gut. Also man findet da so positive Effekte, auch auf Stolzgefühle. Aber bei Narzissen eben stärker, die reagieren stärker darauf. Und andersrum genauso. Wenn Narzissen das Gefühl haben, kritisiert zu werden, reagieren sie stärker als andere mit Ärger. Also wir alle finden das nicht gut, also nicht toll kritisiert zu werden, aber Narzissen reagieren da stärker mit Ärger drauf. In welcher Größenordnung bei beiden Sachen ist der Unterschied zur Normalbevölkerung? Der ist nicht riesig. Also das kann man jetzt nicht so einfach greifen, aber wir haben eben eine leicht stärkere Ärgerreaktion, leicht höheren Stolz. Wir reden nicht von doppelt und dreifach. Nein, 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 wirklich eine kleine Anpassung. Aber über die Vielzahl an Situationen, die Menschen im Leben erleben und die Vielzahl an auch Interaktionen mit anderen, wo andere das mitbekommen, darüber sieht man dann diese Unterschiede wirklich. Und das bedeutet dann quasi, also wie geht es dann weiter? Was ist der logische Schluss daraus, den man sieht, wenn man sagt quasi, Lob ist ein super starker Verstärker und Kritik ist halt eine krasse Bestrafung oder eine krassere als andere Leute. Weil das ist ja genau das, weil es ja immer sozusagen einen anderen Weg dich einschlagen lässt als halt der Rest. Ja, im Prinzip ist dann die Frage, also was sind so die Strategien? Die Menschen, die jetzt so gepolt sind, also die so ein Belohnungssystem haben, wie gehen die jetzt damit um? Und da sehen wir wirklich, dass es so unterschiedliche Verhaltenstrategien gibt. Also wenn Narzissten jetzt dieses Lob erfahren, diese Aufmerksamkeit bekommen, dann sieht man so eher diese Strahlen, dieses aus sich rausgehen, auch charmant, selbstbewusst agieren. Und es ist ja auch erst mal, wenn man in diese Logik reingeht und denkt, man ist irgendwie was Besonderes, dann ist es ja erst mal eine natürliche Reaktion, zu sagen, okay, das zeige ich der Welt jetzt aus, doch toll. Und wenn dann aber eben diese Kritik kommt, wenn irgendwie die Aufmerksamkeit nicht da ist oder es gibt Konkurrenz um Aufmerksamkeit oder man wird auch einfach missachtet, dann greift eher so eine sekundäre Strategie, dass man irgendwie die Ellbogen rausholt und eher darüber versucht, oben zu bleiben, dass man einen anderen nach unten drückt. Weil auch dann ist man höher als andere. Und beide Verhaltensstrategien sehen wir eigentlich bei Narzissen. Okay, ich verstehe. Und ist es jetzt etwas, worauf du quasi hinausgehen willst, dass du sagst quasi, okay, das Belohnungssystem ist quasi gepolt in so eine Richtung, ist wie so ein Kompass, der halt bei jedem Menschen, der halt andere Motive hat und der auf andere Sachen halt anspringt. Das ist ja normal. Also dir gefällt das halt mehr als das. Das ist wie eine Geschmackspräferenz, was ja gut ist, weil wir dadurch halt unterschiedlich sind. Aber Leute entwickeln dadurch eben Coping-Strategien mit ihrem Umfeld oder mit sich selbst, die dann halt entweder funktional oder dysfunktional sein können. Und es würde wahrscheinlich jetzt auch Narzissen geben, die vielleicht gute Coping-Strategien, also die super gut funktionieren, vielleicht sogar mit ihrem Umfeld und die vielleicht sogar dafür gewertschätzt werden, wohingegen andere Leute mit ihrem Narzissmus große Probleme bekommen, weil die vielleicht in einem Umfeld drinstecken, wo die halt in dieser sekundären Ausweich-Ellbogen-Strategie stuck sind und dann eben Probleme haben in Beziehungen und so weiter. Genau, ich glaube, das ist ein total wichtiger Punkt. Also erstmal kann man sagen, was schon das Besondere daran ist, dass durch diesen Anspruch, den Narzissen haben, irgendwie was Besonderes zu sein, irgendwie mehr verdient zu haben und irgendwie die Aufmerksamkeit an sich ziehen zu wollen, kommt extrem viel Energie in dieses System rein. Die Wollen. Und das ist das, was ich in dem Buch auch mit Kraft beschreibe. Das meine ich mit Kraft. Es ist extrem viel Wollen, Energie, super hoher Standard, den man erwartet, ist im System drin. Und mit dieser Kraft kannst du jetzt halt Sachen schaffen, wenn es gut läuft, aber du kannst auch, wenn es schlecht läuft, eben aggressiv werden und Sachen kaputt machen. Das heißt, das ist erstmal so dieses Potenzial, was dadurch mit reinkommt. Und dann kommen natürlich viele andere Sachen mit rein. Also in was für einem Kontext bewegen sich denn die Menschen? Also ist es ein Kontext, wo Angeberei eher positiv gesehen wird und noch was erzeugt? Also man kann sagen, okay, vielleicht in der Medienbranche, im Management, kann das ziemlich lange gut funktionieren, diese Strategie. Und da wird es einfacher sein. Da hast du es gern gesehen. Genau, da wird es einfacher sein und auch gar nicht zwingend Probleme erzeugen, als in anderen Kontexten, wo man damit schneller aneckt. Also ich glaube, der Kontext, in dem Menschen dann mit diesen Strategien sind, ist total wichtig. Und natürlich die anderen Eigenschaften, die sie mitbringen. Also wir haben immer so die Tendenz, wenn wir über eine Eigenschaft reden, wie Narzissmus, dass wir denken, okay, das ist das, was die Menschen jetzt komplett kennzeichnet sind, narzisstisch oder nicht narzisstisch. Aber das geht ja einher mit allen möglichen weiteren Eigenschaften noch. Es gibt kluge und doofe Narzissten, ordentliche, unordentliche Narzissten und so weiter. Welche haben die meisten Probleme und welche sind die angepasstesten? Also was gibt es da so für Unterschiede? Weil ich zum Beispiel, vielleicht bevor wir auf die Frage gekommen sind, ist ja die Frage erstmal, was sind die Kernmerkmale von Narzissmus? Weil das beginnt ja bei, erstmal jeder Mensch von uns hat ja wahrscheinlich irgendeinen, ist auf irgendeinem Punkt auf dem Dimm-Schalter von Narzissmus. Jeder von uns. Und dann gibt es halt, beginnt es ja in der Psychologie mit den Persönlichkeitsstörungen irgendwann, die ich ehrlich gesagt nie so wirklich gecheckt habe. Das sage ich ehrlich. Das ist verständlich. Real Talk, ich habe so viel von dem, also echt alles mögliche immer gelesen, aber dieser, vom Persönlichkeitsmerkmal zu dieser Persönlichkeitsstörung, die sozusagen dominiert ist von diesem Persönlichkeitsmerkmal, ich habe es nicht, also ich checke es nicht. Aber das ist ein super Punkt. Ich checke das nicht. Wir können einen Kuss und Schlenker machen. Ja, gerne. Weil das ist auch was, also das ist total im Umbruch, ist super kritisiert, das bisherige System. Und es hat sehr viel damit zu tun, dass es so aus einer medizinischen Tradition kommt. Also Krankheiten, das sind Schubladen. Ich meine, es ist krank und jemand muss diese Symptome erfüllen und dann ist man krank. Und ein Symptom weniger, weil man kriegt ein Unser. Und dann ist es nicht mehr krank. Ja, ja. Das ist halt Unsinn. Also gerade, wenn es um Persönlichkeitsstörungen geht, ist es Unsinn, weil da klar ist, dass diese, im Prinzip diese Lebensstrategien, die Menschen haben, die sind eben wie der Dimm-Schalter. Die haben Menschen mehr oder weniger und es gibt nicht einen Punkt, wo man sagen kann, okay, jetzt ist es krankhaft. Und dazu kommt, dass es nicht so ist, dass wir einfach sagen können, wenn wir diese Dimension haben, ab einem bestimmten Punkt ist es krank. Sondern von einer Persönlichkeitsstörung kann man ja nur dann sprechen, wenn Personen irgendwie damit, mit ihrer Art, fundamental gescheitert sind, nicht mehr zurechtkommen, wenn sie Leiden bei sich und anderen erzeugen. Und das ist nicht eine reine Funktion meiner Persönlichkeitsausprägung, sondern auch wieder, in was für einem Kontext bin ich, welche eigenen und anderen Eigenschaften, Fähigkeiten bringe ich mit und hat das insgesamt funktioniert. Und dann, wenn es nicht funktioniert, wenn Menschen halt wiederholt gegen Mauern rennen und damit irgendwie fundamental scheitern, dann ist der Punkt, wo man sagen kann, okay, das ist jetzt eine Störung zumindest. Oder es gibt Leidensdruck zumindest. Also man kann sagen, okay, es gibt eine Notwendigkeit für eine psychotherapeutische Behandlung, Hilfe generell. Es gibt Leiden. Und Persönlichkeitsstörungen werden dann diagnostiziert, wenn irgendwie die eigene Persönlichkeit dazu viel beigetragen hat. Ich verstehe. Das ist relativ schwierig zu sagen, dann haben wir diese Persönlichkeitsstörung dann nicht. Ich finde es irgendwie sinnvoller zu sagen, okay, Menschen kommen mit ihrer Persönlichkeit, gehen die durch Leben, mit ihrer Lebensstrategie und Personen, die Probleme entwickelt haben, die haben auch ihre verschiedenen Persönlichkeitseigenschaften, Lebensstrategien, die da mit reingekommen sind und die sollte man berücksichtigen, wenn es darum geht, einen neuen Weg oder einen Weg daraus zu finden. Aber da helfen diese... Das ist von der Interaktion. Genau, aber da helfen diese wieder Kästchen nicht, weil diese Kästchen sowieso total unscharf sind. Es gibt dann einfach Kliniken, die stehen dann auf narzisstische Persönlichkeitsstörungen, da werden dann halt mehr davon diagnostiziert. Also das hilft nicht viel und da ist man auch so ein bisschen von ab und ich denke, über kurze Lagen wird es so sein, dass man einfach Persönlichkeit als Dimension auch in diesen therapeutischen Kontext mit reinnimmt und das nutzt, um besser zu verstehen, warum die Person jetzt genau deswegen krank geworden ist und was man genau bei der Person dann tun kann. Also diese Persönlichkeit einfach aufgreifen, irgendwie wertschätzen und damit dann auch zu arbeiten. Ja, ich finde hier zum Beispiel so meine Erfahrung, die ich gemacht habe, also vor allem in meiner Beziehung und auch so im Zusammenarbeiten mit Mitarbeitern ist, Leute neigen sehr schnell dazu, zum Beispiel jetzt bei uns mit Klamotten oder so. Sagt man dann zu einem Videografen, du bist nicht kreativ. Und ich bin halt super vorsichtig mit solchen Charakterurteilen, weil ich immer sage, ich versuche in der konkreten Situation meine Kritik so spezifisch wie möglich zu formulieren, anstatt quasi dieses irgendwie noch so größenfantasiemäßig bei Stunde Null so ein Charakterurteil zu machen und so rückwärts zu sagen, ja, aber das liegt jetzt daran. Und weil ich habe damit nie die Erfahrung gemacht, dass das klappt, weder in meiner Beziehung noch mit Menschen. Und ich muss sagen, was mir wirklich immer geholfen hat mit Menschen so im Umgang, egal was für Probleme die hatten, war immer, okay, was ist, also ist auch nicht immer so einfach, aber was ist die konkrete Sache, die passiert, die zum Beispiel zum Scheitern, dich zum Scheitern führt, weil, ey, ich bin jetzt zum Beispiel, ich bin 28, ich werde jetzt nicht den Charakter von anderen Leuten verändern können. So, ey, der Zug ist ganz lang abgefahren, ich bin noch nicht dein Vater. Aber was man halt machen kann, ist sagen, okay, ich akzeptiere erstmal diese Konstante, deine Persönlichkeit, ich nehme die als Konstante. Und dann nimmt man halt das Verhalten, was du hast, bei verschiedenen Sachen, die dann, du hast jetzt einen Leidensdruck in der Situation, okay, wie verhältst du dich, warum verhältst du dich so, dann geht es ja an persönliche Überzeugungen und so. Und ich persönlich muss sagen, ich finde immer dort irgendwo so konkret wie möglich, versuche ich den Fehler zu finden, weil sonst hat das immer so, ich nenne mal wie so Wasserfalleffekte, dass du dann halt da bist und sagst, ja, ich bin jetzt irgendwie ängstlich und das ist scheiße. Und man schmeißt immer so das Baby mit dem Badewasser raus, weil ich zum Beispiel denke mir so, ey, ich mache mir super viel Sorgen um Sachen, aber deswegen bin ich dann gründlich oder ich arbeite viel, während ich mich sorge, weil ich dann halt vielleicht das ein oder andere Problem halt löse. Und da haben halt Leute super viele unterschiedliche Strategien, aber ich finde es halt echt immer, immer, immer problematisch, wenn du dann halt, so wie du zum Beispiel sagst, mit so einer Narzissmusklinik oder so, gibt es ja in der Psychiatrie dieses, wie nennt das, Kohenskappa, ist ja so dieses Ding, du hast jetzt 100 Ärzte, einen Menschen und wie viele verschiedene Diagnosen kriegt der. Und das zeigt ja schon mal quasi die fehlende Robustheit von verschiedenen, sage ich mal, klinischen Bildern oder von Scheinpathologien, ob sie es jetzt sind oder nicht. Und ja, es ist halt genau das, also ich glaube, was ich jetzt damit sagen will, ist, du wirst das viel besser ausdrücken können oder auch sagen können, dass vielleicht Schwachsinn ist, was ich sage, ist, ich glaube, wir legen zu oft die Aufmerksamkeit auf die falschen Sachen, wenn wir versuchen, darüber zu sprechen. Nee, ich finde das einen total wichtigen Punkt. und das ist ja auch so ein schmaler Grad. Also auf der einen Seite ist es wichtig, anzuerkennen, wie Personen unterschiedlich sind und dass sie auch stabil sind und dass wir nicht versuchen, eine andere Person aus den Menschen zu machen. Und wenn du sagst, okay, eine Person, die irgendwie sich häufig Sorgen macht, dann nicht der Person zu sagen, ach, jetzt lass das doch mal mit dem viel Sorgen machen, das ist doch, man muss sich doch gar nicht Sorgen machen im Leben. Lach doch mal jetzt. Sei doch anders. Partys machen doch Spaß. Das ist Quatsch. Also schon anzuerkennen, dass Menschen einfach unterschiedlich sind und das auch weiter so sein werden. Und dass das nicht schlechter oder besser ist, sondern dass es unterschiedliche Strategien sind, um im Leben umzugehen. Das finde ich total wertvoll, das erstmal anzuerkennen. Und gleichzeitig eben nicht immer nur mit dieser Brille im Alltag dann durchzugehen, zwar auf sich, als auch auf andere bezogen. Weil das dann wieder so schablonenartig ist. Ich habe jetzt die Idee, du machst dir immer Sorgen. Das heißt, jedes Verhalten, was du zeigst oder jede Diskussion, die wir haben, die ist immer mit dem Filter, ah ja, du bist ja die Person, die sich immer viel Sorgen macht. Und da ist es genau richtig. Also zu sagen, okay, nee, ich gucke mir das Verhalten an. Und eine Person ist ja nie immer gleich. Und das dann wirklich aufzugreifen. Und auch auf sich bezogen. Also das kann ja auch eine ziemlich bequeme Entschuldigung sein für alles Mögliche, wenn man sagt, ich bin halt so. Das ist Treibsand, ganz schnell. Also finde ich immer diese doppelte Sache, die man irgendwie schaffen muss, irgendwie anzukennen, wie man ist, dass man auch damit, wie man ist, bestimmte Vorteile hat, aber auch bestimmte Nachteile hat. Aber gleichzeitig sich nicht zurückzunehmen und zu sagen, ja gut, so ist es halt, fertig. Und so wird es immer sein. Und auch die Herausforderung anzunehmen, dass wir Sachen ändern können. Oder dass man Chancen für Veränderung hat, wenn man das will. Und das ist beides richtig, glaube ich. Fühle ich sehr, was du sagst. Also die Selbstakzeptanz, über die man da immer spricht. Ich glaube, also jetzt, ich versuche das immer so rational runterzubrechen und nicht so viel zu moralisieren. Ich denke mir halt, okay, die Persönlichkeit ist halt eine relativ stabile Konstante. die, wo wir gesagt haben, mittelfristig stabil ist, heißt, ich kann die nur langfristig verändern, wenn ich zum Beispiel Leidensdruck vielleicht als Motor habe, Frustration oder Belohnung. Und wie baue ich mir das zurecht, dass ich mich da halt verändere, weil ich will ja auch nicht feststecken und irgendwie in zehn Jahren gucken und sagen, ey, ich bin am selben Punkt oder weiter hinten, als ich heute bin. Und das finde ich, die zwei Sachen gehören halt voll dazu. Also dieses Streben nach mehr ist gesund, glaube ich, aber gleichzeitig auch irgendwie anzuerkennen, es gibt sinnvollere Hebel, als zu sagen, ich versuche irgendwie gegen den Strom jetzt zu schwimmen und mir das dann viel, also man sucht ja immer nach so einer kurzen Lösung und ich glaube, das ist auch so ein Ding, dass man sagt, ja, was ist richtig, was ist falsch, aber die Nebenwirkungen dieser Art von Denken sind halt, dass du anfängst, an Sachen zu schrauben, wo es vergeudete Mühe ist. Ja, ja, und auch da gibt es nicht halt diese irgendwie diese Rezepte, also dass man sagen kann, so solltest du versuchen, dein Leben zu optimieren, ne? Ja, ja, ja. Da muss man halt wirklich seinen eigenen Weg finden. So, Freunde, Neuer steht vor der Tür und ich glaube, wir alle kommen jetzt so langsam in diesen Reflektionsmodus, wo wir anfangen uns zu fragen, scheiße, wie ist das Jahr gelaufen, was kann ich besser machen und eine Sache, die ich euch mit zum Reflektieren geben kann, ist, fragt euch mal, wie es um euren Körper und eure Gesundheit steht, wenn ihr Lust habt, da was zu verändern und ihr einfach sagen wollt, ey, okay, ich will jetzt Sport machen, ich will nächstes Jahr die beste Form meines Lebens haben, körperlich, optisch, aber auch, wie ich mich fühle, dann kann ich euch nur MCI ans Herz legen. Die All-in-One-Fitness-App, die wir jetzt seit über zwei Jahren entwickelt haben, die jetzt auch schon über ein halbes Jahr draußen ist, wo schon mehrere tausende Leute die App verwenden, wo wir einen Algorithmus auch quasi gemacht haben, der individuell euch Pläne erstellt, das Ganze ist auch gefördert worden vom Bund von Forschung und Innovation, das heißt, das Ganze hat wirklich Hand und Fuß und ihr könnt das Ganze auch sieben Tage gratis testen, einfach in den App Store gehen, MCI-App eingeben und mit dem Code Tim kriegt ihr nochmal 20 Euro auf euer Jahresabo und wir haben nochmal eine geile Aktion, gerade für alle Member, die MCI haben und zwar haben wir eine kleine Trafo-Aktion, heißt, schickt einfach MCI auf Instagram eure körperlichen Trafos, also eure Body Transformations, die ihr gemacht habt mit der App und dann werdet ihr das ein oder andere gewinnen können, schickt einfach eure Trafos an den MCI-Insta-Account und dann werden wir uns bei euch melden und dann kriegt ihr Feedback von uns und für alle, die da sind, das Home-Update ist auch noch mit dabei, das heißt, wir arbeiten laufend ständig an der App, nicht wie irgendwie so ein liebloses, kleines Influencer-Produkt, wo wir einmal Pump and Dump machen, sondern wir arbeiten konstant weiter dran und was ich euch auch noch sagen kann, ist, wir haben einmal in der Woche jedes MCI-Member kann in unseren Discord-Call kommen, mittwochs 18 Uhr, da könnt ihr mit den Sportwissenschaftlern und auch manchmal mir sprechen, wenn ihr nochmal individuellere Fragen habt, wir haben auch einen der besten Supports, ich glaube jeder, der bei MCI dabei ist und im Discord ist, wird das bezeugen und bestätigen können, das heißt, geht in den App-Store, ladet die App runter, probiert sie aus, überzeugt euch selbst und spart noch Geld mit dem Code TIM, schiebt das nicht weiter auf, ihr könnt jetzt schon direkt loslegen und sorry für die kleine Unterbrechung, aber das hilft auch, dass der Podcast weiter so funktioniert, deswegen viel Spaß mit dem Podcast. Das war jetzt unser kleiner Exkurs. Verschlenker, ne? Genau, genau, genau und ich wollte dich fragen, wie du Narzissmus definierst, was für dich da so Kernmerkmale sind und vor allem, sage ich mal, dieses Kontinuum, weil ich glaube, das ist vielen Menschen nicht so ganz klar, weil Grandiositätsvorstellungen sind ja eins dieser Merkmale und ich, mein gesamtes junges Erwachsenenalter und so meine, meine so wahrscheinlich, seitdem ich ein Kind bin, habe ich abends mir Musik reingezogen, also Musik angemacht, Fantasie und dann immer ich gegen die Welt, Welt ist kurz vorm Untergehen, ich bin mich da am Schlagen und das hat mich krass motiviert, mit der Energie bin ich trainieren gegangen, aber mir würde nie einfallen, dass ich da von jemandem was erzähle, weil es ja auch krass schambehaftet ist, solche Gedanken zu haben, weil man sich ja dann so voll schämt für, dann hat das auch so einen süchtig machenden Pull, weil das ja in sich selbst schon eine krasse Belohnung ist, wo man immer so aufpassen muss, okay, wenn ich mir zehnmal vorstelle, ich bin mit der schönsten Frau aus der Whatever zusammen, dann irgendwann setzt man sich halt hin und macht die Augen zu und das ist schon fast schöner, als die Erfahrung selbst zu machen und wenn ich das aber als quasi so Narzissmus-Kriterium mir angucke, dann denke ich mir so gerade genau wieder da, dann ist jetzt vielleicht, bin ich bei einem Arzt oder bei jemandem, der mich krank machen will, weil es gibt ja diesen einen Hinweis drauf und dann gucke ich auf der anderen Seite, aber ey, das hat mich zu sportlichen und generell diese, also das war für mich ein krasser Motor, Leistungen zu bringen, wo glaube ich, andere Leute einfach halt ausgemacht haben. Ja, also ich glaube erstmal wirklich der ganz wichtige Punkt, einfach mal das mit der Krankheit beiseite lassen, den Arzt einfach mal weglassen und wirklich zu gucken, okay, Narzissmus als Persönlichkeitseigenschaft, so wie Schüchternheit, wie Ordentlichkeit, wie Intelligenz, okay, Persönlichkeitseigenschaft, der wir alle irgendwie ins Score haben und vielleicht ganz kurz, weil du gesagt hast, ich gegen die Welt von Lars Eidinger, der hat mal selbst über sich gesagt, der Schauspieler, kennst du? Kenn ich nicht. Nicht? Großartiger Schauspieler, der hat von sich auch erzählt, dass er als Kind schon immer Interviews mit sich geführt hat, selbst, das wäre auch so in dieser Fantasiewelt drin und ja, das wären diese Grandiositätsvorstellungen und das wäre so ein Merkmal, also erstmal Narzissmus, eine Persönlichkeitseigenschaft, die bei uns mehr oder weniger stark ausgeprägt ist. Also jeder Mensch hat irgendeine Form davon. Jeder Mensch hat irgendeine Ausprägung, wie die Körpergröße und die durch so ein Mindset geprägt ist, wo es um Grandiositätsvorstellungen geht, also ich bin eine besondere Person, ja, irgendwie. Oder ich will eine sein. Ich werde Großes erreichen in der Zukunft, so Aspekte. Damit so ein bisschen verbunden, auch so Vorstellungen, ich habe mehr verdient, ja, so ein Anspruchsdenken. Dadurch, dass ich besonders bin, sollte mir auch ein besonderes Leben widerfahren. Und der dritte Baustein ist dieses Statusstreben, also die Streben nach Aufmerksamkeit. Und da gibt es natürlich immer so Extrembeispiele, aber wichtig ist es, all diese drei Sachen, die kennen wir irgendwie alle, egal wo unsere Ausprägung ist. Bei Grandiositätsvorstellungen kennen wir das alle, auch wenn wir generell eher bescheiden sind, gibt es Momente, in denen wir irgendwie vielleicht was Besonderes geleistet haben und wo wir uns ein bisschen besser fühlen, ein bisschen stolzer sind als sonst. Beim Anspruchsdenken, wenn wir Geburtstag haben, dann haben wir das Gefühl, okay, heute darf sich auch mal alles um uns drehen oder eine fiese Männerkrippe haben, dann können wir die Hühnerbrühe gebracht bekommen. Und beim Statustreben ist es genauso. Ich glaube, das ist ganz spannend, weil das ist für Menschen generell schon sehr, sehr wertvoll, diese soziale Aufmerksamkeit, um die es da geht. Warum ist das wertvoll? Weil soziale Aufmerksamkeit ein extrem begrenztes Gut ist. Also wenn man sich eine Gruppe von Menschen vorstellt, dann kann man nicht allen Menschen die Aufmerksamkeit schenken. Soziale Aufmerksamkeit ist kanalisiert auf bestimmte Personen. Das heißt, in der Gruppe ist das ein Nullsummenspiel. Also nur bestimmte Personen können mehr Aufmerksamkeit als andere haben und deswegen ist das, was für Menschen generell wertvoll ist, worauf wir anspringen. Also weil es eine knappe Ressource ist, die auch wirklich Konsequenzen hat für den eigenen Stand in der Gruppe. Ich lebe davon. Ja, Personen, die Aufmerksamkeit bekommen, die bekommen auch mehr Verantwortung, die können Strategien für Gruppen vorgeben. Das ist evolutionär ein ganz wichtiger Punkt. Und Menschen unterscheiden sich darin, wie stark sie darauf anspringen. Also wir haben, es gibt ein evolutionäres Tool, das wir alle irgendwie darauf anspringen, weil es so wichtig ist. Aber Menschen unterscheiden sich daran, wie stark sie darauf anspringen. Und Narzissten scheinen darauf eben stärker anzuspringen. Stärker positiv, wie stärker negativ. Es ist, sie sind feiner justiert, was diese Rückmeldung angeht. Genau, das wären so diese drei, also wenn man sich über das Mindset Gedanken macht, was mehr oder weniger stark ausgeprägt ist, dann ist diese Grandiosität, Anspruchsdenken, Statusstreben. Und jetzt frage ich mich, und jetzt gibt es ja wahrscheinlich verschiedene Persönlichkeitseigenschaften oder Umfeldskonstellationen, in denen das zu Problemen führen kann oder welche, wo das ja auch zu massivem Erfolg führen kann oder auch zu Menschen, die vielleicht super sympathisch sind, die wahrscheinlich auch sehr gemocht werden von ihrem Umfeld, weil wenn ich mir das jetzt mal so für mich selber versuche zu beantworten ist, ich habe auf jeden Fall Grandiositätsvorstellungen, die sind aber mit dem Älterwerden sehr viel weniger geworden. Ist auch ein Alterseffekt, tatsächlich. Ja? Ja. Okay. Also ich habe die leider nicht mehr so viel. Ich muss sagen, irgendwie bin ich schon fast nostalgisch dem gegenüber. Die machen Spaß. Aber es ist halt für mich immer so ein Motor gewesen. So ein Motor von, okay, jetzt ist es noch nicht vorbei, es geht weiter, es geht weiter, ich gebe jetzt weiter Gas. Vor allem zum Training tatsächlich, also Sport machen, da war das irgendwie so ein guter Mix für Energie. Oder wenn ich zum Beispiel so Konzentrationsdips hatte, also so kurz, oh, jetzt kann ich nicht mehr lesen und dann bam, jetzt nochmal eine Stunde raushauen. Das zweite Sache, Anspruchsdenken ist, ich habe als Kind sehr hohes Anspruchsdenken gehabt, aber weil ich eben in Scheißverhältnissen aufgewachsen bin und das dann halt eben haben wollte, also wie so ein Komplex. Und aber eben gekoppelt an harte Arbeit. Also mir war schon klar, dass ich das halt nicht geschenkt bekommen werde. so und mir war auch klar, dass ich, dass ich der Erste wäre, der über sich selbst oder andere lachen würde, die denken, die haben das einfach so verdient. Ja. So. Wie es mir gehen würde, wenn ich es nicht mehr hätte? Ja, wahrscheinlich will man es dann wieder. Also ich glaube, mit Frauen ist so ein Thema, das ist natürlich immer angenehm, weil, ne, so, man will ja irgendwie Optionen haben. Das ist dann, da glaube ich, würde jedermann lügen, wenn er sagen würde, das gefällt ihm nicht. Aber es ist, ähm, mit der pragmatischen Verbindung zum Job, da würde es mir fehlen. Aber sonst jetzt persönlich muss ich sagen, tatsächlich nicht mehr. Aber weil ich mache, also ich bin sozusagen jetzt zehn Jahre in der Öffentlichkeit und dann glaube ich, ich will immer noch Tapeten wechseln, wie auch immer. Aber wenn ich es so scheiße finden würde, würde ich aufhören. Also wahrscheinlich ist es schon irgendwo ein Teil davon, ja. Aber ich finde, einen ganz wichtigen Punkt, dass du gesagt hast, wohin wird das denn jetzt eigentlich kanalisiert, ne? Also in, 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 in welche, in welche Richtung. Und, ähm, da kommen halt wieder dieses, so ein bisschen, dieses Strahlen, diese Ellbogen ins Spiel. Wie sehr kann man das eigentlich ausleben in dieser strahlenden Idee, ne? Dass man sich und andere begeistert und irgendwie Sachen erreicht, ja. Und, ähm, wie sehr klappt das eben nicht und man muss deswegen die Ellbogen rausholen. Man kommt eigentlich in so eine aggressive, ähm, irgendwie Spirale rein, ne? Und es funktioniert nicht, man will aber trotzdem und jetzt kämpft man gegen andere, ne? Die haben das nicht gönnen, obwohl man hat es doch eigentlich verdient. Ja, also, diese beiden Wege kann es schon geben, ne? Dass Menschen damit sehr erfolgreich sind, dass ihnen hilft, auch irgendwie Sachen zu erreichen, aber auch Menschen, die damit ziemlich auf die Nase fallen, weil sie den Anspruch weiter, weiter haben, den aber nicht erreichen und deswegen dann aggressiver werden müssen, damit immer wieder auf die Schnauze fallen und irgendwann vielleicht tatsächlich scheitern und dann das in diese Störungsrichtung gehen kann, ne? Das ist, glaube ich, wirklich wichtig, ne? Wie gelingt es Menschen, die jetzt sozusagen so eine generelle manifestische Tendenz haben, das auch in Leben zu übertragen, das funktioniert, sage ich jetzt mal, ne? Das ist interessant. Also, ich übertrage so Aggressivität auf mich selbst. Ja? Ja. Also, ich bin halt so mit mir. Ja. Weil, was kann jetzt irgendjemand anders dafür, dass ich scheitere oder so? What the fuck? So, keine Ahnung. Das wäre mir sehr unangenehm. Ja, da gibt es auch so Ideen, ne? Also, wenn man das nicht nach außen trägt, ne, dass man das, ja, kann ich nicht sagen, es gibt auch so Ideen bei so Essstörungen, dass es dann, ne? Dass so ein Weg ist, um sich selbst noch härter zu sich selbst zu sein, ne? In dieser Richtung. Was ich auch spannend finde, ist, zu überlegen, auf welchen Spielfeldern man das eigentlich ausleben kann, ne? Also, bei Narzissmus denken wir so häufig an so die Manager, die auf Yachten mit ihrem Geld um sich schmeißen, lauter schöne Menschen um sie rum, ne? Und das ist sicherlich so ein irgendwie ganz passendes Spielfeld, ne? Weil Geld ist sozialer Status eben greifbar gemacht. Hübsches Aussehen ist etwas, was extrem viel Belohnung mit sich bringt, ne? Sozial in allen Kontexten. Aber das ist nicht der einzige soziale Kontext, in dem man bewundert werden kann, Ich glaube, das Wichtige ist zu sehen, egal in welchen sozialen Gruppierungen wir sind, gibt es dieses Spiel um Aufmerksamkeit und gibt es dieses Potenzial, bewundert zu werden, ne? Also auch in Gruppierungen, die sich darüber definieren, dass sie, dass niemand besser ist und es vor allen Dingen um Gleichheit und Gerechtigkeit geht, auch dort drin gibt es Menschen, die besser darin sind, die besser darin sind, anderen Menschen zu helfen, besser für eine gerechtere Welt zu kämpfen, ja? Das heißt, es gibt in allen sozialen Sphären gibt es diese Belohnungen durch soziale Aufmerksamkeit. Das sind nicht immer nur diese jetzt Berufsstatus orientierten oder die mit irgendwie glänzendem Aussehen angeben. Das ist ja auch spannend, ne? Weil es gibt ja auch viele, sage ich mal, wichtige Dinge auf dieser Welt, die vielleicht dann nicht belohnt werden können mit Geld und dann gibt es quasi ein Belohnungssystem in uns, was uns trotzdem dorthin navigiert, um diese Vakanzen irgendwie zu füllen und wir das quasi auf eine andere Art und Weise bekommen als Belohnung. Auf jeden Fall. Wie würdest du es denn beschreiben, was sind denn so Beispiele für Narzissten, die dann angepasst sind oder Leute, die damit, oder Leute, die vielleicht auch zu wenig haben von dem Merkmal? Ich glaube, das ist auch eine Sache, die tatsächlich ein großes Problem sein kann und ein riesengroßer Leidensdruck, weil ich glaube, so die deutsche Mentalität und Kultur ist da ja sehr, jetzt mal mal halblang, ist jetzt hier, also zum Beispiel aus meinem Kulturkreis, also jetzt so Ex-Jugoslawen und so mäßig, da ist das schon, da würde ich sagen, bin ich normaler als hier, sozusagen, wenn wir diesen kulturellen Vergleich ziehen, mit N gleich fünf Leute, die ich kenne. Ja, es ist immer schwierig, wie viel ist jetzt da dran an irgendwie Deutschland, sowas mit Mentalität, aber ich sehe das schon. Ja, also man kann nicht so viel, also worüber ich mir schon auch Gedanken gemacht habe, wenn man sich so jetzt so Politik anschaut, gibt es ja ganz viele Negativbeispiele so für Narzissten, Trump, Putin, so, Würdest du sagen, die sind alle Narzissten? Also jetzt bei Trump, es gibt kein besseres Lehrbuchbeispiel. Ja, also das ist, nein, ich meine, es ist ja was anderes, wenn du das sagst, als wenn ich das sage. Ja, das ist, nein, klar, das sagen alle, aber das ist auch einfach, also das ist völlig offensichtlich. Gib mal ein paar Beispiele, woran das jetzt offensichtlich ist bei Trump und Putin, warum die Narzissten sind. Ja, also bei Trump finde ich es einfacher, also weil er wirklich, also egal, ob man schriftlich, per Video, sein ganzes, also über verschiedene Jahres, also egal, in welcher Lebensphase er ist, wirklich dieses sich selbst übermäßig loben für alles. Es gibt dieses tolle Beispiel, wo er auf Demenz getestet wurde von Ärzten, ja, das ist so ein Test, da muss man irgendwie eine Uhr nachmalen, sagen, dass das ein Elefant ist und so, ja, also extrem einfache Aufgaben, wo er danach angegeben hat, damit, dass er diese Testaufgaben so toll lösen konnte, dass er so extrem intelligent sei. Also dieses übermäßige Angeben mit irgendwie, der hat sich auch als irgendwie der schönste Präsident ever bezeichnet. Also, was geht bei dir im Kopf, hat er solche Sachen sagt? Naja, also wirklich dieses Selbstbild, auch dieses selbstbewusste Agieren, also im Sinne dieses Strahlens, das muss man nicht sympathisch finden, finde ich jetzt auch nicht sympathisch, aber er geht da raus und sagt, hier bin ich und ich mache euch wieder groß. Aber eben auch diese krassen Ellbogen, also dieses richtig Runtermachen, Fertigmachen von Leuten und das finde ich, also das finde ich in dem Fall auch super spannend, weil wir finden so normalerweise in sozialen Gruppen häufig, dass diese Strahlen durchaus positive Effekte hat, also dieses selbstbewusste Agieren, dieses charmante Agieren, da erreichen Personenstatus, die sind beliebter dann und bei den Ellbogen ist eher was in sozialen Gruppen, das findet man nicht so gut und da werden Leute dann auch mit der Zeit eher abgewertet. Bei Trump hat es ja gar keinen negativen Effekt gehabt. Ja, weil er so ein Gut gegen Böse Kampf draus macht. Weil also in Kontexten, wo es einen Intergruppenkonflikt, also einen Konflikt zwischen Gruppen gibt, da finden wir in unserer eigenen Gruppe Menschen, die Ellbogen zeigen können, gut, weil wir sie als funktional ansehen, weil wir in einem Kampf gegen andere sind. Dann ist Aggression plötzlich etwas, was zu Status führt. Das ist ja auch immer dieses zweischneidige Verhältnis, was man hat zu Narzissen im Umfeld, weil man dann quasi in so einem funktionalen Umfeld, wie zum Beispiel bei der Arbeit, ja sagt, ach, der ist zwar unangenehm, was viele Sachen angeht und so ein bisschen Fremdscham erzeugend mit so den Verhaltensweisen, die der so hat, aber er übernimmt halt Aufgaben, die ich nicht übernehmen will und ich kann und also passt das irgendwie schon, wir ergänzen uns auf so eine komische Art und Weise schon, dann nehme ich halt diese Nebenwirkungen in den Kauf. So was bei mir teilweise. Und dann, ja. Ja. Aber man kann ja gleichzeitig sich wirklich Überlegungen, also sich die Frage stellen, kann man an gewissen Punkten, könnte man auch Personen mit ein bisschen mehr Narzissmus gebrauchen. Also. Wie ist es bei Putin aber davor, das würde mich interessieren, weil das ist ja nochmal so eine verdecktere, andere Art, das ist ja subtiler, würde ich sagen. Ja, also das ist, der hat ja nicht dieses super charmante, irgendwie, über dieses nach außen gehen, sondern das ist ja wirklich. Also den Bärenjagen geht. Genau, aber ich meine diese Darstellung mit nacktem Oberkörper auf dem Pferd und so, das geht auf jeden Fall schon in die Richtung, aber auch in der, in der krass aggressiven Sprache, also jetzt kurz vom Ukraine-Krieg, wo er intern gesagt hat, dass man irgendwie die Feinde im eigenen Land wie Fliegen auf der, ausspucken sollte, also diese krass negative Sprache. Ja, aber man, also, wenn wir sagen, das ist eine Kraft, die eben vieles zerstören kann, aber auch, mit dem man einiges erschaffen kann, dann kann man sich die Frage stellen, okay, in welchen Kontexten könnte man das denn verwenden? Ich denke häufig darüber nach im Kontext der Klimakrise und sage, okay, die WissenschaftlerInnen sind sich einig, es muss viel, viel schneller was passieren, wir kommen, wir schaffen das überhaupt nicht mit dem Tempo, da kann man sich ja schon die Frage stellen, was müsste denn passieren, dass man hier mal vorankommt? Ja, wir sind ja in einer Situation, wo sich Menschen innerhalb der Gesellschaften einfach aus vielen anderen Gründen so gegenüberstehen, dass sie sich nicht einigen können. Die einregen sich darüber auf, dass die Leute auf die Straße kleben, aber wenn man mal jetzt genauer hinschaut, könnte man für beide Gruppen gute Gründe finden, warum sie beide Gruppen sagen würden, es wäre ziemlich gut, die Welt nicht vor die Hunde gehen zu lassen. Klar. So, und da habe ich schon das Gefühl, dass es manchmal auch in der Politik an so ein bisschen Leuten fehlt, ein überzeugendes Narrativ, eine Geschichte, was schaffen können, was irgendwie Energie mitbringt, was nicht nur sagt, warum alles so schlimm ist und weswegen wir alles tun müssen, sondern was wir erreichen können gemeinsam. Das fehlt. Und das ist was, was eben auch mit Narzissmus einhergeht. Und deswegen ist das so ein schmaler Grad, weil man nicht sagen kann, okay, wir sollten das verbannen aus Politik und aus Unternehmen. Aber man muss sich schon sehr genau überlegen, wo kann man das nutzen, wann erzeugt es Probleme, wie gehen wir damit um? Aber da ist ja, was ich so interessant finde, ist, wir fordern ja gerade etwas ein, was wir, was im öffentlichen Diskurs gerade dämonisiert wird. Ja. das heißt, du sagst quasi, hey, wir brauchen vielleicht an der einen oder anderen Stelle mehr von diesem Kollektiven oder auch von Einzelpersonen mäßig, von diesem Narzissmus. Dosiert, funktional, nicht krankhaft oder wie auch immer. Aber gleichzeitig würde jetzt, wahrscheinlich, wenn du jetzt zehn Menschen fragen würdest und sagen würdest, hey, wie hoch ist deine narzisstische Ausprägung, würde ja jeder sagen, so niedrig wie möglich. Ich mache jetzt in den Vorträgen, die ich mache, frage ich immer in die Runde, jetzt alle Narzissen einmal die Hand heben sollen. Ja. Keiner hebt die Hand. Also es gibt manchmal ein, zwei, die das machen. Und danach frage ich, wer denn alles Narzissen kennt. Dann gehen die Hände alle hoch. Und das hat genau mit diesem, damit zu tun, wie wir mit diesem Begriff einfach umgehen. Das ist auch verständlich. Wenn wir den als so einen Krankheitskampfbegriff verwenden, dann ist es auch schwer, damit zu arbeiten. Deswegen finde ich das einen ganz wichtigen Punkt, das runterzuholen und auf einer allgemeineren Ebene tatsächlich allgemein nicht so zu tun, als haben wir so Idealpersönlichkeiten und eine Meinung, die wir alle haben müssten, sondern dass wir so unterschiedlich sind in allem Möglichen. Was wir wollen, wie wir auftreten, was für Wertvorstellungen wir haben, dass wir so unterschiedlich sind, ist extrem wichtig für die Menschheit. Ist extrem wichtig. Also wir als Einzelpersonen müssen uns immer irgendwo entscheiden. Wir können nicht alles gleichzeitig machen. Das ist wieder mit den Trade-offs vor. Wir können nicht alles erreichen und allen gleichzeitig helfen. Kann nicht traurig und Stürmer sein. Genau. Wir müssen uns entscheiden so in gewisser Weise. Gesellschaften, Populationen von Menschen müssen das nicht, eben weil Menschen unterschiedlich sind. Deswegen kann man das verteilen und wir können alles absichern. Und vor allen Dingen brauchen wir Menschen, die, wenn plötzlich in der Umwelt irgendwas passiert, was Neues, die neue Wege finden. Wir brauchen auch die, die unser bestehendes System absichern. Dass nicht alles völlig wild ist und man sich auf gar nichts verlassen kann, sondern die das System absichern, die sagen, nee, wir gucken, dass das, diese Strukturen, die wir haben, dass wir die möglichst gut absichern. Auch das braucht man. Aber wir brauchen auch Menschen, die sagen, nee, jetzt probieren wir mal was ganz anderes aus. Und deswegen diese Vielfalt, die aufrechtzuerhalten und die auch erstmal zu achten und nicht so zu tun, als müssten wir alle einer Idee hinterherrennen. Das finde ich total wichtig. Ja, das ist echt gerade so ein richtiges Zeitgeistproblem, dass man quasi gerade so eine Art Wettkampf hat, um was ist richtig. Und das ist ja dann auch immer so der sekundäre Effekt von so einer, ich nenne es mal Zensur, weil du sagst, ey, dieser Persönlichkeitsanteil oder diese Art von Denkrichtung oder diese Art von Technologie, das soll verboten werden. Und dann hast du ja einen Möglichkeitenraum, den du ja komplett quasi geschlossen hast. Und dann hast du ja sozusagen die Asymmetrie in die andere Richtung schon vorprogrammiert. Die passiert halt nur zeitverzögert. Und das ist halt ungesund, weil dann hast du sozusagen den Raum weggenommen, dass du eben diese Vielfalt hast an Möglichkeiten und Co. Wie ist es denn jetzt bei, was sind für dich so die Kernunterschiede, die jetzt zum Beispiel jemanden, der einen guten Umgang hat, also der quasi als gut aufgenommen wird von seinem Umfeld als jemand mit einer stärkeren narzisstischen Ausprägung versus jemand, der halt schlecht aufgenommen wird, wo das so Probleme gibt. Hast du da so konkrete Beispiele oder gibt es da so ein paar Sachen, wo du sagst, ey, das sind wiederkehrende Sachen. Da muss man echt aufpassen, weil das führt zu Problemen und es gibt auch einen Prozess daraus. Ja, also ich glaube wirklich, dass diese Kombination mit anderen Eigenschaften wichtig ist. Also erstmal wirklich Fähigkeiten und Intelligenz. es ist halt ein Unterschied, ob ich mit einer guten Idee volle Kranne irgendwo entlang renne und alle mitziehe oder mit einer schlechten Idee, weil im letzten Fall renne ich halt wahrscheinlich irgendwo gegen eine Wand. Also wenn man Narzissen in Positionen setzt aufgrund ihrer Art, aufgrund auch ihrer Durchsetzungsfähigkeit, dann sollte man schon sicher sein, dass die auch was drauf haben. Also das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Und das andere ist natürlich schon irgendwie so Wertvorstellungen. Also wofür denn eigentlich? Also sind es Menschen, die irgendwie für Sachen kämpfen, die wir irgendwie alle, die auch anderen was bringen. Also ich glaube, am besten funktioniert das bei Narzissen, die ihr persönliches Streben nach Erfolg irgendwo andocken können an irgendein altruistisches Ziel. Und ich glaube, das ist so, also auch, wenn man jetzt mit Narzissen die Probleme haben arbeitet, dann ist das eigentlich so der Clou, dass man irgendwie zeigt, Ah, das ist disconnected bei denen. Dass man das zusammenbringt, dass man sagt, okay, pass auf, es ist nicht nur nett, sondern auch ziemlich klug und auch für dich, für dein Vorankommen sehr, sehr sinnvoll, wenn du anderen Menschen zuhörst. Ich muss sagen, sorry, dass ich unterbreche, ich kenne so ein paar Leute, die sind sehr erfolgreich geworden, die sind genau so, die sind quasi wirklich sehr narzisstisch von ihrem Persönlichkeitstypus und du merkst das sehr stark im Gefühl, wie die reden über Leute und die haben eine sehr abwertende erste Reaktion auf Sachen, die die für mich zum Beispiel super unsympathisch macht und wo halt mein Bauchgefühl echt eine Katastrophe ist, aber die so auf so eine super nützlichkeitsdenkende, logische, kalte Art immer zu diesem Altruismus kommen und ich zum Beispiel muss echt sagen, ich habe voll die Probleme damit, weil das halt so immer ist, wie soll ich sagen, die erste Emotion ist immer diese super narzisstische und dann kommt so sehr kalt diese Verbindung. So pragmatisch einfach, ja. Ja, aber echt und da muss ich so, ich weiß nicht, ich zum Beispiel fühle mich dann immer so mit solchen Menschen, ich würde denen keine zwei Euro in die Hand geben, die sind zwar extrem fähig, aber ich habe Schiss, weil mein Kopf mir dann sagt oder mein Bauchgefühl, ey, was ist, wenn das so, das muss einmal nicht so sein und du siehst, was halt diese andere Komponente sehr viel stabiler als dieser Second Thought von, ah, wie kriege ich jetzt die Verknüpfung hin zum Altruismus und was, wenn man sie einmal nicht hinkriegt. Verstehst du, was ich meine? Ja, ja, ich glaube, das ist schon wichtig, dass es jetzt nicht eine rein strategische Verknüpfung ist. Ich glaube, indem das zu lernen für Personen, die stark narzisstisch sind und nicht von sich aus das ohnehin schon tun, das zu lernen, dafür ist es wichtig, erstmal irgendwie diesen Link herzustellen, aber das muss natürlich schon verinnerlicht werden. Vielleicht so ein Beispiel, ich habe das so bei Arnold Schwarzenegger beobachtet, ja, auch sicherlich ziemlich hoch ausgeprägt im Narzissmus, auch etwas, was ihm für seine Karrieren extrem geholfen hat, ja, der, gerade jetzt in den späteren Jahren, das immer so gedreht hat, ich habe jetzt sozusagen diesen Dreh gemacht, ich will jetzt zurückgeben, jetzt also diese Fokusänderung und da ist es glaube ich dann schon was, was eine Person für sich verinnerlicht hat in irgendeiner Form oder sagt, das ist jetzt wirklich mein neues Ziel. Da hängt natürlich immer noch dran, dass man, dass Personen, die ändern ja nicht komplett ihre Art, dass sie schon auch dafür bewundert werden wollen oder Anerkennung bekommen wollen, dass sie das jetzt tun. Aber ja, ich glaube, das Wichtige ist, dass man halt schon auch einen direkten, auch emotionalen Link dann zu diesen Sachen, zu diesen altruistischen Sachen, die man tut, dann findet. Ja, das ist glaube ich echt so ein Key, dass das irgendwo auf derselben Größenordnung ist, tatsächlich. Weil du dann auch deine Impulse, weil du quasi gefühlstechnisch deinen narzisstischen Impuls ja unterdrücken kannst, wenn du merkst, ach, das ist jetzt, das gefährdet das Altruistische, beispielsweise. Das finde ich halt super wichtig, einfach ein stabiles Gleichgewicht zwischen diesen Sachen da zu finden. Gibt es denn bekannte Beispiele jetzt, wenn du sagst Arnold Schwarzenegger, wo du sagst, die sind sympathische Beispiele für Narzissen in der Öffentlichkeit, wo man es vielleicht gar nicht denken würde? Ja, also, es gibt immer nur, ich würde jetzt nur so schlechte, unsympathische, unangenehme, so Donald Trump-mäßige Leute kennen. Wenn jetzt Narzissmus kommt, dann Donald Trump. Ja, ich meine, wenn man jetzt in diesem politischen Bereich, also jetzt historisch, Martin Luther King zum Beispiel, der wird verehrt, wer kaum jetzt sagen würde, okay, das war eine problematische Person, sondern der Hardcore-Nazist. John F. Kennedy war auch Hardcore-Nazist. Ja, also das sind so jetzt politische Figuren, wo man sagt, oh ja, gerne. Ich glaube, wir haben das schon so in der Öffentlichkeit bei SchauspielerInnen, SportlerInnen und sowas, das oft so ein bisschen schwankt. Also wir Personen haben, dass die schon eine ganze Zeit lang bewundert werden, keine Ahnung, so Fußball wie Zlatan Ibrahimovic zum Beispiel. Also da gibt es ja ein ganzes Buch von Zitaten. Das wäre doch Haarland. Ja, also die, wo wir sagen, die werden dafür bewundert. Aber es gibt dann auch immer wieder halt Fälle. Conor McGregor. Ja, Conor McGregor zum Beispiel. Fälle, wo so eine Bewunderung kommt, aber dann bei nächster Gelegenheit die Leute auch wieder, wenn irgendwas schief geht, hart kritisiert werden. Also wenn sie irgendwie Mist gebaut haben. Fynn Kliemann ist so ein Beispiel. Super gefeiert und dann halt Mist gebaut, also auch richtig Mist gebaut und dann aber richtig hart in Dreck gezogen. Das ist schon so ein Muster, was wir häufig haben. Das ist auch sehr menschlich, dieses krasse Idealisieren und dann hart entwerten. Das ist irgendwie so eine Sache, die wir gerne machen. Dass die Fallhöhe ist dann halt schon groß. ist es so, dass du sagen würdest, dass es auch so eine Art erlernten Narzissmus gibt, dass zum Beispiel Leute, die dann halt Fußballer werden oder es Umfeldeffekte, wo du sagen würdest, ey, die Scores aus der Kindheit, die würden das gar nicht vorhersagen, aber jetzt sind die in ein Umfeld gekommen, das sie vielleicht verändert hat. Ist das ein super spannendes Feld? Wie entwickelt sich das eigentlich genau? Was sind so die Gründe dafür? Muss man ehrlich sagen, dass wir extrem wenig darüber wissen. Erstmal ist es so, dass man ja so ein bisschen aufteilen kann in Anlage-Umwelteffekte. Also siehst du, es ist genetisch, wie viel ist überhaupt von der Umwelt bedingt? Wenn man die Extremansichten sehen würde, das ist im Prinzip alles festgeschrieben, die Leute haben eine genetische Verankerung und so werden die halt dann einfach. Und das andere Extrem ist, weißes Blatt Papier, so kommen wir auf die Welt und das wird dann durch die Umwelterfahrung beschrieben. Das sind so die Extremen. Und was wir eigentlich bei allen Persönlichkeitseigenschaften und auch bei Narzissmus wissen, dass es 50-50 ist. Also wir haben eine ganz klare genetische Verankerung und einen klaren Umweltanteil, die beide eine wichtige Rolle spielen. Das finde ich beim Narzissmus ganz wichtig, erst mal so zu sagen, weil wir da eigentlich immer nur auf die elterliche Erziehung gucken. Also es gibt ganz viele Theorien, die so sagen, okay, woher kommt eigentlich Narzissmus? Von den Eltern? Das sind immer die Eltern schuld. Das sind immer die Eltern schuld, genau. Und häufig mit dieser Idee, okay, da sind irgendwelche Traumata passiert. Das war so eine kalte Erziehung. Dann wird so eine innere Leere erzeugt, so eine Unsicherheit Leere. Und die muss jetzt kompensiert werden durch so ein narzisstisches Theater. Alter, krasse Theorie. Ja, krass. Darüber ist dein Doktor auch. Ich finde, die klingt ja erstmal, also jetzt so prosaisch, auch schön. Ja, genau. Das ist eine schöne Erzählung, ja. Und die schafft auch so eine ausgleichende Gerechtigkeit. Also wenn diese ganzen Gockel uns irgendwie alles wegnehmen, dann sollen die doch zumindest tief im Inneren irgendwie leiden. Ein bisschen über Spitz ausgedrückt. Aber so ein bisschen was davon schwingt, glaube ich, so immer so ein bisschen mit. Dafür, für diese Idee, finden wir eigentlich keine Evidenz. Also keine Evidenz für erhöhte Traumata oder irgendwie so eine tiefe Unsicherheit. Ist natürlich auch schwer zu untersuchen. Was heißt jetzt tiefe Unsicherheitsinnere? Aber alles, was wir darüber wissen, sehen wir das eigentlich nicht. Ich glaube, es ist auch relativ, weil Leute, die quasi als Narzissten gelabelt werden, ja so ein krasses Selbstbewusstsein nach außen darstellen und dann halt vielleicht ein normales Level an innerer Selbstsicherheit haben zum Beispiel. Und dann ist halt dieses Spannungsverhältnis das, was wir vielleicht tiefe Unsicherheit nennen, weil quasi diese Verhaltensoszillation oder Gefühls- und Verhaltensoszillation. Ja, das ist ein guter Punkt. Ja, das stimmt. Ja, und bei Erziehung wissen wir eigentlich, es gibt so eine ganz coole Studie, die das wirklich im Längsschnitt mal gemacht hat. So Kinder und ihre Eltern, dann, wenn die Erziehung stattfindet, wirklich über die Zeit immer wieder erfasst. Und da sehen wir eher, dass wenn die Erziehung einen Effekt hat, dass dann so ein übermäßiges Lob ist. Also irgendwie wenn Eltern irgendwie sagen, boah, super, niemand kann so singen wie du. Das ist das schönste Bild, was jemals gemalt wurde. Also ein bisschen übermäßiges Lob. Das ist immer bei mir andersrum. Dass Kinder das dann verinnerlichen. Aber die Effekte sind echt ziemlich mini. Und die Quintessenz ist eher wahrscheinlich zur Erziehung gar nicht so wichtig. Shit. Und dann kann man genau die Fragen stellen, die du eben gestellt hast. Was passiert denn sonst in der Umwelt so? Dass Leute das erlernen können. Und da kann man sich viele Sachen vorstellen und die alle irgendwie so mit so Status-Erfahrung zu tun haben können. Also in der eigenen Freundesgruppe, im Kindergarten, in der Schule, irgendwie immer umringt werden und im Zentrum der Aufmerksamkeit sein. Wenn das oft genug passiert, vielleicht verinnerliche ich dann auch das. Irgendwie Frauen-Männer-Schwarm zu sein im jungen Erwachsenenalter. Was das alles an Feedback bringt. Und das kann dieses Selbstbild beeinflussen. Beruflicher Werdegang. Eine ganz spannende Frage. Also wenn man jetzt steile aufsteigt, in hohen Positionen, entwickelt man dann so ein Selbstbild. Ich bin irgendwie was Besonderes, weil ich bin ja irgendwie hier oben gelandet. Gibt es extrem wenig Studien zu? Wir haben also eine gemacht, wo es darum ging, mit diesem beruflichen Aufstieg. Ich finde das erstmal eine plausible Theorie. Das ist untersuchenswert. Wenn man aufsteigt, dass man dann irgendwie narzisstischer wird. Wir haben so Studierende untersucht, kurz bevor sie fertig waren im Studium. Das war mit so belgischen Kollegen. Bis 22 Jahre später. Und immer wieder zwischendurch erfasst, wie narzisstisch sind sie und was ist so das Management-Level, was sie erreicht haben. Und was wir gesehen haben, ist, dass Narzissten tatsächlich steile aufsteigen, also höhere Positionen erreichen, aber durch dieses höhere Aufsteigen nicht narzisstischer werden. Also das ist tatsächlich eher andersrum. Das ist halt so ein Effekt vom Narzissmus auf den Aufstieg, aber nicht vom Aufstieg auf den Narzissmus. Ist momentan echt noch unklar. Und wenn ich jetzt wetten müsste, dann ist es halt eine Mischung aus irgendeiner biologischen Bereitschaft, extrem auf neue Belohnungen, neue soziale Belohnungen zu reagieren. Da unterscheiden sich einfach Menschen, wie stark sie diese Bereitschaft haben. So ein Annäherungstemperament nennt man das auch. Also stärker anzuspringen, positiv auf irgendwie neue Belohnungen, gepaart mit bestimmten Status-Erfahrungen im Aufwachsen, im Leben. Das finde ich spannend. Also du hast gesagt, wenn du wetten kannst, ich versuche mal auch zu wetten, weniger informierte Substanz, also weniger Substanz als du. Aber ich habe mir das mal, als ich es angeguckt habe, war so irgendwie dieser Erbscore bei Narzissmus irgendwie 0, 6, 4. Und dann aber, was interessant war, in diesen verschiedenen Faktoren war der viel geringer. Was ja so, wenn ich mir das halt jetzt so vorstellen würde und sagen würde, okay, die Genetik bestimmt quasi die Sensitivität von deinem Belohnungssystem beispielsweise gegenüber gewissen Reizen. Was lässt dich kalt? Das, was du gesagt hast, auch so ein bisschen wie so ein Kompass. Und dann ist wie so ein Entfaltungsplan, so ein möglicher Entfaltungsplan, gepaart mit, wo hast du welche Reize, die dann nochmal als ein Booster oder Selbstverstärker quasi fungieren können. Oder wo fehlen die vielleicht, aber dass du quasi so eine, es hat, also du eine genetische Lenkungswirkung hast, die stark ist, aber eben hier halt dann die Frage ist, bleiben diese Erfahrungen aus oder machst du die und halt auf welche Art und Weise bewältigst du die und wie machst du die, weil das ja viele Interaktionseffekte. Du kannst ja narzisstisch sein, aber dann hast du jetzt nicht das supertolle Aussehen bis jetzt nicht Frauenschwamm. Also es ist quasi dieser Weg sozusagen umwelttechnisch weg, der ist weggefallen. Und dann gibt es halt noch 700.000 andere Wege, die noch gegangen werden können. Und das ist wie so ein Wahrscheinlichkeitspfad, der so dynamisch angepasst wird mit jeder Sache, die du machst. Heißt, du machst jetzt eine neue Sache und dann ist quasi, sind dynamisch die Wahrscheinlichkeiten stärker geworden und woanders wurden sie abgeschwächt. Und so ist es für mich wie so ein laufendes Interaktionsspiel, wo laufend Wahrscheinlichkeiten angepasst werden. Ja, total schönes Bild. Ja, finde ich gut. Und auch genau wie du sagst, also einmal die Eigenschaften, die man selbst mitbringt, wodurch welche Sachen wegfallen und die Entscheidungen, die man irgendwie trifft. Also und die können ja mehr oder weniger gut passend zu den eigenen Eigenschaften sein. Also wenn ich halt jetzt mittelgut aussehe und dabei jetzt sage, okay, ich will eine Modelkarriere eingehen, dann war das wahrscheinlich nicht so eine günstige Entscheidung. Und dadurch wird es dann schwieriger. Und irgendwann gibt es ja auch nicht mehr Möglichkeiten, gut in die anderen Richtungen zurückzugehen oder einen anderen Weg einzuschlagen. Weil man Türen zu macht auch. Genau, aber es korrigiert dich ja auch selber sozusagen, weil du dadurch quasi, dadurch, dass du so eine, schiefe Bahn ist hart gesagt, aber du versuchst ja etwas quasi Unrealistisches zu forsten, wie ich bin jetzt, keine Ahnung, 1,70 und will Basketballer werden. Und dann forciere ich das, forciere ich das, forciere ich das und dann sehe ich irgendwann die Kosten meiner dummen Entscheidung und dass ich quasi Energie ineffizient verwende. Und dann zwingt mich das ja sozusagen zur Reflexion, weil ich strategisch ja schon sagen muss, hey, ich habe, was ich habe und ich merke, dass ich halt nicht alles, was ich mir vorstellen kann, bekommen werde. Heißt, ich muss jetzt mal wirklich viel stärker von mir selbst ausgehen und sagen, hey, was sind denn jetzt realistische Dinge, die ich wirklich erreichen kann und meine Optionen neu evaluieren. Ja, und wie gut das dann wieder gelingt, also wie in dem Fall dann man downgraden kann in der Idee oder einfach, dass das anpasst. Da habe ich mit René Adler zum Beispiel drüber gesprochen. Sein Podcast dreht sich ja darum, dass er sozusagen Spotlight, dass er quasi Leute sich nimmt, die in der Öffentlichkeit waren und deren Karriere sozusagen jetzt vorbei ist und wie die damit umgehen. Das ist echt krass. Superspannend, ja. Weil das kann ich dir zum Beispiel aus Erfahrung sagen, das ist krass, wie viele Leute das mitnimmt. Also psychisch, wenn die zum Beispiel reinkommen und im Restaurant der Kellner dann halt nicht zuerst bei denen ran springt, sondern auf einmal der neue Influencer oder der neue Sportler oder so da ist, so dort sind und dann auf einmal so Leere spüren. Ja. Das schon, das hört sich für so einen normalen Menschen super weird an, weil man sich so denkt, ey, du hast doch jetzt Millionen auf deinem Konto und du kannst ja machen, was du willst. Da darfst schon per Definition keine Probleme haben. Genau, genau. Aber das ist echt krass. Das ist echt krass. Also gerade, wenn du so eine Persönlichkeit hast, wo du sagst, okay, immer mehr und weiter und höher, schneller, weiter, ne? Und dann ist da nichts, ne? Kommt da nichts danach. Oder ist vorbei. Weil deine Sportlerkarriere sozusagen, du bist ja dann irgendwie 35 und dein Leben geht ja noch. Ja. Zum Beispiel bei dir jetzt als, du bist mit 35, du wirst ja dann zum Beispiel, du wirst in dem Alter Professor, wo der andere seine Karriere beendet. Also bei dir geht es ja erst so richtig los, während es bei dem anderen sozusagen aufhört und der sich orientieren muss. Total. Oder bis Sänger, bis dann, was weiß ich. Also es ist schon krass. Ja, vor allen Dingen, weil du ja eigentlich auf dem Weg dahin, also man könnte ja sagen, ja, deswegen ist es wichtig halt, sich die Optionen vorher schon zurechtzulegen und so. Kannst du ja nicht. Nee. Weil wenn du irgendwie zweigleisig fährst, dann wirst du gar nicht den ersten Weg bis zum Ende gehen können, ne? Das heißt, das ist echt eine große Kunst, das hinzubekommen. Jetzt frage ich mich, wo ich davor bei dir weiß, ich gefragt habe wegen dem Narzissmus, was es für persönlich, wir waren genau bei Genetik und bei der Umwelt. Welche Sachen sind denn jetzt so, welche Persönlichkeitsmerkmale sind jetzt so konkret, würdest du sagen, entscheidend dafür, wie, was sind so Interaktionen, die du hast mit anderen Persönlichkeitsmerkmalen? Vom Narzissmus jetzt? Genau. Also ich, wie gesagt, ich glaube, diese Fähigkeiten, auch soziale Fähigkeiten, also wie sehr ich andere Menschen wahrnehmen kann, wie ich das mitschneide, auch wie ich, wie sozial flüssig ist, ich irgendwie im Umgang mit anderen bin, ne? Also wenn ich irgendwie so ein bisschen eckig bin, ne? und nicht mit anderen richtig umgehen kann, aber trotzdem eigentlich denke, oh, eigentlich müssen die mir andere alle zuhören, dann ist es schwieriger, wie sehr ich mich auch durchsetzen kann gegenüber anderen, also solche Fähigkeiten. Isolieren die sich dann? Ja, es gibt schon auch diese Fälle, wo Menschen schon sehr früh sich zurückziehen, dann irgendwie, und also dann eben noch mit 30 zu Hause und dann zu Hause halt Computerspiele daddeln, statt die eigene App zu programmieren, für die man eigentlich bekannt werden wollte und so, ne? Also die irgendwie schnell sich zurückziehen auf dieses ich hätte ja eigentlich berühmt werden können und eigentlich habe ich ja dieses Potenzial, aber die anderen sind zu blöd dafür und die werden das auch nicht mehr anerkennen, also eher so eine zynische Haltung dann entwickeln und das hat sich extrem ungesund und auch irgendwann dann sehr, sehr schwer wieder aufzuknacken. Da hatte ich auch jemanden hier, der so getickt hat ein bisschen. Der Herr Postel. Ah ja, ja. Das ist ja so ungefähr das Beispiel, oder? Ja, ja. Ja, wobei der natürlich dieses trotzdem dieses extrem dominante nach außen gehende hat. Würdest du sagen, dass das ein Narzisst ist? Ja, aber 100 Prozent. Weil das war für mich zum Beispiel so ein echt, mir ist das auch so unangenehm, ich will jetzt nicht immer den Mann nehmen, um irgendwie schlecht über ihn zu sprechen. Ja, ich habe mich echt aber er hat es ja provoziert. Ja, ich habe mich echt richtig grausam gefühlt danach. Also es war echt unangenehm. Also das war wirklich, als hätte jemand, also das war echt, oh, das ist echt, 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 also dieses Ellbogending und dieses quasi destabilisieren vom anderen und runter machen und oh, das ist echt, auch wenn man weiß, das hat keine logische Grundlage, das ist echt unangenehm. Ja, aber ich glaube, das ist halt wirklich ein wichtiger Punkt und auch, also auch wenn wir über Aber es tut mir am Ende auch leid, weil ich mir denke, hey, wie musst du jemand anders runter machen? Also wie schlecht muss es dir gehen, damit du dich so verhalten musst anderen Leuten gegenüber? Ja, aber das weiß ich gar nicht, ob, also ich glaube, wir neigen dazu, dass wir dann auch da wieder so ein bisschen, ich sage mal, rein psychologisieren und sagen, oh, da ist ein Traumata und irgendwas Schlimmes, da muss es da passiert sein und das eigentlich damit entschuldigen, wo man erst mal sagen muss, okay, offensichtlich hast du so eine Prioritätensetzung, dir ist jetzt wichtiger, irgendwie überlegen, jemanden auflaufen zu lassen, als ein ordentliches Gespräch zu führen, ja, deal with it dann, ne? Also ich glaube, wir versuchen zu oft, da was zu entschuldigen, wo es eigentlich eine Prioritätensetzung ist, also gerade in Beziehungen, ja, das ist in dem Fall ein bösartiger Narzisst, aber wir sind ja auch Traumata und ich zeige der Person jetzt, was Liebe ist und so, nee, guck, dass dir gegenüber vernünftig sich jemand verhält, ne? Also, aber was ich sagen wollte, ist, ich glaube, was total wichtig ist, ist in dem Fall wirklich die Kombination mit solchen eher bösartigen Eigenschaften, ja? Also wirklich dieses, dass andere einem fundamental egal sind, dass man sowas wie Leid bei anderen nicht wirklich wahrnimmt, dass man vielleicht sogar Spaß daran hat, wenn andere leiden, also solche Sachen wie Psychopathie, Sadismus, Solche Eigenschaften. Und in unserer aktuellen Diskussion pappen wir das alles immer automatisch zusammen mit Narzissmus. Narzissmus gleich Psychopath. Ja, genau. Und deswegen, dann ist auch sozusagen der Weg zu toxischen Beziehungen, Manipulation und sowas logisch, weil diese Eigenschaften sind tatsächlich damit verbunden. Und das ist, glaube ich, wirklich so ein bisschen auseinander zu tröseln. Und das ist gar nicht so einfach, weil viele Personen, die jetzt so psychopathisch sind, wirklich, die sind auch narzisstisch. Ist das auch Psychopathie gewesen? Oder ist das... Ja, das ist... Dafür kenne ich ihn jetzt. Also ich weiß nicht. Aber ich finde schon, dass da so eine, wirklich so ein Spaß an dieser Bösheitlichkeit schon durchaus zu erkennen war. Aber da bin ich jetzt sehr, sehr vorsichtig mit. Also das Mensch fühlt man sich danach sehr unangenehm, ja. Ja, glaube ich. So, also das ist oft gepaart dann mit Narzissmus. Also viele, die so psychopathisch drauf sind, die sind auch Narzissten. Und dieser Narzissmus, der hilft dann natürlich auch andere auszunutzen, weil ich gleichzeitig halt charmant bin und andere überzeugen kann. So der Rückkehrschluss aber, dass dann alle Narzissten auch Psychopathen sind, der ist halt falsch. Ja, also man kann sich es so vorstellen, Narzissmus sind deutlich mehr Menschen und da gibt es eben so einen ganz kleinen Teil an Psychopathen, die alle in diesem Narzissmus-Babel drin sind. Sind alle Psychopathen Narzissten? Nee, so kann man das nicht sagen. Aber viele. Ein großer Anteil ist eben auch narzisstisch. Aber von den Narzissten ist ein minimaler Anteil eben auch psychopathisch. Und das muss man, glaube ich, so ein bisschen differenzieren. Aber weil du gefragt hast, welche anderen Eigenschaften sind wichtig in der Interaktion, das ist auf jeden Fall entscheidend. Wenn du diese Bösartigkeit gepaart hast mit Narzissmus, dann kann es wirklich... Woher kommt diese Bösartigkeit eigentlich? Ich weiß jetzt nicht, ob das unbedingt dein Feld ist, aber das sieht man schon. Nicht genauso, aber auch da sehen wir auf jeden Fall einen starken genetischen Anteil. Auch, wo man sich natürlich auch fragen kann, okay, jetzt, er wird zu näher gesehen, was hat das jetzt für eine Funktionalität? Was für ein Vorfall? Sonst wäre es ja ausgelesen. Genau, aber das ist jetzt nicht so ganz mein Feld. Ja, was ich mich bei dieser Bösartigkeit manchmal frage, ist wie so ein Baseline-nötiges Gift oder so eine Dosis, die wir brauchen, um auch die ganze Zeit so einen Druck zu haben, uns weiterzuentwickeln und auch schutzbereit zu sein. Naja, also wie so eine Impfung, ne? Ja, genau. Für den Kollektiv. Also, dass man bereit ist. Genau, schlaf nicht ein. So, ey, das gibt's. Das gibt's. Auf so einer Ebene kann man es auf einer kollektiven Ebene verstehen. Jetzt mal vielleicht zu der interessanten Frage für jeden daheim, der vielleicht zu wenig Narzissmus in sich drin hat. Wie kann man Narzissmus lernen oder auch narzisstischer werden und woran erkennt man, wenn man sagt, ey, das fehlt mir vielleicht? Wir haben ganz nicht über das Schlechte geredet. Ja, ja. Also, ja, also erstmal in Klammern, als Vorklapp würde ich sagen, wichtiger als jemand anders zu werden, ist zu werden, wer man ist. Also, erstmal zu reflektieren, wie ticke ich eigentlich? Das hat ganz viele Facetten. Was will ich? Worauf springe ich an? Wie verhalte ich mich? Wie reagieren andere Menschen auf mich? Also, so ein bisschen ein Gespür dafür zu bekommen, wie man eigentlich, wenn man wirklich so ganz man selbst ist, wie man dann eigentlich tickt. So, und das möglichst gut umsetzen zu können. Sich Kontexte zu wählen, in denen man das umsetzen kann. Sich Menschen zu wählen, wo man so sein kann. Das finde ich erstmal irgendwie das viel Wichtigere, als irgendwie sich so rauszuklauben, was hat positive Effekte? Wo kann ich mir meine Persönlichkeit zusammenbasteln? Okay, also ich fasse mal so zusammen, als wenn du jetzt wirklich dich mit dir selbst connecten würdest und da rankommst, an das, was dir eine Erfüllung bringt, was dir Spaß macht, was du sein willst, wer du sein willst, aber du Hemmungen hattest, weil du Ängste hattest oder wie auch immer und das halt eben nicht ausleben konntest und von dort quasi guckst, okay, was könnte mir helfen auf dem Weg dorthin? Ja, genau. Und ich meine, man kann ja natürlich dann trotzdem schauen, okay, wenn wir jetzt über Narzissmus reden, was sind dann die Vorteile? Also wo kann man sich sozusagen eine Scheibe abschneiden? Und das ist auf jeden Fall einmal dieses Begeistern können von anderen, also dieses Verführen irgendwie im positiven Sinne. Anstecken. Ja, anstecken. Also das sehen wir tatsächlich beim Kennenlernen, sowohl wenn man potenzielle Freunde kennenlernt, aber auch im Dating-Kontext sieht man, dass Narzissten häufig erfolgreicher sind, besser ankommen und das hat damit zu tun, dass sie einfach mehr aus sich rausgehen, die lächeln mehr, reden mehr, sind irgendwie energischer und das ist was, was uns beim Kennenlernen gefällt. Weil das Kennenlernen ist oft eine ziemlich awkward Situation. Man weiß nicht so genau, was soll man tun, wie ist die andere Person, die hat er auch irgendwie bewertet gleichzeitig. Und wenn man mit einer Person zusammen ist, die einfach das Eis bricht, weil sie einfach Dinge tut und Sachen in den Raum schmeißt, dann ist das angenehm. Dann öffnet das schon so einen sozialen Raum, in dem man sich kennenlernen kann. Und das ist sicherlich was, was positive Effekte erstmal hat. Auch unabhängig, woher das kommt, also unabhängig von der Motivation, sind das einfach Verhaltensweisen, die irgendwie für das Kennenlernen von anderen Menschen was bringen. und dann sicherlich auch sowas wie diese Veränderungsbereitschaft, also Risiken einzugehen, um Sachen, die irgendwie vielleicht noch nicht so vorgefertigt sind, zu erreichen. Nicht bei jedem leichten Widerstand zu sagen, ah nee, dann doch nicht, sondern zu sagen, doch, weiter, das schaffen wir. Das ist schon auch was, was Narzissten zeigen können. Das kann dann auch verbohrt sein. Also es kann auch sein, dass es ganz gut wäre, einen anderen Weg zu wählen und Narzissten dann damit gegen die Wand fahren. Aber es kann eben auch helfen, Widerstände zu überbrücken und auch Wege einzuschlagen, die andere nicht einschlagen und damit erfolgreicher zu sein. Das sind schon so Aspekte, wo man sagen kann, okay, da könnte man sich eine Scheibe abschneiden. Gegeben, man ist auch in der Lage, das zu tun, ohne dass man sich irgendwie als Person verstellen muss. Ist es etwas, wo Leute unterdrücken? Also jetzt, wenn du ja zum Beispiel, das wäre ja so die logische Schlussfolgerung, wir haben quasi Narzissmus, das ist negativ angesehen jetzt in der breiten Bevölkerung, dann haben wir gewisse Persönlichkeitsmerkmale, Gefühle, Verhaltensweisen, die damit in Zusammenhang gebracht werden und dann möchte ich mich ja zum Beispiel, wenn man so ein bisschen soziales Chamäleon sein, unterm Radar fliegen und nicht auffallen mit solchen Verhaltensweisen, weil man ja denkt, dass Leute ja vor allem jetzt sehr schnell so Rückschlüsse ziehen aus Paarverhaltensweisen auf den Charakter und Narzissmus ist ja Stand heute, bevor du vielleicht die breite Bevölkerung informierst und zur Bildung beiträgst, ist es ja ein Charakterurteil sonst. Ja, also ich weiß gar nicht, wie sehr das dann wirklich unterdrückt wird oder wie sehr es einfach dann andere Formen einnimmt. Also wie sehr man dann halt tatsächlich eher damit angibt, dass man so sozial ist. Dann geht man quasi zu Fridays for Future als Investmentbanker zu werden. Überspitze ausgedrückt, ja, ne? Das, was in Mode ist halt. Ja, also ich will das gar nicht irgendwie, gar nicht abwerten, sondern man sucht sich dann halt das Feld, wo es irgendwie den Applaus geben kann und die Verhaltensweisen, mit denen man diesen Applaus bekommen kann. Ah, okay, du sagst, die Bühnen wechseln sich. Genau, die Bühnen wechseln und ja, also ich glaube nicht, dass jetzt der Narzissmus so unterdrückt würde, dass wir den irgendwie gar nicht mehr sehen und dann das Problem haben, dass wir zu wenigen Narzissen hätten. Das wäre gar nicht mein, das glaube ich einfach nicht. Also Menschen verändern sich nicht so krass in ihrer Persönlichkeit, sondern sie suchen sich dann andere Wege, das auszudrücken. Und ich glaube, es ist schon hilfreich, oder was ich hilfreich fände, und es geht so ein bisschen in die Richtung, dass man das eben zulässt auch. Also man sagt, ja, es gibt diese Personen, das kann man zulassen und das kann problematisch sein, das kann auch helfen. Also ein bisschen runterfahren und das differenzierter anschauen. Okay, so wie mit dem Politikerbeispiel von vorhin. So meinte ich das ungefähr. Du hast es gut in Worte gepackt. Okay, was ich spannend fand, auch an deiner Vita war, also ich weiß nicht, ob du darüber sprichst, aber das finde ich ganz spannend, so bei Psychologen ist, normalerweise muss man immer so das perfekte Leben haben. Also alles läuft perfekt, weil man ist ja irgendwie so ein Role Model, man hat die Wissenschaft dazu, man kennt die gesamte Theorie, was ja automatisch heißt, ey, perfekt. So ein bisschen wie der Zahnarzt mit faulen Zähnen, den darf es ja nicht geben, weil er weiß ja alles. Wie ist das für dich? Was sind so Widerstände für dich und wo du halt einfach, sag ich mal, vielleicht die Wissenschaft anwenden musst und wo du auch selber, weil das war so ein bisschen, ich habe ja jetzt neulich mit dem Professor Ulrich Hegel den Podcast gemacht zur Depression und da waren halt ein paar Leute haben mal gesagt, ey, ja, das ist super schön, mal so eine akademische Sichtweise auf die Themen zu haben, aber ich würde mir auch mal jemanden wünschen, der vielleicht die Wissenschaft versteht, aber auch selber mal darunter gelitten hat, weil dieser, so dieser, ich nenne es mal, dieses Phänomen, dieser Lebenswert quasi nicht darstellbar ist mit eben nur dem Messen und nur mit den Leuten zu arbeiten und da finde ich es auch mal spannend, so aus deinem Leben zu hören, weil, keine Ahnung, so ein, wir haben ja vorhin über Jordan Peterson beispielsweise gesprochen, ich glaube, das hat ihn so auch zu so einer krassen gesellschaftsprägenden Figur gemacht, weil er sozusagen diese Wissenschaft und so seine persönlichen Erfahrungen sehr stark da verbunden hat. Ja, also, ja, gerne, generell denke ich, diese Idee, dass jetzt, weil man Psychologe, Psychologin ist, dass man irgendwie sich psychisch automatisch besser im Griff hat und alles gut funktioniert, da ist glaube ich nicht so viel dran, also weil, leider, klar, man kann irgendwie Sachen rational besser vielleicht einordnen oder man hat das Instrumentarium dafür, die Begriffe dafür, aber im normalen Leben hat man ja nicht die ganze Zeit diesen Filter vor der Nase, wie agiere ich jetzt, was tun andere und jetzt irgendwie so ein Raster, sondern man agiert ja einfach, man lebt ja vor sich hin mit den eigenen Bedürfnissen, Gefühlen, Fähigkeiten, Schwächen und so weiter, also ich glaube, da gibt es gar keinen, gar keinen großen Unterschied und das, das geht mir auf jeden Fall auch so, also auch ich struggle damit, mit, wir hatten es vorhin von Getting Head und Getting Along, also vorankommen, zurechtkommen, ich bin sehr intensiv in meinem Beruf drin, irgendwie versuche da neue Sachen zu machen, jetzt noch dieses Buch und dann lauter wissenschaftliche Projekte und da ist dann schon so, dass ich sage, eigentlich hätte ich gern mehr Zeit für meine Familie, für meine Kinder, mehr Zeit für die Freunde, auch mehr Zeit einfach nur, um gar nichts zu tun, einfach auf dem Sofa sitzen, Zeitung lesen oder in die Wolken starren und das ist schon, wo ich merke, ist das jetzt, oder wo ich mich frage, ist das jetzt die richtige Prioritätensetzung, woran mache ich fest, dass es richtig ist, wie wird das in zehn Jahren sein, wie blicke ich dann darauf zurück, war das jetzt so entscheidend, dass ich jetzt noch diese zwei Podcasts mitgemacht habe oder hätte ich lieber zu Hause sitzen sollen mit meinen Kindern, also diese Gewichtung, was jetzt wichtig ist irgendwie im Leben und wann man wie viel investiert, das finde ich echt eine Herausforderung. Geht mir ähnlich, ja. Und dann auch, also was ich auch, es gibt so eine spannende Richtung auch in der Persönlichkeitspsychologie, die so stärker über diese Lebensnarrative geht, also nicht nur zu gucken, was für Eigenschaften haben Personen im Verhalten oder so, sondern wie erzählen Personen ihre Geschichte. Oh, okay. Und das finde ich super spannend, also wie erzählen Personen, wo sie hergekommen sind. Also mehr die Handschrift als der Inhalt. Genau, also was hat sie zu dem gemacht, wie sie jetzt sind, was ist der Ausblick, wohin, was ist das Ziel, wohin soll es gehen und das finde ich total spannend, wie man das auch sich so selbst erzählt. Wir neigen alle dazu, irgendwie so eine Lebensgeschichte zu basteln, die irgendwie dann irgendwie so, so rund und schlüssig ist, dass irgendwie alles Sinn ergibt. Es macht es häufiger, viel weniger als man denkt. Es macht viel weniger Sinn, als man denkt eigentlich. Ja, ja, es ist super viel Zufall dabei. Genau. Super viel Zufall. Und wir rennen halt in Richtungen, und klar, wir rennen in bestimmte Richtungen, aber das könnte auch die, die, die oder die gewesen sein, was eine berufliche Orientierung angeht, an den Ort, wo wir leben, die Partner, die wir kennengelernt haben. Also, es gibt ganz, ganz viele, und das finde ich spannend, das einfach so für sich selbst zu reflektieren. Wie ist es denn jetzt eigentlich? Was war Zufall? Was war eine Entscheidung, die du gefällt hast? Was war richtig? Was war falsch? Aber auch, also es gibt so Situationen, wo ich sage, okay, das waren echt tiefe Krisen, wo ich sage, okay, ich habe mich von meiner Partnerin getrennt, wir haben ein Kind gemeinsam gehabt. Boah, das ist schwer. Ja. Neue Partnerin kennengelernt, ein neues Kind bekommen. So, du guckst ja nicht dann zurück da drauf und sagst, das war ein Fehler, weil du hast jetzt ein neues Kind. Hast einen neuen Partner, ein neues Leben, weil was gut funktioniert. Und das, das sind schon so Situationen, die ich, also, in all dem Streben nach irgendwie beruflichem Erfolg und weiterkommen, Neues machen, wo ich es schon wichtig finde, da so ein bisschen, auch für sich so eine, so eine Lebensreflexion zu haben und auch irgendwie so ein bisschen zu sehen, das hat auch schon alles irgendwie Ecken und Kanten und auch Konsequenzen, was man so tut und ist nicht irgendwie alles einfach nur blumig. Wie, also du musst jetzt nicht antworten drauf, du musst es auch nicht reinstellen, aber wie kriegt man, also wie kriegt man das hin, weil da denke ich mir, das ist zwei Sachen. Also erstmal zu den Zufallssachen, ich glaube, was wir Menschen machen ja immer so, vor allem wenn man jünger ist, hat man so diese große Entscheidung, was mache ich jetzt mit meiner Zukunft, was mache ich jetzt da und dann ist man so paralysiert, weil im Internet gibt es so große Qual der Wahl, die endlosen Möglichkeiten und anstatt halt so zu verstehen, ey, das ist halt auch viel Zufall, der da mitschwingt und dieses einfach mal machen und durch dieses Machen hast du laufend immer Optionen, wo sozusagen halt dann der Zufall passieren kann, versus, dass der Zufall in deinen Keller reinregnet, was nicht passieren wird und auf der anderen Seite eben so wird ja keiner jetzt wahrscheinlich so sagen, ja, ich will jetzt fünf Partnerinnen haben oder zwei oder ein Kind mit ihr und das andere mit ihr und trotzdem finden sich Leute in so einer Situation wieder und ich glaube, das ist ja auch mal so, wenn ich jetzt mit einem Psychologen sprechen würde, glaube ich schon, also ich merke das ja selber, wenn man älter wird, es ist ja so, ist ja keine so einfache Entscheidung und es kann ja immer sein, dass man vielleicht mit einer Person zehn Jahre verbringt, fünf Jahre, wie viel auch immer ein Kind hat, aber dann irgendwie, dass es dann halt nicht passt und für mich wäre das sehr schnell so eine Überforderung psychisch, weil man ja, weil man ja auch irgendwie sich verpflichtet fühlt, weil man loyal sein will, gleichzeitig aber dann vielleicht auch irgendwie selber merkt, ey, das funktioniert nicht und dann halt noch selber dieses Beispiel zu haben, woran es jetzt gelegen ist, weiß ich nicht, ist schon eine krasse Frage, die ich mir stelle, weil ich glaube, viele Leute haben so ein... Ja, ich finde es sehr herausfordernd, also ich glaube, wichtig ist, was für Lösungen man dann da irgendwie rauszieht, ne, also ich bin, also in meinem Fall, ich bin total dankbar, dass wir das so hinbekommen haben, dass es tatsächlich in der Gesamtkonstellation funktioniert, also meine ehemalige Partnerin wohnt im selben Ort und meine erste Tochter ist drei Tage die Woche bei mir, vier Tage die Woche bei ihr, verstehen sich alle miteinander, man kann... Das klingt ja gut. Und das ist was, das funktioniert natürlich nicht immer, aber ich kenne auch viele Beispiele, wenn das nicht funktioniert und wenn man sich dann auch über die Kinder, ne, über den Kopf und der Körper noch Sachen austrägt, die irgendwie nicht, weiterhin nicht geklärt sind, dann kann das halt echt eklig werden und da bin ich extrem dankbar, dass das so gut funktioniert und das sind aber auch so, also so Erfahrungen habe ich schon gemacht, dass man anerkennen muss, dass das Leben halt nicht immer so straight ist und so funktioniert und ich bin auch, also ich bin auch in so Patchwork-Konstellationen total aufgewachsen und auch da, ne, wenn man sich so ein bisschen, ne, zusammenreißend aufeinander einlässt, ne, dann kann das auch auf lange Sicht funktionieren, ne, ja. Ja, ich werde auch Stiefvater und dann Halbgeschwister und so, das ist, kann auch cool sein. Ja. Ich glaube, man muss sich einfach anpassen, so. Ich glaube, das Leben, also es kommt halt, wie es kommt und dann muss man sich halt einfach anpassen. Also, das ist meine Devise, so dieses Romantisieren von dem perfekten Leben, was so erzählenswert und toll ist und andere Leute das super finden, das ist voll der Scheiß. Also, ich glaube, da setzt man sich nur selber, irgendwie macht man sich selber nur verrückt mit. Weiß nicht, wie ich die Frage stellen soll, aber du hast ja, ich meine, du wirst ja super neugierig sein, deswegen hast du Psychologie angefangen zu studieren, deswegen unterrichtest du, du forschst. Was sind so Fragen, mit denen du vielleicht ins Studium reingegangen bist, die du dir heute noch stellst und die du gerne beantworten wollen würdest? Also, was wären so drei Fragen oder auch, kann ja auch mehr sein, weißt du, wo du sagst, ey, scheiße, Mann, ich will wissen, was die Antwort darauf ist. Oder gibt es solche Fragen, würde ich nicht. Doch, doch, auf jeden Fall. Also, was ich schon echt spannend finde und was einfach extrem ungeklärt ist, wie Menschen zueinander finden, also wann das Klick macht. Das ist jetzt nicht, meine ich nicht nur in romantischen Beziehungen, sondern auch Freundschaften oder im Arbeitsumfeld. Also, was macht diesen Match irgendwie aus und das Interessante daran ist, dass wir irgendwie alle dazu Ideen haben, aber dass wir in der Forschung überhaupt keine Antworten darauf haben. es gibt, klar haben wir Partnerbörsen, die sagen, hier, Parship macht unseren Test und zack. Das ist alles Bullshit. Alles wirklich nur Marketing und es sei denn, keine Ahnung, wir haben irgendein Forschungsteam, das einfach besser ist, als die Jahrzehnte jetzt Forschung international, die gemacht wurden dazu. Die haben die Casinos als kleine Forschungsinstitute, die sie benutzen, aber das ist ein anderer Grund, warum wir das benutzen. das ist das. It's the novelty seeking im Endeffekt, wodurch das stabil ist, weil du quasi die ganze Zeit neue Frauen swipen kannst, aber nicht, weil du jetzt dort stabile Beziehungen hast. Das ist ja auch gar nicht, also, das ist ja auch gar nicht, worauf ein Tinder optimieren will. Will ein Tinder, dass du die App deinstallierst und die Frau findest für dein Leben? Also, aber nur aus marktwirtschaftlichen Interessen, also, da beißt sich ja die Katze in den Schwanz. Ja, und also, diese Entscheidung finde ich irgendwie interessant, weil also auch da wieder extrem viel Zufall irgendwie in der Rolle zu spielen scheint, wie solche Begegnungen stattfinden, was dann ausgetauscht wird und wie sich das dann selbst verstärkt, so dass man irgendwie zueinander findet. Hast du Theorien dazu? Also, ich glaube schon, dass es so Präferenzen für eine bestimmte Art von Verhalten gibt, die wir irgendwie haben und die können, glaube ich, sehr, sehr unterschiedlich sein, woher die kommen. Also, ich habe das sehr wenig verstanden, warum, dass wir irgendwie, keine Ahnung, in früheren Jahren bestimmte Menschen kennengelernt haben, die auf eine bestimmte Art und Weise sich verhalten haben und dann andere erinnern uns wieder daran, muss gar nicht bewusst sein und wir dann deswegen auf so eine Verhaltensweise anspringen. Also, das kann, glaube ich, sehr, sehr individuelle Gründe haben, warum das so ist. Aber wir haben auch, also, wenn man sich jetzt so normale Persönlichkeitseigenschaften anguckt, Präferenzen für mehr oder weniger stressiges Verhalten von anderen. Also, dass wir das aushalten können, wenn Leute laut sind, einem aus dem Konzept bringen und so weiter und eher Präferenz für ruhige Menschen. Also, solche Unterschiede gibt es schon. So generelle quasi. So generelle Präferenzen und das kann dann in so einem Gespräch dazu führen, dass man sich dann stärker auf eine Person einlässt, dann mehr von sich erzählt und dann plötzlich die andere Person auch mehr self-revealed und dann sich darüber was entwickelt. Also, irgendwo brauchst du Schalter, wo man, wo man sich irgendwie die Person öffnen kann. Aber das ist extrem schwer rauszufinden, woran das liegt. Also, eine Idee, das schauen wir uns gerade an, wir haben so große Speedhating-Studien gemacht. Okay, interessant. wo wir Leute, also einfach ganz normales Speedhating angeboten, nur bei uns im Labor, wo Personen auch einfach nur neue PartnerInnen kennenlernen konnten und dann dabei haben wir sie eben auch videografiert und wir versuchen jetzt mit so unangenehm mit AI, Machine Learning, Algorithmen eben rauszufinden, welche Art von Verhaltensweisen mit welchen Einstellungen von Personen, ob man da irgendwie so Matching herstellen kann. Weil bisher die ganzen Dinge, Dinge, die wir haben, sind nur so Persönlichkeitsmessungen von den beteiligten Personen, die einfach vorher gemacht wurden. Und dann versucht man, die zu matchen und kann ich damit irgendwie vorhersagen, wer sich irgendwie kennenlernen wird. Und das scheint nicht zu funktionieren. Und du kannst nicht extrapolieren sozusagen. Genau, ich kann nicht sagen, weil diese Personen jetzt, keine Ahnung, weil sich Personen ähnlich sind in ihrer Persönlichkeit oder gerade weil sie gegensätzlich sind. Also dieser Mythos von viel Ähnlichkeit, bisschen Gegensätzlichkeit und ein paar Sachen, die man will, was die andere, das ist alles Quatsch. Nee, also das, was man weiß, ist, dass halt so soziodemografische Geschichten ähnlicher Bildung stammt, dass da Ähnlichkeit schon ein Faktor ist. Aber jetzt nicht im Persönlichkeitsbereich. Und da ist jetzt unsere Idee, wenn wir das jetzt paaren mit den gezeigten Verhalten, was wir im Video aufnehmen, vielleicht kommen wir dann an solche Matchings ran. Dass wir sagen, okay, Einstellung, eine bestimmte Sensitivität für eine bestimmte Art von Verhalten, dass wir da so Matching vielleicht herstellen können. Das ist witzig, weil ich habe mir das immer so vorgestellt, so mein Bild von der Zukunft wäre so, vor allem für so schüchterne Menschen, ich bin ja selber auch so ein bisschen schüchtern, stellst dir wie so eine Bar vor, wo du halt genau sowas ausmisst, wo du so subtile Interessensmarker hast, wie so ich gucke kurz irgendwo hin, dann hast du zwei, drei Blickkontakte und bla bla und dann tun sich immer die Sitze quasi tauschen und dann hast du, verstehst du, was ich meine? Dann hast du sozusagen immer so dynamisch diesen Wechsel, immer sehr kurzfristig und dann guckst du halt, was passiert oder was nicht. Ja, cool. So ein bisschen finde ich aber spannend, das herauszufinden. Also ich frage mich das auch. Also ich glaube, das ist aber echt, ich frage mich, ob wir, ob man für sowas unbedingt sowas wie künstliche Intelligenz braucht, weil das ist wahrscheinlich echt brutal viel Daten, die du dort auch irgendwie modellierst. Aber vielleicht gibt es auch diese ein paar Sachen, die man übersieht, aber irgendwie habe ich das Gefühl. Ja, ich meine, das ist ja auch einfach alles sammeln und gucken, ob man irgendwelche Muster findet, die man übersehen hat. Ja, ja, ja. Klar, kann man auch andersrum sehen, wir müssen nochmal genauer darüber nachdenken, wir finden irgendwie das eine, wo wir denken, theoretisch, wer gibt es denn? Und dann finden wir es vielleicht, aber bisher nicht. Ich glaube, es hat halt so viele Wechselwirkungen miteinander, dass quasi daraus du wie so eine, wie sagt man, Emergenz quasi hast, aus irgendwie vielen verschiedenen Faktoren. Ja, ich weiß nicht, es ist so, ich finde auch manchmal, du hast vorhin diese Handschrift erwähnt, also was mir zum Beispiel voll auffällt, ist die Art und Weise, wie man spricht, voll oft, weil man darüber viel mehr connecten kann, als über den Inhalt, weil ich bin ja inhaltlich, bin ich ja voll isoliert, weil ich kann ja zum Beispiel ganz andere Inhalte konsumieren als du, aber wenn man quasi im Gedankengang sieht oder in der Kommunikation und Sprache, dass man eine ähnliche oder zumindest sich verständigen kann auf die Art und Weise, wie man darüber spricht, ich finde das zum Beispiel super sympathisch oder annähernd, weil ich dann in so ein Gesprächsflow komme mit einer Person oder mit einer Frau, mit Humor, also das ist für mich so ein Riesentüröffner, wo ich so merke, das ist wie so ein, weißt du, wie wenn ich jetzt Pingpong spielen würde und wir so einen schönen Spielfluss kriegen, auch wenn wir zwei Spielflussziele haben, die anders sind, aber der Ball fliegt halt gut. Total, kann ich total nachvollziehen, also auch dieses, also im besten Fall kriegt man das ja so hin, dass es sich wirklich wie so ein Flow anfühlt, also dass man, mit Sachen jongliert, dann auf Sachen eingeht und ja, vielleicht ist es so ein Punkt auch, dass die Frage ist, wann ergibt sich sowas, bei welchen Personen, bei welchen Themen, aber auch bei welcher Art über Sachen nachzudenken, Sachen zu strukturieren oder das ist spannend. Ich finde das halt auch spannend, weil es ist so, diese Art von Flow hat was, es ist ja nicht so, keine Ahnung, jetzt gibt es ja immer diese Flow-Forschung, aber es ist ja nicht so replizierbar, also ich kann jetzt nicht sagen, ey, mach das, 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 das und du landest im Flow und irgendwie macht das ja auch diese Magie aus, dass du quasi so eine Art von unberechenbarer, chaotischer Chemie hast. Ja, im Prinzip ist ja beim Flow ist ja schon die Idee, dass so on the edge zwischen irgendwie auch wieder Sicherheit und Überforderung, ja, ja, ja. Und wenn ich mir das jetzt übertrage auf so eine Gesprächssituation, dann sollte es ja dann hergestellt werden, wenn ich irgendwie das Gefühl habe, okay, da ist Interesse da, dass es so nicht sozusagen so riskant sein kann, dass die andere Person denkt, oh je. Aber es kann auch schief gehen. Aber trotzdem ist irgendwie so eine Herausforderung da in irgendeiner Weise. Ja, ja, ja. Das ist ja auch das, was beim Flirting irgendwie ein entscheidender Faktor ist. Das machst du ja so rousing. Dass es nicht nur nett ist, ja, ja, ja. Sondern dass es irgendwie eine Herausforderung ist, dass irgendwas rausgekitzelt wird, das provoziert wird, so, ne. Ja, so eine Doppeldeutigkeit und so weiter, also das ist so ein bisschen wie so mit 200 in die Kurve. Weil du kannst sie gut fahren, aber du kannst auch rausgetragen werden. Nee, nee, das ist geil. Ja, dieser Flow ist, ich, das ist schon, wie soll ich sagen, das ist halt nicht, ich finde dieses nicht reproduzierbare daran zum Beispiel so interessant, weil du weißt ja nicht, wann das passiert und du merkst ja gerade auch selbst, das ist so eine kurz, sehr überraschend. Also es hat irgendwie so ein, ich weiß nicht, es ist halt, ja, ja, genau, es gibt kein Rezept, wo du sagen kannst, okay, jetzt habe ich es einmal gelernt und jetzt mache ich das jedes Mal wieder neu. Aber du musst ja haben, das Rezept, weil es halt etwas ist, was dann konstant. Ja, aber das, also das, wenn es jetzt ein Rezept dafür gibt, dann wird das ja wahrscheinlich auf so ein bisschen einer übergeordneten Ebene sein, hab so eine Haltung, wenn du in das Gespräch gehst, ne, hab diese Form von Interesse an der anderen Person. Das stimmt, da gibt es so ein paar Grundregeln, die das, wie so ein Feld halt im Endeffekt quasi, das so, damit du das überhaupt möglich machen kannst, so wie mit dem Flow, wie du es gerade beschrieben hast. Gerade irgendeine andere Sache noch in meinem Kopf, aber ich hab's nicht, ich krieg's gerade nicht, ich krieg's nicht noch mal raus aus mir. Was ich an dieser ganzen Frage nach Sympathie und zwischenmenschlicher Chemie, das war jetzt, wir sind ja gerade erst bei einer Frage hängen geblieben, die du dir gestellt hast, aber welchen Effekt auch zum Beispiel so Social Media und das Handy an sich hat, weil ich zum Beispiel habe das Gefühl, dass zum Beispiel so Sachen wie Novelty Seeking, also jetzt nur so als ein Beispielsbegriff für mein Handy, wenn ich zum Beispiel da drauf bin und ich dann, keine Ahnung, problematischen Konsum hab von meinem Handy, weil ich dann irgendwie sag, oh, TikTok ist gerade voll interessant oder das oder das und ich hab quasi so ein Wettrüsten nach Aufmerksamkeit, dann finde ich persönlich, dass mir manchmal diese Langeweile fehlt oder ich wie so ein Kaktus bin im Regenwald, der quasi überstimuliert ist und dann hast du dich quasi an etwas gewöhnt und dann ist es vielleicht für dich auch schwieriger mit anderen Menschen zu connecten. Vielleicht, ich weiß jetzt nicht, in welcher Altersklasse dieser Effekt vielleicht sichtbar ist oder nicht sichtbar ist oder es jetzt super individuell ist von mir, aber es gibt so schon Phasen, wo ich echt merke, dass halt zum Beispiel so das Handy zu viel Medien, zu viel Konsum echt krass abstumpft und auch dieses Verlangen danach oder auch die Möglichkeit mit jemandem connecten weniger werden lässt, weil das ist ja auch so eine Art von Immersion und Aufmerksamkeit, die man ja über einen längeren Zeitraum überhaupt ertragen können muss. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel eine Aufmerksamkeitsspanne habe, die irgendwie zwei Minuten ist und du dann das Gefühl hast, du musst jetzt gehetzt erklären, weil ich jetzt gleich wieder an meinem Handy bin oder so, dann unterbreche ich ja jedes Mal diesen Zustand und sage zum Beispiel, ey, ich brauche vielleicht einen Zustand von 30 Minuten, damit ich quasi überhaupt so eine Immersionstiefe habe, damit ich zum Beispiel eine notwendige Bedingung von zwischenmenschlichem Flow erreiche. Das kann alles nur so hypothetischer Schwachsinn, in dem ich rede. Aber verstehst du, was ich meine? Total, total. Nee, also ich kann das total gut nachvollziehen. Und ich meine, das ist ja generell so, dass, also mir geht es zumindest auch so, ich finde es total nachvollziehbar, dass dieser Handykonsum halt schon viel wegnimmt von, ja, diesem, also diesem Geisteszustand, wo erstmal nichts da ist, also wo ich, so an der Bushaltestelle stehe, ja. Ich glaube, es gibt ja fast kaum noch Leute, die nicht dann mit dem Handy da stehen, aber eigentlich ist es, glaube ich, total wichtig, eben diese Momente zu haben, wo nichts ist, wo man, wo die eigenen Gedanken einfach sortiert werden, wo man nochmal Sachen reflektieren kann auch und das findet natürlich in Gesprächen und auch vor und nach und während Gesprächen auch die ganze Zeit statt, dass man nicht irgendwie versucht, okay, die Antworten zu geben, die jetzt halt gerade offensichtlich notwendig sind, sondern wirklich nochmal ruhiger, entspannter sich auf eine Person einlassen kann. Ich glaube, das ist total wichtig und inwiefern es da irgendwie langfristige Effekte von Handykonsum gibt, weiß man nicht so genau. Also auch da bin ich wieder so ein bisschen skeptisch, dass jetzt irgendwie jetzt die Juden von heute so irgendwie so umgemodelt wird dadurch. Ich glaube nicht, dass so sich die Bedürfnisse nach einem engen sozialen Austausch irgendwie langfristig verändern werden, aber ich denke, das ist schon so, dass es das stören kann, dass man das umsetzen kann und dass auch diese Gewöhnung an eben unmittelbare, schnelle Belohnungen, dass die, wie du gesagt hast, abstumpfen kann. Stellt ein Handy beim Speeddating nichts mehr hin und die kriegen die ganze Zeit Benachrichtigungen. Das wäre interessant. Das würde dann auch wahrscheinlich den ein oder den Effekt haben. Wobei, die hatten nur drei Minuten gehabt. Das heißt, das ist schon sowieso sehr kurz. Das ist schon sehr kurz. Okay, da kondensiert man es schon aufs Wesentliche. Das finde ich spannend. Was ich mich frage, ich gebe mal eine Frage an dich, vielleicht hast du ja darauf eine Antwort. Was ich mich zum Beispiel frage, was so eine psychologische Frage ist, die ich mir länger stelle, ist, was so ein optimales Verhältnis ist, und das ist jetzt vielleicht die Frage schon dumm nach einem optimalen Verhältnis, aber ich versuche die mal zu formulieren, ist zwischen Denken, Introspektion und Machen. Das ist wahrscheinlich bei mir eher, ich bin ein introvertierter Typ, der eigentlich einen hohen Need hat, nachzudenken, wirklich sehr hoch und mich sehr gerne mit Sachen tief und lange beschäftige, isoliert, absorbiert, aber in dem Umfeld bin, wo ich sehr viel tun muss, eben hier jetzt Output, danach Output, davor und jetzt halt in dem Umfeld bin, wo ich sage, okay, ich habe jetzt weniger Zeit nachzudenken, als ich eigentlich gerne hätte und ja, da finde ich so die Wechselwirkung spannend, wenn ich jetzt schon jemanden da habe, der intelligent ist und gebildet, diesbezüglich, da frage ich mal. Ja, also ich glaube, ich kann hier auch nur eher so meine vorgeprägten Assoziationen zu sagen, also erstmal gibt es natürlich Unterschiede darin, wie stark das Bedürfnis ist, hast du ja selbst gesagt, also wie stark Menschen über Sachen nachdenken, Need for Cognition, also Bedürfnis danach über Sachen nachzudenken oder eher vor allen Dingen tun wollen, aber ich glaube, wichtig ist ja auch, in welchen Situationen mache ich was, und wie funktional ist es dann, wann ich was mache, also wenn es Handlungsoptionen gibt, ist es meistens ziemlich gut, über Sachen gründlich nachzudenken. Die gibt es immer, man kennt die noch nicht. Das ist ja ein Grund, warum man nachdenken muss. Ja, ja, aber es gibt manchmal auch Situationen, in denen muss man einfach abwarten, also man weiß nicht, also ob jetzt die Bahn heute fährt oder nicht fährt während des Streiks, das werde ich erst später erfahren und stimmt scheiße. Genau, aber es ergibt jetzt überhaupt gar keinen Sinn, darüber nachzudenken, weil das wird sich sowieso erst später herausstellen. Und das kann natürlich dann auch schon dysfunktional werden, wenn es jetzt um andere Themen geht, also Fragen, wie läuft meine Beziehung schief oder habe ich eine schlimme Krankheit, also diese Ruminationsprozesse, die da stattfinden und die können natürlich extrem dysfunktional sein, wenn man sich dann immer wieder um Sachen dreht oder gesellschaftliche Krisen, oh je, wie schlimm wird das und also bei Corona haben wir das erlebt, dass Personen, die so sehr stark neurotisch sind wieder, dass die deutlich stärker in solche Kreisläufe reingekommen sind, die haben sich stärker beschäftigt mit der Thematik, haben dadurch mehr Sorgen gehabt um sich und andere, denen ging es deswegen schlechter und die sind ohnehin schon auf einem niedrigen Niveau, was das Wohlsein angeht. Und da wird sozusagen dieses darüber nachdenken über Sachen kann auch dann das funktional werden. Ist das nicht auch manchmal bei Nachrichten eine Art, sage ich mal, so ein Parameter, für den die optimieren, also die quasi sagen, ich will ja auch den ruminierenden Zeitungsleser haben, den ich sozusagen immer wieder mit einer neuen kleinen Information füttern kann, dass er eben diesen Ruminationsprozess in Gang setzt. Das heißt, es ist schlecht für ihn, aber es ist gut für meine Klicks, Zuschauerzahlen, Aufmerksamkeit. Ja, das gibt es ja auch bei TikTok, das ist wirklich sehr problematische Phänomen, wenn es so um depressive Erkrankungen geht, wo Menschen sich im Prinzip ihre auch Suizidgedanken teilen und so weiter und Personen wirklich in so eine Blase reingezogen werden zum Teil. Also das kann dann schon sehr problematisch werden. Aber auf einer anderen Ebene ist es, glaube ich, also jetzt außerhalb von solchen wirklich schweren Fällen, außerhalb von TikTok, außerhalb von TikTok, ja, glaube ich, wirklich wichtig, ich glaube, beide dieser Phasen zu haben, also zu überlegen, zu planen, aber auch zu tun. Also, ich kenne das auch, wenn wir in Projekten mit Menschen zusammenarbeiten, dass es manche gibt, die alles noch perfekter planen wollen, aber nie anfangen damit. Und das ist dann auch ein Problem. Und andere, die halt direkt anfangen wollen, ohne erstmal die Grundprinzipien zu klären. Und die fangen dann dumm an, ja. Gesellschaftsspiele spielen, da unterscheiden sich Menschen auch sehr. Weiß nicht, ob du das kennst, oder ob das junge Menschen überhaupt noch machen. Welche? Ja, ja, welche Spiele? Monopoly? Ja, Zittler von Katar, Monopoly irgendwie, so was. Und da gibt's, wenn man jetzt ein neues Spiel rausholt, was noch niemand kennt, da gibt's Unterschiede, wie man das anleicht. die einen, die Anleitung? Wir fangen jetzt einfach mal an. Ja. Und die anderen, die erstmal eine Stunde lang die Anleitung ganz genau mit allen Sonderregeln und dann besprechen, ob auch jeder das verstanden hat. Und das ist so ein bisschen dieser Unterschied. Kann beides funktionieren, ne? Ich war früher einer, der wahrscheinlich, ich bin so eine Mischung aus beiden, muss ich echt sagen, das hängt voll davon ab. Ich bin wahrscheinlich von meinem Gefühl her einer, der das Ding jetzt einfach auspackt und sagt, wir fangen jetzt an zu spielen, aber ich hab auch sehr große Sympathien für den, der die Bedienungsanleitung liest. Ich bin wahrscheinlich einer, der sagt, ey, ich guck, wer die Bedienungsanleitung gerne lesen will und wir fangen schon mal an. So würde ich's machen. Nee, aber das ist witzig auf jeden Fall. Was für Fragen hast du noch? Also tatsächlich diese Frage nach der Entwicklung von Persönlichkeit finde ich super spannend. Und zwar sowohl, wenn man jetzt mal aus dem Erwachsenenalter guckt, woher das kommt, wie das wirklich konkrete Zusammenspiel von Genetik, Umwelterfahrungen ist. Wir wissen irgendwie, beides spielt eine Rolle, aber wir haben ganz wenig Einsicht in die konkreten Faktoren. Bei welchen Lebensereignissen, mit welchen irgendwie, genetischen Vorbedingungen ergibt sich so ein Lebensweg. Das ist extrem unverstanden und eine total wichtige Frage. Das finde ich wirklich wichtig. Und dann auch verbunden mit der Frage so selbstgesteuerte Persönlichkeitsentwicklung. Also wenn ich gezielt mich weiterentwickeln will in der Richtung, das gibt es ja auch ganz viel, dass Menschen sich das vornehmen, wie gut funktioniert das und wie funktional ist es denn auch wirklich, sich in eine bestimmte Richtung zu entwickeln. So positive psychologiemäßig. Genau. Im Prinzip ist es aber, ich meine, eine Therapie ist auch nichts anderes als eine gezielte Persönlichkeitsentwicklung. Und kann man sich schon fragen, also was kann man da machen und ist das eigentlich immer so sinnvoll? Also es gibt ja schon, man kann ja schon so ein positives Persönlichkeitsprofil aufmachen. Wenn man jetzt Big Five nimmt, könnte man sagen, Personen, die emotional stabil sind, ein bisschen extrovertiert, offen, verträglich und gewissenhaft, super, so sollten alle sein. Und so Persönlichkeitstrainings, die werden ja mit hoher Wahrscheinlichkeit auch eher in diese Richtung angelegt sein. Und das finde ich schon sehr spannend. Gleich machen, alle gleich machen. Die optimale Persönlichkeit. Ja, und das finde ich spannend, für wen funktioniert das und wo hat es dann auch negative Konsequenzen? Also weil für den hypothetischen Fall, wir hätten alle dieses Persönlichkeitsprofil, das funktioniert ja auch wieder nicht, weil wir ja nur begrenzte Ressourcen haben für jede Art und Weise sich zu verhalten. Und weil es auch Trade-offs gibt wieder. Genau, das ist das Ding so. Und insofern auch da wieder die Frage, wenn Weiterentwicklung, für wen ist denn eigentlich welche Weiterentwicklung gut? Ich bin da voll der Überzeugung, dass man mit Vorbildern arbeiten sollte, die einem auf eine gewisse Art und Weise ähnlich sind, weil man dort sozusagen halt echt ressourceneffizient sieht, ey, keine Ahnung, jetzt du bist in einer Domäne tätig, ich bin jetzt, was ich Influencer und dann gibt es jemanden, der ist da ähnlich oder der macht irgendwas, was für mich so einen Vorbildswert hat. Ist für mich halt so die einfachste, eleganteste Lösung, weil du, oder man hat ja viele Vorbilder, aber weil man halt einfach sieht, ey, wie ist der das konkret angegangen und vor allem sieht der einen Möglichkeitsraum, der erstmal mir gefällt, wohingegen, wenn ich jetzt jemanden gehe, der das nicht hat, der kann ja vielleicht auch wieder hier dieses Baby mit dem Badewasser rausschmeißen, weil man sagt, ey, keine Ahnung, deine Extrovertiertheit ist scheiße oder du bist zu offen, wir machen dich jetzt, mach jetzt mal hier den Rollladen zu. Weißt du, was ich meine? Also du kannst dann halt echt so krasse Verschlimmbesserungen haben, wo du dann irgendwie, was weiß ich, so, ich glaube, typisches Beispiel ist, wenn ich so ein bisschen ADHS-Tendenz habe und ich sage, ja, ich muss jetzt still sitzen lernen können. So, warum? Also wenn ich dann im Spazierengehen das halt mache, dann kriege ich es halt so hin. Ja, du meinst mir zu sagen, wenn ich ein Vorbild habe, dann kann ich mir konkreter an einem Verhalten abgucken, ah, so geht es auch oder so kann ich... Also hier, was ich meine ist quasi, okay, ich habe jetzt zum Beispiel jemanden, der ist ein extremer Charakter, nenne ich es mal. Okay, weil jeder hat ja irgendwo vielleicht auf seine Art und Weise nicht durch die einzelnen Merkmale, aber vielleicht durch die Kombinatorik, Individualität gleich extrem. Ja. So würde ich es jetzt mal beschreiben. Das ist etwas, was man selbst erst mal ist und dann gibt es etwas, was man gerne sein will und dazwischen gibt es ein Spannungsfeld. Und dann finde ich halt jemanden, der, wo ich sage, ich kann mich mit dem identifizieren, das heißt, der Startpunkt ist irgendwo da, das ist nicht so weit weg, aber es ist auch eine Richtung, in die ich gehen möchte. Also das heißt, so, das ist das. Und dann kann ich quasi dort beobachten, ey, was gibt es da? Vielleicht habe ich auch direkten Zugriff auf die Person und kann auch nach Mechanismen, wie sie über Sachen nachdenkt oder so, vielleicht auch durch Podcast oder so Material. Und dann kann ich mir diese Fragen halt beantworten, weil diese Person sozusagen einen Möglichkeitenraum sieht, den sieht zum Beispiel jetzt der Therapeut oder jemand anders, der Normalität als Zielwert hat, der sieht das nicht, weil dem seine Option ist quasi nur zurück auf runterfahren oder vielleicht sagt der andere auch, ey, deinstallier dieses Limit und geh da noch. Also das sind, verstehst du, was ich meine? Total, ja, total. Also das finde ich total wichtig, also vor allen Dingen, weil das halt direkt an eine Lebensrealität gebunden ist. Genau. Das ist übrigens in Therapie, wird das auch immer stärker kommen, dass man eben nicht nur die Daten aus den Therapiesitzungen nimmt, weil die haben ja nur diese Gesprächsdaten, manchmal auch noch Video und so, sondern dass die PatientInnen auch Daten aus dem Alltag mitbringen, um zu gucken, wie funktionieren die Personen denn im Alltag? Weil das ist genau das, was man ja schaffen muss, also Weiterentwicklungen, Wege zu finden, die auch umgesetzt werden können in dem Umfeld, in dem Personen nun mal sind. Das finde ich total wichtig. Aber die Frage teile ich auf jeden Fall, diese Frage nach Persönlichkeitsentwicklung und wie kann man sich entwickeln, was für Mechanismen, wie funktioniert das? Ja, und auch woher kommen diese Wünsche? Wie sehr kommen die wirklich aus einem raus? Wie sehr kommen die aus Erwartungen von anderen, die man hat? Und ich glaube dann schon diesen Abgleich wieder, was will ich? Was kickt mich? Was kann ich aber auch tun? Also was sind die Verhaltensoptionen, die ich einfach habe? Wie ist mein Range, den ich überhaupt zeigen kann, indem ich mich noch wohlfühle? Und ich glaube, im Endeffekt kann man sagen, dass man solche Ideen sammeln, kann und dann wirklich diese Challenges einfach wahrnimmt. Also ich glaube wirklich ausprobieren in unterschiedlichen Situationen, um beides rauszufinden. Was kann ich tun? Wobei fühle ich mich wohl? Was kickt mich? Und dafür muss ich tun. Wahrscheinlich tun wir alle tendenziell eher zu wenig. Also weil wir einfach das tun, was wir kennen, mit dem wir uns wohlfühlen und viel zu viele andere Sachen zu tun haben, als irgendwie fundamentaler nochmal was anderes zu probieren. Das ist ein richtig, richtig guter Punkt. Ich sehe das echt genauso. Ich glaube, da gibt es ja auch sehr gute, ich weiß nicht, wie der heißt, es war irgendein Ingenieur, der quasi so Erkenntnisgewinnungsforschung gemacht hat, blablabla, er hat auch gesagt, ey, also allein in den Wissenschaften, die ja vermeintlich der theoretischste Bereich sind überhaupt, hat er gesagt, der größte Erkenntnisgewinn ist immer mit Leuten passiert, die ausprobiert haben. Also so, und das ist, du lachst gerade so, aber das ist halt genauso, glaube ich, manchmal diese Überakademisierung von Sachen. Ich finde es schon wichtig, wenn man quasi ein Phänomen hat und es erklären möchte und blablabla, dann gibt es halt, ist ja auch Psychologie, super statistisches Feld, weil Statistik aber der Weg ist, wie wir sozusagen diese Individualität irgendwo approachen können, weil wir es halt dadurch, wir versuchen es messbar zu machen. Aber es ist ja nicht der einzige Zugang, den wir dazu haben, sondern es ist ja auch quasi die Einzelgespräche und so weiter. Oder auch das Erleben von den Menschen, aber wir können das halt schwer messen. Und das ist sozusagen unser Approach halt dahin. Und ich glaube halt, dieses Ausprobieren von einem selbst ist, so der Psychologe spricht halt von einem anderen Zugang daraus. Er spricht quasi aus der Beobachtung von vielen verschiedenen Menschen und Literatur und was funktioniert und was jetzt stabil oder nicht. Und auf der anderen Seite ist halt der Mensch, der quasi fragt, okay, was soll ich denn jetzt tun? Aber wenn du dich quasi ständig fragst, was soll ich jetzt tun? Oder auf der Suche bis nach der besten Information oder auf der Suche bis nach der besten Strategie und in diesen zehn Jahren jetzt quasi nach der ultimativen Strategie suchst, wäre halt zehn Jahre random ausprobieren. Vielleicht wäre das sogar eine Strategie, die besser wäre als die Suche. Verstehst du, was ich meine? Ja, ja, nee, auf jeden Fall. Also dieses Element, dieses Element, das Ausprobieren ist, glaube ich, extrem wichtig und optimalerweise kann man ja zumindest, weil es gibt ja unendlich viele Möglichkeiten, was man, also wirklich unendlich viele Möglichkeiten, was man ausprobieren kann. Also was vielleicht schon sinnig ist, so ein bisschen das Feld der Sachen, die man vielleicht ausprobieren möchte, so ein bisschen einzuschränken schon durch Vorinformation. Aber dann finde ich es auf jeden Fall, weil das ja auch wieder dem Zufall seine Chance gibt. Genau, also nur kurz die Einschränkung dazu. Also was er gesagt hat, er hat quasi gesagt, das Ausprobieren hat quasi immer einen Zusatz und das ist, das darf quasi kein Todesrisiko haben. Also das heißt sozusagen, die Risiken, die du beim Ausprobieren mitbringst, dürfen halt jetzt nicht deine Position gefährden. Also du wirst dich nicht ausprobieren, aus dem Fenster zu springen oder irgendwelche Sachen zu machen, die halt gefährlich sind. Ja, genau. Es hat immer noch viel übrig an Möglichkeiten. Genau, genau. Dann gibt es genau Unsinniges, wo du ja schon weißt, das ist unsinnig und so weiter, aber es bleibt trotzdem riesige Möglichkeiten Raum, wo du dann... Ja, aber dann, also diesen Raum zu spezifizieren, den man ausprobieren kann, da kann es wieder helfen, halt schon vorher zu wissen, okay, so tickt die Person. Und das sind irgendwie Möglichkeiten. Ja, das muss ich sagen, das finde ich an diesen kognitiven Verhaltenstherapien immer so irgendwie so elegant, weil es halt so, diese Mischung ist aus, okay, verhaltensbasiert, du machst jetzt eben Dinge und wenn du Dinge nicht machst oder Dinge machst, wo du einen Kontrollverlust hast oder die nicht tun möchtest, dir so die Frage stellst, hey, was geht denn gerade in deinem Kopf eigentlich ab dabei? Das finde ich, muss ich schon sagen, diese Verknüpfung finde ich echt elegant. Bist du mal eine ganz kurze Pause mal? Wir haben jetzt geredet über Sympathie, Persönlichkeitsentwicklung, bei der Persönlichkeitsentwicklung, ich habe so ein, es ist nicht so ein teame Lehrbuch, aber so lehrbuchmäßig, positive Psychologie, bla bla, und da steht quasi immer drin, dass deren Interventionen quasi Fruchten taugen, was weiß ich, Selbstmanagement, Kompetenzen und bla bla bla, und, also funktioniert das wirklich alles oder ist das so, weil du gerade gesagt hast, ja, das ist noch die Frage, weil du das halt als Frage, und die das dort so dargestellt haben hast, funktioniere das? Also es ist immer die Frage, für wie lange, ne? Und wenn wir jetzt über Persönlichkeitsentwicklung reden, und wir sagen, okay, hier soll eine Veränderung stattfinden, dann sollte das ja nicht nur in der nächsten Woche so sein, dass Menschen sich anders verhalten, sondern auch tatsächlich über längere Zeiträume. und da haben wir noch gar nicht so, so viel Effekte, wenn es wirklich um so solche Trainings geht, ne? Also wie nachhaltig sind die wirklich? Das häufigste Problem ist, wenn das überprüft wird, dann werden die Leute nach dem Training irgendwie gefragt, wie sie jetzt so sind. Naja, also ich habe jetzt gerade ein Training gemacht und dann... Fühle mich schlechter als davor. Fühle ich mich, genau. Also was man wirklich eigentlich braucht, ist zu schauen, verhalten die sich wirklich anders im Alltag dann danach. Und das prüft keiner. Und das ist auch schwerer zu machen. Es gibt jetzt so ein paar Studien, die das mit diesem, man nennt es so Volitional Personality Change, also zielgerichtet, ich will irgendwas verändern und funktionieren solche Interventionen. Da gibt es jetzt so ein paar Ansätze, die wirklich dann so überprüft werden, wo man zumindest mal die Meinungen anderer einholt. Und das hilft ja auch schon, weil die Meinungen, die andere über mich haben, die müssen ja über mein Verhalten laufen. Andere können ja nicht in den Kopf gucken. Das heißt, Persönlichkeit steht mich auf der Stirn geschrieben. Das heißt, wenn andere den Eindruck haben, dass ich plötzlich anders bin, dann werde ich irgendwie ein anderes Verhalten gezeigt haben. Und da gibt es schon so erste Ansätze, wo man sieht, ja, in gewissen Grenzen ist da Veränderung in die Richtung, die man möchte, möglich. Was ich mich da frage, du hast vorhin gesagt, so ein Wochenendseminar reicht da nicht, weil ich gucke mir das jetzt mal an meinen Körper, jetzt Krafttraining. Ich muss Jahre trainieren und dann sehe ich halt wirklich einen Effekt. Und ich meine, das Ganze ist an Stoffwechselprozesse und einfach körperliche, biologische Prozesse gekoppelt, die eben halt so eine Zeit brauchen, bis man so eine Wirksamkeit sieht. Wieso sollte das in allen psychologischen Belangen nicht auch so eine, ich meine, wenn wir uns zum Beispiel Nervenzellen angucken, das dauert ja, also die sind ja echt nicht so die Schnellsten, weil die halt sehr komplex vernetzt sind miteinander und solche Anpassungen dauern halt eine längere Zeit. Heißt, ist es auch einfach die Erwartungshaltung, die ein bisschen zu... Ja, wir haben dann irgendwie häufig so diese Idee, als wäre das was, wo wir einfach nur einmal einen Schalter umlegen müssten. Ich habe falsch gedacht. Ich entscheide mich jetzt einfach dafür, so zu sein. Und so funktioniert es ja nicht, weil so sein heißt ja wirklich sich so zu verhalten, so zu fühlen, so zu denken und das sind alles Sachen, die sind irgendwie auch in unserem biologischen System verankert. Das heißt nicht, dass das alles genetisch ist, sondern auch unsere Erfahrungen schlagen sich ja dann nieder in unserem biologischen System. Beispielsweise, dass wir bestimmte Sachen gut finden. Also wenn wir sagen, ich will jetzt eine Person sein, der, keine Ahnung, wir hatten es vorhin, von Status, Status nicht mehr so wichtig ist, dann muss sich ja was grundlegend ändern, dass mein emotionales Empfinden, was sehr, sehr Ursprüngliches ist von Menschen, dass das plötzlich anders anspringt. Und das kann man sich schon vorstellen, dass wenn ich viele Durchgänge habe, wo ich immer wieder ein Erlebnis habe, wo ich mich danach positiv fühle. Es kann sein, ich neue Kontexte kommen, neue Menschen kennenlerne, wo das immer wieder plötzlich so passiert. Plötzlich lerne ich, es macht mir Spaß, anderen Menschen zuzuhören, in so einer Gemeinschaft zu sein, das bringt mir plötzlich was. Und wenn ich das jetzt jahrelang mache, dass ich dann auch mein Belohnungssystem wirklich anpasse. Das ist durchaus denkbar, aber eben über lange, lange Zeiträume. was ich ganz spannend finde, ist, dass ja auch die Umwelten, in denen wir sind, schon so ein bisschen unsere Reaktionsmöglichkeiten vorgeben. Also wenn wir in einer Umwelt sind, die extrem wenig so intellektuelle Anregungen bietet, irgendwie wo man auf einem Stereotyp, auf einem ganz konservativen Dorf irgendwie ist, wo es nicht viel gibt, wo es die eine Kneipe gibt, in einem Schützenverein, so und das war's, dann habe ich ja eigentlich gar nicht so stark die Möglichkeit, meine Offenheit für neue Erfahrungen wirklich auszuleben. Ja? Das heißt schon der Weg... Weil sozial immer bestraft wird. Ja, oder weil ich auch gar keine... Oder die Möglichkeit nicht da ist. Ich habe gar keine irgendwie Möglichkeiten, das irgendwie auszuleben. Wenn ich jetzt den Kontext ändere, dann kann es sein, dass ich plötzlich das kann und plötzlich werde ich jemand anders, nur weil ich neue Reaktionsmöglichkeiten habe. Das heißt, es ist gar nicht immer nur so Training am Verhalten, sondern manchmal auch vielleicht so eine passende Umwelt finden zu dem, wie ich bin. Und dann plötzlich kann ich mehr so sein, wie ich bin. Okay, ja, das ist... Ich wollte gerade in so eine ähnliche Richtung gehen. Das ist ja wie zum Beispiel mit... Ich nehme jetzt wieder dieses Trainingsbeispiel. Ja, das dauert lange, bis es funktioniert, aber wenn du so ein gewisses, sag ich mal, die genetische Veranlagung da bist, dann siehst du ja, dass du quasi relativ früh schneller Fortschritte machst als der Rest, was ja in sich eine sehr belohnende Erfahrung ist, weil du sozusagen eine Aussicht gestellt bekommst, dass du Exzellenz erreichen kannst. Und ich glaube, das ist halt so immer diese Frage, diesen Fit zu finden mit, okay, ich habe halt etwas bekommen. Damit bin ich jetzt hier. Damit kann ich unendlich minus zehn Sachen halt nicht exzellent werden. Aber es gibt vielleicht zehn Sachen, in denen kann ich exzellent werden. Und da muss ich halt so viel ausprobieren, bis ich halt diese paar Sachen finde, wo ich so in den Anfangserfolgen relativ zu meinen Mitmachenden, also zu meiner Umwelt quasi schnelle Erfolge verzeichne. Und das ist dann so eine Spirale, die so positiv ist. Also sowas bei mir immer. Wenn ich so gesehen habe, ey, ich mache was, bin am Anfang, aber ich merke, ich lerne schneller als der Rest. Dann ist es, das war für mich immer so diese motivierende Erfahrung. Ach, okay, bam, bam, bam. Ja, weil im Prinzip ist es ja auch ein korrekter Hinweis für dich. Ah, das ist ein Bereich. Es lohnt sich. Also es lohnt sich und da kann ich auch mehr irgendwie. Und das ist dann ja ein Hinweis auf, okay, das ist die Fitten der Umwelt. In diese Richtung sollte ich mehr gehen. Und es ist am Anfang auch nicht so offensichtlich, weil da glaube ich voll viele Leute so immer denken, ey, dieser Fit quasi ist zu finden durch Introspektion und geh in dich rein und such deine Leidenschaft und so. Da denke ich mir so, ja, Bro, aber geh ausprobieren und schau, wie du dich dann fühlst. Also kombiniere quasi ausprobieren mit Introspektion, um herauszufinden, was dir tut. Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also wenn wir nur nachdenken, dann sind wir halt ganz schnell bei irgendwie, was andere Leute denken, dass wir irgendwelche Geschichten kennen, irgendwelche Filme, Bücher, die wir gelesen haben, wo sie sagen, oh, das wäre aber toll, so zu sein. Du benchmarkst immer mit Fantasie und Extrem anstatt mit halt Echtwelt und Leute um dich rum. Nee, das ist echt, das ist echt eine wichtige Sache. Persönlichkeitsentwicklung, ja, also ich bin, ich nehme mal den Podcast jetzt, ich mache das jetzt seit vier oder bald fünf Jahre, glaube ich. 2019 habe ich angefangen, Ende 2019, also jetzt halt dann vier, aber dann, das kommt halt einfach übers Machen. Also das ist halt das, was passiert. Am Anfang auch war es viel, viel schwieriger, viel, 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 viel schwieriger. Aber das hat halt dann auch so Effekte, so Rückkopplungseffekte auf viele andere Teile der Persönlichkeit und liefert dir neue Perspektiven und so. Aber ist es auch so, dass, also ja auch die Frage immer, wie geht es weiter? Ja. Ich stelle mir das jetzt so vor, wenn es, wenn also der Ursprung ist, irgendwie Neues rauszufinden, irgendwie voranzukommen und dann hat man ein System etabliert und ein System etabliert heißt ja schon aus logischen Gründen, es ist etwas Fixes. Ja. So, also, das finde ich spannend. Wie entwickelt man so Systeme so weiter, wenn man eine Persönlichkeit ist, die irgendwie viel Neues ausprobieren will? Mhm. Also, dass sie noch dem eigenen Belohnungssystem entsprechen, weil... Ah, okay, dass du nicht abstumpfst. Der reine Fakt, dass du etwas wiederholt machst, hat ja, damit geht ja ein geringerer Neuheitswert einher. Ja, aber du hast ja eine Variable. Ja. Das ist der Gast. Also, der Gast ist ja sozusagen halt die Neuheit. Verstehst du? Also, es ist ja so, das Spannende ist ja erstmal, ich glaube, also jetzt in diesem konkreten Fall, Beispiel Podcast, ist es so, ich kann quasi, ich habe aufgehört, mich auf den Gast vorzubereiten, sondern quasi die Sachen zu machen, die mich selber interessieren. Ja. So. Heißt, und dann habe ich vor zwei, drei Jahren Persönlichkeitspsychologie gelesen zum Beispiel und dann kann ich jetzt heute darüber reden. Ja. Natürlich jetzt nicht so gut, wie wenn ich frisch im Thema drin stecke, was mir aber eh scheißegal ist, weil ich mir dann halt denke, ey, du bist der Experte, ich brauche dich jetzt nicht beeindrucken mit irgendwie drei Büchern, die ich gelesen habe. Weißt du, was ich meine? Sondern es ist ja interessant, was dabei rauskommt, so für denjenigen, der halt zuguckt. Und was die Systeme angeht, es gibt ja super viele Sachen, die sind langweilig. Also zum Beispiel allein die Gäste alleine komplett rauszusuchen, ist ja zum Beispiel jetzt bei dir war das ja so ein Zufallsereignis, weil du dich gemeldet hast. Und dann auf einmal passiert es halt und dann ist es da. Dann ist es ja, weißt du, so doppelt neu. Ist es neu, ist es jemand da, geil, man freut sich, man hat nur so kleine Sachen, über die man sich halt freut. Und die ganzen Sachen, die dann halt langweilig sind, die standardisierst und machst Routine draus. Also ich habe jetzt keinen Bock immer irgendwie nach den Kameras zu gucken, wie ist der Ton, sie sind jetzt die Lichter gut und weißt du, was ich meine, das ist alles. Ja, aber das ist ein guter Punkt. Also über dieses, über diese logische Wechsel durch die Gäste. Und ich meine, das kenne ich halt aus dem Wissenschaftssystem auch, dass man halt immer wieder einfach Themen finden kann. Ist ja bei dir genauso. Das ist auch so ein System, wo du, also erst mal, ich hatte schon überlegen, als ich dann irgendwie Professor geworden bin und es ist ja dann schon so ein Punkt, wo du darauf hingest, gearbeitet hast, was sehr anstrengend ist und dann hast du das und dann sagst, okay, jetzt bin ich 35, so echt eine lange Strecke jetzt. So und, ne, was machst du jetzt damit? Aber wenn es halt so ein Kontext ist, wo du halt die ganze Zeit was Neues machen kannst, das macht es halt echt cool. Du kannst ja morgens hingehen und sagen, okay, jetzt irgendwie, ab jetzt, das nächste Jahr, beschäftige ich mich mit dem Thema XY, weil ich einfach Bock drauf habe. Dann mache ich das einfach. Und das ist schon, irgendwie cool. Das ist halt wichtig. Ja. Aber das finde ich ja bei dir zum Beispiel oder so in den Wissenschaften, das ist ja genau das Wichtige, ist ja so wie eine, ist eine gute Methode zu haben, Neugier zu lenken. Ja. Weil du ja quasi gucken musst, okay, weil es gibt jetzt so Sachen, wo du dann irgendwie anfängst, vom Hundertstel ins Tausendstel zu gehen. Vielleicht rechtfertige ich gerade so meine laterale Art zu denken hier, aber es gibt Leute, die können das erstaunlich gut, also im Zusammenhang in der Tiefe richtig fest. Ja, aber das ist auch in der, also Wissenschaft unterschiedlich, auch das zeigt wieder, dass man es, dass es da Platz für viele unterschiedliche Arten gibt. Ja. Weil es gibt natürlich auch Leute, die haben einmal ihr Thema gefunden, haben dann irgendwie zehn Mitarbeitende, die an Schraube A, B, C am gleichen Thema drehen und machen das 30 Jahre lang. Ja. Auch das hat was Belohnendes, weil du dann wirklich ganz in die Tiefe gehen kannst und super Experte dein Leben lang für ein Thema und du hast ein Thema, das mit deinem Namen verbunden ist. Das ist auch, und ich habe das Gefühl, ich ticke dann, glaube ich, eher anders, ich sage mir, okay, ich habe immer wieder so Sachen, wo ich sage, oh, das finde ich jetzt spannend. Und auch immer wieder was Neues ausprobieren zu können und die Sachen natürlich irgendwie so miteinander zu verbinden, dass man sagt, das ist jetzt nicht irgendwie völlig wahllos. Es passiert ja automatisch, dass du irgendwie Assoziationen, so ein Assoziationsnetzwerk baust. Ich finde zum Beispiel Adam Grant kennst du vielleicht? Ja. Der zum Beispiel ist ein krasser Typ und hat jetzt auch nicht so das eine Ding, was er da macht. Aber ich finde, der lebt ja davon. Gut, ich habe auch gehört, dass der scheinbar sehr hart arbeitet. Also ich habe gehört, der ist richtig crazy hart am Arbeiten. Aber der hat ja auch, was der alles so schon für Sachen da rausgefunden hat oder publiziert hat oder was auch immer, schon echt spannend. Und das sind jetzt auch nicht immer dieselben Sachen. Schon, also muss ich echt sagen, das fand ich krass. Der hat ja so ein Think Again, fand ich zum Beispiel, sehr gutes Buch von ihm. Weiß ich, ob ich es gelesen habe. Das habe ich nicht gelesen. Es ist echt richtig, richtig gut. Also der hat zum Beispiel so im Endeffekt quasi Super-Forecaster und Co. sich quasi angeguckt und so sich halt gefragt, okay, wie oft macht es zum Beispiel Sinn, seine Entscheidungen zu revidieren oder so. Zum Beispiel zwei, drei und dann quasi normale Forecaster zweimal. schmeißen die zweimal um, Super-Forecaster, vier bis fünfmal. Und das ist halt ganz spannend, weil zum Beispiel, das sieht man dann auch in so einem Umfeld, so Kreativen, dass man oft dafür kritisiert wird, dass man sozusagen halt häufig seine Entscheidungen wechselt oder in neue Informationen kommt, hast eine neue Entscheidung, deine Organisation hat sich darauf eingestellt, du hast halt richtig große Friction, weil du, und deine Kredibilität sinkt, weil die Leute damit nicht umgehen können. Aber irgendwie hast du dann Erfolg damit und dann hast du so, hat er so die wissenschaftliche, also, oder populärwissenschaftliche Erklärung dafür, das ist schon cool. Also ich feiere so Sachen sehr oder zum Beispiel, wie Leute als Großempfond, also so quasi persönliche Größe zum Beispiel über Offenheit kommt, hat er so präsidiale Größe sich quasi angeguckt, wie die wahrgenommen wird und dann denken ja oft Leute so kompetent oder autoritär oder so und es war am Ende Offenheit quasi. Hat so eine Anekdote erzählt, wie Barack Obama reingekommen ist und irgendwie dann seine Meinung gewechselt hat zu einer Sache, die er gestern ganz vehement gesagt hat, weil sie Informationen verändert hat und er sich halt entschuldigt hat und ja, nee, das finde ich halt so echt auch an der Psychologie so tolle Sachen, weil du hast ja so viele Phänomene, die da jeden Tag irgendwie passieren können, deswegen ist es geil. Ja, auf jeden Fall. Ja, und auch mit, also einfach mit Leuten zusammenzuarbeiten, die irgendwie ähnlich ticken, interessiert sind und wirklich, also das finde ich, also man hat ja, es gibt ja eine Wissenschaft, also gerade so ein paar Jahre zurückblickt, immer diese Idee, okay, es gibt diese ein, zwei großen Köpfe und die denken sich irgendwie alles aus und dann gibt es noch so eine Armee von irgendwie Wissenschaftlern, die dann irgendwie mitarbeiten, aber also bei uns hat sich schon ziemlich geändert, dass man wirklich sehr im Team arbeitet, auch über verschiedene Labs hinweg und das finde ich auch so etwas, was ich extrem belohnend finde, dass man wirklich zusammen an irgendwelchen Sachen arbeitet, zusammen irgendwie Sachen rausfinden kann und so Projekte vorantreiben kann. Das ist auch nochmal so etwas, wo das mit anderen zusammen und das Vorankommen irgendwie so schön verbunden wird. Ja und auch so fachfremde Disziplinen, da finde ich das so voll geil, weil du kannst jetzt zum Beispiel Psychologie unmittelbar, Neurowissenschaften kann man kombinieren beispielsweise, weil du dann halt siehst, okay, was macht das neurale Substrat von der Psyche, ich habe eine psychische Veränderung, was passiert im Nervensystem zum Beispiel. Gibt es da Hinweise, dann Biologen, Ärzte, dann diese ganzen AI-Geschichten, Computer, also zum Beispiel so klassische Informatik ist ja auch da ganz spannend. Also du hast ja echt, ich glaube man hat da jetzt richtig so, wenn man das gut organisiert bekommt, hat man gerade echt so eine, stehen die Zeichen schon gut, was man für für einen Erkenntnisgewinn gerade so bevorsteht durch so Sachen mit AI und all diesen ganzen Sachen. Ja und auch wirklich über verschiedene Wissenschaften hinweg, also wir arbeiten beispielsweise gerade mit Biologen viel zusammen, die sich jetzt auch wirklich schon lange Tierpersönlichkeiten angucken. Tierpersönlichkeiten? Oh mein Gott, also ihr meppt quasi, okay, ihr habt quasi sozusagen wie so eine Ableitungsfunktion von Menschen und sagt, okay, welche Dimensionen sehen wir bei Tieren? Genau. Oh mein Gott. Aber du kannst es in beide Richtungen denken. Also das gibt es schon lange, das ist so Big Five in Mäusen, Hunden, sowas. Aber also man kann einmal diese Idee der Eigenschaften, die wir bei Menschen haben, zu gucken, wie finden wir das bei Tieren? Natürlich immer mit dem Problem, wenn man jetzt menschliche Beurteilungen nutzt, dann interpretieren wir natürlich auch vielen Tiere rein. Aber eigentlich noch viel schöner und spannender ist, das aus der Biologie heraus zu sehen und was die machen, die haben natürlich auch bestimmte Theorien, Prinzipien, wie sich Tiere in Gruppen verhalten, wie deren Fressverhalten ist, wie die zusammenfinden. So. Aber was die dann irgendwann gemerkt haben, okay, wir haben irgendwie, das machen nicht alle Tiere gleich. Die verhalten sich nicht alle gleich. Und früher war das alles dann irgendwann neu. Das ist halt ein Fehler in der Messung. Aber dann haben die festgestellt, Schöner Begriff für Individualität. Dann haben die festgestellt, oh, das ist aber systematisch. Diese Ratte oder dieser Zebrafink oder dieser Seelöwe, der macht das immer wieder so anders als die anderen. Der ist immer irgendwie nervöser. Wenn irgendwie Stress ist, potenzielle Feinde sind, das laut ist, dann flüchtet dieses Individuum schneller. Das andere ist irgendwie immer freundlicher. Die eine Person, Person sage ich schon, das eine Tier ist dominanter als das andere. Das heißt, die haben in ihrer Forschung auch herausgefunden, oh, in diesen Verhaltensweisen gibt es systematische interindividuelle Unterschiede, also Unterschiede zwischen diesen Individuen. Also Persönlichkeit. Und das findet man bei allen Tierarten. Und jetzt ist natürlich das Spannende, okay, wir sind auch nur Tiere, ne? wir sind halt... Das stimmt nicht. Und wie kann man das jetzt eigentlich mappen? Also gibt es so konstanten Verhaltensdimensionen, wo wir sagen können, okay, die gibt es bei Tieren, die gibt es bei Menschen. Das funktioniert im Prinzip auch ähnlich. Das sehen wir so im Sozialverhalten, Dominanz, Submissivität beispielsweise. Das sehen wir bei Tieren, das sehen wir bei Menschen. Das hat ähnliche Funktionen für Status, Hierarchien, Gruppenaufbau und so. Das heißt, das zu übertragen und damit auch rauszufinden, was sind eigentlich Persönlichkeitsaspekte, die sind allgemeingültig für Spezies und was sind eigentlich Sachen, die wirklich originär menschlich sind, weil sie abweichen von dem, was wir auch an den Tieren sehen. Das ist doppelt gesehen so eine spannende Frage, weil du quasi sagst, ey, wo sind wir uns ähnlich und wo hat die Evolution uns quasi, ich will nicht sagen weiterentwickelt, aber was macht uns menschlich? Genau, genau. Ja, aber erzähl mal, was ist das? Ja, wir wissen, es gibt, oder was wissen wir? Zu diesem direkten Vergleich gibt es echt total wenig. Also bei diesen Verhaltensdimensionen sind wir jetzt gerade dabei, erst mal zu gucken, okay, was sind denn Dimensionen, die wir irgendwie mappen können, ne, die irgendwie ähnlich sind. Also sowas wie Dominanz, aber auch Schüchternheit, Geselligkeitsverhalten, Ängstlichkeitsverhalten, das sind so Sachen, die können wir bei verschiedenen Tierarten und auch bei Menschen finden und die haben bestimmte soziale Funktionen. Also so Ängstlichkeit quasi, wie häufig approacht man etwas oder wie würden die... Oder schreckt zurück, oder geht zurück. Wie sehr reagiert man auf Gefahren oder auf Belohnung. Also nach vorne gehen oder zurückgehen sozusagen. Genau, genau. Das scheint es zu geben. Aber das ist alles ganz am Anfang. Also auch ist die Unterschiedlichkeit bei den Tieren genauso groß wie die Unterschiedlichkeit bei den Menschen in den Dimensionen? Ist die Genetik-Umwelt-Frage genauso dort wie hier? Wie schnell verändert sich das? In welchen Arten von Gruppenstrukturen gibt es eigentlich große Unterschiede zwischen Individuen? In welchen Gruppenstrukturen sind die homogener? Wie ist das... Wie adaptiv ist das für die Gruppen, dass die homogen sind oder sehr unterschiedlich sind? Ja, das kann man ja bei Menschen auch fragen. Also für gesellschaftlichen Zusammenhalt kann es wichtig sein, dass es irgendeine gewisse Homogenität gibt. Für Flexibilität auf Krisen zu reagieren kann es sein, dass es Unterschiedlichkeit gibt. Das können wir bei Tieren auch sogar relativ gut manipulieren, dass wir uns die Unsicherheit der Umwelt uns anschauen. Und das eröffnet ganz, ganz viele spannende Fragen. Und noch einmal ein Vorteil, der erstmal als Nachteil wirkt, wir können Tiere nicht fragen. Das ist ein krasser Vorteil. Wir können sie nicht fragen, aber wir können sie fragen, wir kriegen keine vernünftigen Antworten. Und das ist ein Riesenvorteil, weil jetzt sind wir gezwungen uns systematisch das Verhalten anzuschauen. Und davon können wir dann wieder in der Psychologie lernen, nämlich irgendwie zu gucken, okay, hier gibt es Paradigmen, wie ich mir das Dominanzverhalten von Tieren angucke. Kann ich das übertragen irgendwie auf die Menschen und das dann eben auch solche standardisierten Verhaltensbatterien irgendwie ableiten? Ja, die Psychologisierung bei uns oder die Introspektion, die trübt ja auch stark die Linse. Weil wir immer sozusagen eine Erklärung für das Verhalten suchen und dann auch und auch quasi so diesen Reflex haben, uns Menschen überzuordnen und dann auch so immer, weißt du, so prunkvolle Erklärungen für Dinge zu haben. Und eigentlich ist es nur so, wie oft gehst du nach vorne und wie oft gehst du nach hinten? Es ist, ich glaube, also wir können, wir sind so kreativ darin, Bedeutung auf alles zu schmeißen, was gibt. Und auch jede Bedeutung. Diese Bedeutung ist das Gegenteil. Ja, wir sind einfach also extrem kreativ und in vielerlei Hinsicht ist das auch funktional, aber wir haben wahrscheinlich auch in der Psychologie viel zu viele Begriffe für die Anzahl der Phänomene, die es eigentlich gibt. Also, dass man fünf Wörter für dieselbe Sache hat. Ja, genau. Und sieben für Sachen, die es gibt. Und das finde ich schon interessant, dann rauszufinden, was sind so die ganz basalen Kunstprinzipien? Und auch so ein bisschen als Da hast du mich mit den Sachen. Als Sparsamkeit, also grundsätzlich Sparsamkeitsprinzip an Theorien auch wirklich mal anzulegen. Rotstift. Wir nehmen jetzt mal die ein, zwei Prinzipien und alles, was wir jetzt an neuen Erklärungen nehmen, das muss erst mal da drüber hüpfen. Ist es mehr als das? Ja, es ist mehr als das, wir wissen, dass Personen, die extrovertierter sind, besser bei anderen ankommen. Ja, ist es mehr als das Dominanz mit Status zusammenhängt, ne? Ich finde, das bringt halt voll Klarheit rein. Das wollte ich generell, habe ich mich das immer gefragt, jetzt zum Beispiel so, womit das zusammenhängt, jetzt konkret bei Psychologie, so Sozialwissenschaften und Co. Sind das irgendwie perverse Incentives, dass du quasi zu stark belohnt wirst für neue Publikationen oder vermeintlich neuen Erkenntnisgewinn? Also quasi verifizieren von neuen Sachen als das Streichen von alten Sachen oder Zusammenstreichen oder Zusammenführen von Dingen, weil ich habe so das Gefühl, dass für mich jetzt nur als jemand, der interessiert ist daran, wünsche ich mir das generell bei vielen Geisteswissenschaften, dass einmal so dieser gedankliche Rotstift ausgepackt wird und man quasi sagt, guck mal, mein Zugang zur Psychologie ist halt voll, ich feiere sowas wie IQ, ich kann es nachvollziehen, das hat eine prognostische, also es hat eine prognostische Aussagekraft, ich kann das messen und natürlich will man immer so einfache Sachen haben mit viel Effekt und mir ist klar, dass es voll schwierig ist, sowas zu finden, aber ich finde, da braucht man halt auch eine Kultur von gescheiten Effektgrößen, wo man halt nicht anfängt, oh, wir haben eine Sache gefunden, die so irgendwie so zwischen 0, 2 und nicht signifikant kratzt und wir dann sagen, ja, das ist jetzt so super toll, dann habe ich noch einen neuen tollen Fantasienamen und drei Randfälle, warum meine Sache jetzt doch nochmal anders ist als das andere, ist so, das ist dann sozusagen halt die Fehloptimierung auf die individuelle Reputation des Forschers versus das Gesamtbild, was man ja mosaikmäßig zusammenbaut. Das finde ich so als Zuschauer ein bisschen anstrengend oder ich weiß nicht, vielleicht, man fühlt sich ja erstmal immer dumm, aber wenn man dann ein bisschen länger guckt, dann frage ich mich manchmal so, ey, das und das, das ist doch irgendwie fast dasselbe, was jetzt da der Unterschied ist. Ja, total wichtiger Punkt und das ist auch spannend, also im Prinzip diesen Wissenschaftsprozess sich anzuschauen, weil aus dem kommt ja am Ende die Erkenntnis, wo wir sagen, okay, das ist jetzt aktuell unsere Wahrheit irgendwie und da gibt es auf jeden Fall diese Incentives, die zum Teil den Prozessen ein bisschen fehleiten in dem Sinne, dass es ja schon auch um individuelle Karrieren geht und in diesen individuellen Karrieren musst du Publikationen haben, Drittmittel haben, das ist die Währung in dem Geschäft und dir deine individuelle Nische wieder bauen. Und ich kann mir jetzt befassen, ich kann mir jetzt eine bessere Nische bauen, als dass ich eine neue Eigenschaft erfinde. Ja? Verstehe, ja. Den Publikation Label drauf, da kann ich ganz systematisch wieder alles Mögliche untersuchen. Wie kann man die messen? Wie entwickelt die sich? Was hat die für Konsequenzen? Und vielleicht ist aber der Name dieser Eigenschaft nur anders und es gibt schon zwei, drei anderen Namen die ganzen Befunde. Und damit ist de facto das, was ich herstelle an Erkenntnis nur alter Wein in neuen Schläuchen. So, das gibt es und da sehe ich das genauso, ist eigentlich eine großwissenschaftliche Leistung, das wieder zusammenzuführen, zusammenzustreichen. Aber auch generell, naja, sagen wir mal, Prinzipien umzusetzen, sodass das, was herausgefunden wird, auch wirklich robust ist. Wir hatten das in der Psychologie eine Riesendiskussion um Replikationskrise. dass viele Befunde, gerade so sozialpsychologische Befunde aus Lehrbüchern, wenn man die jetzt heute nehmen will, die Lehrbücher, kann man die Hälfte herausstreichen. Einfach ganz viele Befunde sich nicht replizieren lassen, also eigentlich keine robuste Erkenntnis sind. Riesenproblem. Das ist ein Problem, was es in anderen Wissenschaften ganz genauso gibt. Das haben wir in der Medizin, das haben wir in Ernährungswissenschaften, in allen möglichen Disziplinen. In der Psychologie, und das finde ich sehr, sehr positiv, ist das wirklich sehr proaktiv angegangen worden jetzt. Also es gibt eine riesen Open Science Bewegung, die sagt, okay, wir brauchen Transparenz in dem, wie wir das machen. Das muss, die Daten müssen möglichst offen sein, wie wir das berechnet haben. Wir präregistrieren vorher, was eigentlich unsere Hypothese ist und sagen nicht, nachdem wir es herausgefunden haben, ja, ja, genau, das war unsere Idee. Und das ist eine Bewegung, die in der Psychologie super stark ist und wo genau diese Punkte jetzt reinkommen. Wie können wir das Incentive-System anpassen, sodass eigentlich echte wissenschaftliche Leistung belohnt wird. Was ja sehr viele andere Bereiche revolutionieren würde. Ja, aber das Problem ist, das muss ich so hinbekommen, dass ich gleichzeitig wieder die Individualinteressen reinkriege. Ja, genau, weil es ändert sich ja nichts daran, dass wir eine begrenzte Anzahl an Jobs haben. Das heißt, ich brauche irgendein Differenzierungssystem. Und wenn ich einfach nur sage, ja, das ist halt ein kollektives System, wir arbeiten alle zusammen, super gut, aber wie fälle ich dann die Entscheidung? Und die will ich auch möglichst objektiv fällen. Früher, vor 20, 30 Jahren, wo man weniger auf Anzahl der Publikationen, Impact-Faktoren und sowas geachtet hat, welchen Effekt hat das dann? Dann haben halt Leute ihre alter Egos ausgesucht, also über irgendwelche halt sehr politischen Prozesse ihre Lieblingsschüler an die Positionen gesetzt. Also ein sehr unfairer, nicht objektiver Prozess. Da helfen natürlich objektive Faktoren. Wenn wir jetzt sagen, okay, die haben aber Probleme und wir müssen uns eigentlich umstellen, das System. Sie fragen, wie belohnen wir individuelle wissenschaftliche Leistungen? Ich glaube, das Erste wäre halt mal, das Rausstreichen aus dem Eintrag genauso zu belohnen wie ein Hinzufügen. Ja. Das ist also, da gibt es auch gute Studien, so Metastudien, die zeigen, im Rahmen dieser Replikationskrisendebatte, dass irgendwie fast alle Befunde, die publiziert sind, einen signifikanten Effekt zeigen. Also mit anderen Worten, die zeigen, da wurde etwas rausgefunden, wo es tatsächlich eine Systematik gibt. so, das ist super unwahrscheinlich, dass das eigentlich so ist, dass Forscher immer eine Idee haben, die sich bewahrheitet in den Daten. Ja? Sondern eigentlich müsste es genauso wahrscheinlich sein, dass man eben nicht das findet, was man erwartet hat. so. So wäre ja öfter. Genau. Und das liegt genau daran, dass nur diese Sachen publiziert werden, wo man so einen Effekt findet. Und da gibt es auch jetzt eine große Bewegung, dass man tatsächlich durch vorher festlegen, was man machen will und durch auch vorher beurteilen, wie gut das ist, der Plan, und davon die Publikation abhängig machen und dann egal, was rauskommt, das Ganze zu publizieren. Da gibt es super Ideen und ich hoffe, dass es in diese Richtung weitergeht. Ja, aber ist es denn schlecht, etwas zu publizieren, was nicht, also... Nee, gar nicht. Eben nicht. Aber... Das ist Egomassage. Aber in dem bisherigen Belohnungssystem war es so, dass die Journals solche Sachen weniger angenommen haben. Okay, verstehe, verstehe, verstehe. Ja, es ist nicht so einfach, wie man damit umgehen soll. Ich verstehe das schon, weil du hast ja quasi immer mehr Informationen, die entsteht und wie kriegst du die halt gefiltert. Aber jetzt kommst du dadurch, dass du quasi eine... Ist ja so eine Notwendigkeit. Es ist ja wie so, wenn du es logarithmisch anguckst, es wird ja quasi immer mehr. Es steigt super krass und ab jetzt, dadurch, dass der Anstieg so krass ist und du dann noch dazu kommst quasi, dass du einen krassen Anstieg hast, diese Replikationskrise hast, musst du ja automatisch bist du gezwungen, die Kurve einmal zu falten, indem du strukturierst. Indem du quasi sagst, ey, hier, es kommt einfach zu viel Zeug raus, was vielleicht dann doch einen Zusammenhang hat, vielleicht auch nicht und... Ja, nee, da... Und du hast ja auch die Möglichkeit jetzt mit AI, kannst du ja mit diesen Datenmengen dann ja umgehen. Genau, genau. Also auch gemeinsam über Labs hinweg größere Datenmengen zu schaffen, durch die man dann irgendwie auch robustere Erkenntnisse erfassen kann, weniger bessere Sachen machen. Das ist im Prinzip so die Quintessenz. Und ja auch die Kategorien so zusammenwerfen, das ist ja auch ganz spannend. Okay, krass. Das ist krass. Ja, nee, weil da habe ich echt, ich habe manchmal also so Sachen gelesen, Alter, in so Büchern, ich bin mir dumm vorgekommen, ich war halt wirklich so, ey, ich verstehe nicht, warum das mir Sinn machen soll. Also, oder, also ich habe es halt einfach nicht gecheckt und da habe ich echt manchmal das Gefühl, da gibt es echt vieles von. Dann gibt es so manchmal Sachen, die sind so super einfach, denke ich mir so, ja, okay, ey, das klingt cool, das ist interessant, das hat einen Effekt, das leuchtet mir ein, aber es ist halt nicht die Kunst, das Buch immer weiter aufzublasen, sondern eben das halt drin zu lassen, was halt nötig ist. Ja, finde ich einen ganz wichtigen Punkt, ja, auf jeden Fall. Ja, wie geht es, also wie geht es für dich weiter, was sind jetzt Sachen, an denen du quasi konkret gerade forschst und arbeitest, was sind so Sachen, die du jetzt auch neulich abgeschlossen hast oder gemacht hast? Ja, also viele unterschiedliche Sachen, ich habe von dem einen Projekt mit den Biologen erzählt, mit diesem Tier-Mensch-Vergleich, da machen wir so einen großen Projektantrag jetzt, da sind auch Soziologen mit dabei, Philosophen mit dabei, das wäre geil, das wäre so geil. die alle so wirklich auf dieses Thema Individualisierung gucken, wie entstehen eigentlich Überspezies hinweg, wie entstehen eigentlich Unterschiede zwischen Individuen, super spannendes Thema, da werden wir auf jeden Fall weitermachen, total anregend, auch über die verschiedenen Disziplinen hinweg das anzuschauen, und dann habe ich einfach viele Projekte über meine Mitarbeitenden, also Postdocs, Doktorandinnen, die viel machen, so zu Alltagserleben, so wie schwanken Personen in ihrem Alltag, in den Gefühlen, wie ist das abhängig von so Umweltereignissen, wir haben das während der Corona-Krise gemacht, Reaktionen auf den Ausbruch des Kriegs in der Ukraine, haben wir uns angeguckt, und ja, also auch da, wie reagieren Personen auf diese Ereignisse und wie unterscheiden sich darin in diesen Reaktionen, das finde ich total spannend, so individuelles Erleben, Verhalten im Alltag und wie das mit so Umweltfaktoren zusammenhängt, wir machen einiges, so in dem Bereich Narzissmus mache ich weiter, das ist so ein bisschen mein Pet-Konstruct, also mit dem ich irgendwie ganz gerne arbeite, weil es irgendwie so viele spannende Sachen erlaubt, sich anzugucken, und ich denke, so geht es erstmal weiter und was ich jetzt spannend finde, diesen Punkt der Wissenschaftskommunikation, da bin ich ja so ein bisschen eingestiegen jetzt, weil ich mit diesem Buch versucht habe, okay, jetzt nochmal was ganz anders zu schreiben, wo ich ja ganz bewusst irgendwie an die nichtwissenschaftliche Öffentlichkeit auch gehe und das finde ich ein sehr spannendes Spielfeld, was nochmal so anderes kaltes Wasser für mich auch irgendwie war und ist und das so ein bisschen weiter auszuprobieren, also wie wohl fühle ich mich dabei, wie gut funktioniert das, ist es möglich, da Sachen irgendwie so zu transportieren, dass ich das Gefühl habe, okay, da bleibt auch was hängen, aber ich empfinde es auch so, dass ich da echt viele Anregungen nochmal für die wissenschaftliche Arbeit auch bekomme, weil oft ist es ja so, wenn irgendwie andere erstmal aus einer jetzt wissenschaftsnaiven erstmal Arzt draufschauen, dass dann nochmal Fragen gestellt werden, wo die sagen, die sind richtig gut, krass, wieso kann ich denn da gar nichts zu sagen, also offensichtlich wissen wir dazu noch viel zu wenig und eigentlich müssten wir da viel mehr in diese Richtung gehen, also das finde ich total anregend und das ist jetzt für mich irgendwie so spannend rauszufinden, wie viel davon mache ich parallel zu den normalen wissenschaftlichen Arbeiten. Wieso eigentlich Narzissmus, also wieso ist das so dein kleines Steckenpferd geworden? Also für verschiedene Gründe, also erstmal passt es ganz gut, weil ich mich halt generell mit Persönlichkeit und sozialen Beziehungen beschäftige, also wirklich so die Frage, Unterschied zwischen Menschen, wie wirkt sich das aus auf unsere sozialen Beziehungen und Erfahrung in sozialen Beziehungen, wie verändert das unsere Persönlichkeit, das mit dem ich mich generell beschäftige und da ist Narzissmus einfach spannend, weil es so viele Effekte auf soziale Beziehungen hat und weil es irgendwie so logisch verbunden ist mit dem sozialen Feedback, was man bekommt. Da passt das einfach sehr gut und da bin ich da eher so ein bisschen drüber gestolpert, weil ich eine Studie gemacht habe, wo es um erste Eindrücke ging. Da habe ich Studis zum ersten Zeitpunkt, bevor sie sich kennengelernt haben, vor dem Start des Studiums im Vorlesungsraum, gesperrt kann man fast sagen und die haben sich einzeln vorgestellt zehn Sekunden wieder hingesetzt, solange bis jeder sich vorgestellt hatte und alle anderen, die dann saßen, haben angekreuzt, wie sympathisch finde ich die Person. Also ich habe erste Eindrücke in einem kompletten Netzwerk an Psychologiestudierenden erhoben und habe mich dann gefragt, wer kommt denn eigentlich da am besten an von denen. Du hast die zehn Sekunden, dass du dich vorstellst, wer kommt eigentlich gut an. Und da habe ich herausgefunden, dass die Narzissten am besten ankamen, also Personen mit hohen Narzissmus-Scores. Und das fand ich erst mal irre, weil wenn ich die gleichen Leute, die da saßen, gefragt hätte, wie gern würdest du denn jetzt einen Narzissten kennenlernen, hätten ja gesagt, nee, auf keinen Fall. Aber die wollten, de facto wollten sie es. Weil eben Narzissmus da nicht auf der Stirn steht, sondern weil Narzissten in dieser Situation Dinge tun, die uns gefallen. Gibt es ja auch solche Mythen bei Frau-Mann-Beziehungen, die sich hartnäckig halten und kontraintuitiv sind. Ja, genau. Stimmen die auch? Sag mal, bewert mal konkret. Ja, wie sagt man halt, wie würde man das sagen halt, mir fehlt das, ich kann es nur noch, also so Bad-Boy-mäßig. Ja. Naja, wir haben auch, ich habe ja vorhin gesagt, wir haben so eine Speed-Dating-Studie gemacht und auch da Narzissmus erhoben und auch da finden wir, dass Narzissen mehr gewählt werden beim Dating. Wie viel mehr? Also, es ist ein, gucken, wenn wir jetzt, wenn es Zufall wäre, 50-50, dann könnte man sagen, 70% statt 50%. Also so eine, das ist aber schon ein klarer Effekt. Das ist eine dicke Verschiebung. Und der Effekt ist ein bisschen größer tatsächlich bei Männern, also bei Frauen, die wählen, bei Männern, bei andersrum ein bisschen, ein bisschen geringer. Ist Narzissmus gleichverteilt, merkmalsmäßig zwischen Mann und Frau eigentlich? Nicht ganz, aber deutlich gleicher, als man das so denkt. Echt? So 60, 40? Ne, noch näher. Was? In meinem Buch habe ich ja diesen Ich-Test, der haben wir scoren von 0 bis 100 und da ist der Mittelwert bei Männern 38 und bei Frauen 36. Boah, das ist ganz eng beieinander. Und wenn man sich die Verteilung anguckt, die liegen fast perfekt übereinander. Also es gibt die komplette Bandbreite bei Männern und bei Frauen. Deswegen bin ich auch kein Fan von solchen Charakterisierungen als weiblicher Narzissmus oder männlicher Narzissmus, weil das suggeriert ja schon im Namen, als wären es komplett andere Welten irgendwie. Und das ist nicht, das ist tatsächlich nicht so. Symptomhaft für die Replikationskrise in der, ja nein, solche Bezeichnungen sind ja auch immer so. Ja, ja, wobei das sind ja eher Bezeichnungen, die aus dem nichtwissenschaftlichen Bereich kommen. Naja, auf jeden Fall über diese Studie bin ich dann irgendwie so darüber gestolpert. Einfach gesagt, okay, das ist ja interessant. Also das ist einen starken Effekt gesehen. Ja, genau, das ist das, das einen klaren Effekt gibt auf die Beliebtheit und sei es in diesem eher Freundschaftskontext, im Datingkontext. Wir haben auch Studien gemacht, wo wir das mit Arbeitsgruppen gemacht haben, wo es darum ging, Führungspersonen zu wählen. Auch da finden wir diesen Effekt. So, das fand ich spannend, deswegen habe ich mich da näher beschäftigt und dann eben auch geschaut, wie entwickelt sich das über die Zeit, mit Personen sich besser kennenlernen. Und dann haben wir auch eine Studie gemacht, wo wir die Leute dann auch wieder so einen ersten Eindruck erhoben haben, finden wir wieder diesen positiven Effekt und dann die Personen interagieren haben lassen, über so moralische Dilemmata reden oder über die eigenen Eigenheiten reden, also immer so intensivere Gespräche führen und dann kommen Narzissen irgendwann nicht mehr so gut an, weil sie dann eben die Ellbogen eher zeigen. Weil sie selber aussortieren sozusagen? Naja, also sie zeigen dann sozusagen die negativen Aspekte vom Narzissmus und kommen deswegen dann nicht mehr so positiv an. Alle? Also sicherlich nicht all die Effekte sind nicht so riesig, dass man sagen könnte, das finden wir irgendwie 100% so. Es gibt so ein paar Hinweise, dass das wieder zusammenspielen könnte mit irgendwie Fähigkeiten. Es gibt auch von einer anderen polnischen Arbeitsgruppe, die haben sich das Zusammenspiel von Intelligenz und Narzissmus angeschaut und dann gesehen, dass bei Personen mit niedriger Intelligenz stärker diese Ellbogenseite ins Spiel kommt. Und es könnte dafür sprechen, dass die Personen weniger gut ankommen und deswegen stärker die Notwendigkeit haben, andere runterzudrücken. Krass. Okay, das ist interessant. Und du hast ja quasi deine Doktorarbeit hast ja auch geschrieben quasi über Sympathie mehr oder weniger. Ja, so erste Eindrücke Sympathie und wie das auch langfristig dann ist. Und dann hast du quasi bis zu später in dem Verlauf sozusagen auf diesen Effekt gestoßen bei Narzissen, dass sozusagen die besser ankommen und hast sozusagen den dicksten Effekt wahrscheinlich in deiner Laufbahn gefunden zu der ursprünglichen Frage, was macht eigentlich auf den ersten Blick oder sympathisch. Genau. Und dann habe ich mich da so ein bisschen drauf gestützt. Das habe ich jetzt nicht dann irgendwie exklusiv gemacht, sondern das habe ich immer so als eine Eigenschaft, mit der ich viele der Sachen, die mich interessieren, an dem Beispiel habe ich sie dann durchdekliniert. Wie entwickelt sich das? Was für Effekte hat das? Wie lässt sich das überhaupt messen? Und so weiter. Ja, was war ausschlaggebend für so Sympathie? Also generell. Also kurzfristig, weil du hast ja einmal über den ersten Eindruck gesprochen. Wir rationalisieren ja auch viel über den ersten Eindruck, auch langfristig hinaus, bis man zum Beispiel dann vielleicht so einen starken Negativ-Effekt hat. heißt, der erste Eindruck hat ja echt einen sehr prägenden Effekt. Ja, ja, und das haben wir auch gefunden. Also ich habe die Studis, die jetzt wirklich diese zehn Sekunden sich gesehen haben und beurteilt haben, die habe ich ein Jahr später, nachdem sie sich kennengelernt haben, alle nochmal übereinander gefragt, wer mit wem befreundet ist, wie gut sie miteinander zurechtkommen. Und da finden wir tatsächlich, dieser erste Eindruck durchaus prädiktiv ist für diese Freundschaftsempfindung. Also nach zehn Sekunden dieser Eindruck, der hat einen Effekt darauf, wie wahrscheinlich die Personen sich anfreunden. Ich habe noch eine Sache gemacht. Ich habe die, zu diesem ersten Experiment, saßen die im Vorlesungssaal und ich habe denen eine Zufallsnummer gegeben und die hatte zu tun mit den Plätzen, auf denen sie sitzen. Also ich habe sie zufällig zugelost zu den Plätzen, wo sie sitzen. Weil ich dann gefunden habe, dass die Personen, die nebeneinander saßen, zufällig, dass die sich nicht nur auf dem ersten Eindruck besser beurteilt haben, sondern dass sie sich mit einer höheren Wahrscheinlichkeit angefreundet haben nach einem Jahr. Und das war jetzt kein Vorlesungssaal, wo die danach nochmal nebeneinander saßen, sondern das war eine einmalige Session von anderthalb Stunden ungefähr. Da saßen die nebeneinander und das hat prädiziert, wer sich miteinander anfreundet. Und sie saßen random zusammen? Ja. Krass. Zugelost. Und das ist auch mal wie so ein Beispiel, wie viele Zufallsprozesse da mit einer Rolle spielen können. Also Genetik. Ja, klar. Genau. Und dann, ich meine, dann gibt es natürlich andere Faktoren. Extraversion hilft auf dem ersten Eindruck. Und wir haben uns über die Videos dann halt auch schon angeschaut, was für Verhaltensweisen sind das denn dann. Also die ist wirklich mehr Lächeln, Humor, selbst in diese zehn Sekunden bringen. Ja, auch da gab es Unterschiede. selbstbewusster bewegen, auch besser aussehen, hat einen klaren Effekt. Und das waren auch alles Aussehensverhaltensweisen, die eben auch mit Narzissmus zusammenhingen. Und deswegen gab es diesen Effekt. Ah, und das war dann auch das, was es zusammengebracht hat, alles mit dem Narzissmus. Genau. Was sind es denn für Sachen, wenn du jetzt quasi sagst, was hat der die stärkste Aussagekraft, so in welcher Größenordnung, was waren so die wichtigsten Sachen für den ersten Eindruck? Also da waren es tatsächlich, also neben Narzissmus jetzt war es vor allen Dingen Extraversion. Aber das ist auch das, was wir eigentlich in allen Kontexten sehen, dass dieses Aus-sich-Raus-gehen, dass das einen schnellen, positiven Effekt hat. Das hat in sozialen Gruppen auch längerfristigen Effekt. Extravertierte haben immer eine höhere Popularität, einen höheren Status, aber das ist eben sehr, sehr schnell da. Was wirklich ganz interessant ist, dass dann über die Dauer, genauso wie der Effekt von Narzissmus sich abschwächt, kommen andere Sachen hinzu. Also Verträglichkeit beispielsweise, nett zu anderen sein, pro soziale Einstellung zu haben, das hat überhaupt keinen Effekt auf den ersten Eindruck. Einfach, weil man es nicht sieht. Aber beim Kennenlernen, beim Befreunden, dann, da kommt es dann ins Spiel. Dann findet man durchaus, dass eben Personen, die verträglicher sind, dass die auch von anderen positiver beurteilt werden in der Zeit. Das heißt also quasi erster Eindruck, aussehen, aus sich rauskommen, also kommunikativ sein. Ja. Wie könnte man das zusammenfassen? Viel reden? Witzig sein? Ja, also genau. Aus sich rausgehen. Man kann ja so ein bisschen die Kanäle durchgehen, die wir im Weser haben. Also aussehen, expressiv sein, aus sich rausgehen und dann selbstbewusst, humorvolles reden. Okay. Und das ist, okay, und das ist quasi bei Narzissten schon sozusagen Teil des Programms. Genau, im Mittelstärke ausgeprägt und darüber gibt es diesen Effekt dann. Und sonst gibt es auf den ersten Eindruck, das waren alle Effekte für den ersten Eindruck und dann gibt es quasi Sachen, wenn wir auf, du hast ja gesagt Längsschnitt, hast quasi beobachtet, über welche Zeitraum hast du dann beobachtet? Das war jetzt ein Jahr, genau. Ich habe noch eine andere Studie, wo wir es über zwei Jahre gemacht haben. Was waren dann so Sachen, die so mittelfristig und hinten raus super wichtig geworden sind? Ja, eher sowas wie die Verträglichkeit und dann kommen halt wirklich eher so Also Empathie Empathie, Hilfsbereitschaft, so Wärme, positive Einstellung gegen anderen erstmal, generell. Das ist etwas, und das kann man sich auch gut nachvollziehen, das sind da Sachen, die merkt man erst, wenn man in Interaktion mit anderen kommt. Also darüber, wie sehr fragen Personen nach, sind wirklich interessiert an dir, aber auch in so Konfliktsituationen. Wie handeln die das? Können die auch mal zurückstecken, anderen irgendwie was überlassen? Gestehen die dir eine andere Meinung zu? Also diese Faktoren, die merkt man erst in intensiveren Interaktionen. Und deswegen sehen wir das schon so über die Zeit Normativ, dass es so eine Entwicklung gibt, so Extrovertiertheit generell, einen positiven Effekt und solche eher Verträglichkeitsaspekte eher über die Zeit. Was ich interessant finde, das liegt eben nicht an der Zeit per se, sondern an der Art der Situationen, die wir mit anderen erleben. Also deswegen, weil wir intensivere Interaktionen mit anderen haben, deswegen gibt es diese Effekte. Und das kann man natürlich theoretisch schon nutzbar machen. Wenn wir jetzt die Frage stellen würden, okay, ich würde das aber gerne schon beim ersten Eindruck wissen, ja? Fertig viel Info. Dann muss ich halt Situationen kreieren, die das ermöglichen. Also dann, also wenn ich wissen will, ob jemand irgendwie genervt, aggressiv auf Kritik reagiert, dann muss ich halt mal leichte Kritik platzieren. Das lässt sich aber, ich meine, das lässt sich natürlich nicht so einfach natürlich jetzt ins Kennenlernen integrieren, aber kann man als Überlebung mitnehmen. Ist das etwas, was trainierbar ist, also diesen ersten Eindruck? Also klar, jeder kann gucken, dass er aussehenstechnisch das Beste aus sich rausholt, aber gibt ja zum Beispiel bei diesem Gender-Pay-Gap-Geschichten, gab es ja immer so diese Erklärung, dass quasi bei Frauen diese Merkmalsausprägung von Verträglichkeit quasi stärker ausgeprägt ist und dass sie sozusagen dadurch weniger verhandlungsbereit und sicher sind und dass das quasi eigentlich ein Persönlichkeitsmerkmals Unterschied ist und nicht ein Mann-Frau-Unterschied, also gibt es ja so diesen Argumentationsstrang und dass quasi dadurch diese 5% Gender-Pay-Gap zum Beispiel entstehen und dass man dann quasi sagt, ey, wir müssen zum Beispiel Frauen beibringen oder halt auch Männern, die verhandlungsunsicher sind oder daran keinen Spaß haben oder halt super sozial verträgliche Einstellungen haben oder Persönlichkeitsausprägung, dass man denen quasi so eine Art Assertiveness-Training, also Selbstsicherheitstraining gibt. Ist das etwas, was wirksam ist? Ist das etwas, wo du sagst, dass das unterstützt durch die Wissenschaft? Das schon, das sind ja so Skills, wo es nicht darum, also nicht nur darum geht, wie agieren Menschen typischerweise in ihrem Leben, sondern was ist das Maximum, was Personen zeigen können, wenn es darauf ankommt, also wenn sie es sollen. Das ist ja im Prinzip eher eine Fähigkeit. Nicht alleine auf der Couch, wenn keiner guckt. Genau. Und dieses, wie man typischerweise agiert, das sind Sachen, das spielt sich bei Menschen ein und man wird jetzt selten Personen dazu bringen, dass sie komplett ihr typisches Agieren verändern, aber man kann schon so Skills antrainieren, dass man Personen trainiert darauf, wenn es sein muss, dann kann ich ein bestimmtes Verhalten zeigen. Tatsächlich haben wir das, so wir machen das mit Medizinstudierenden, haben wir Kooperationen mit Medizinern, wo wir genau versuchen, solche sozialen Skills zu trainieren. Also sowas wie Durchsetzungsfähigkeit beispielsweise, aber auch Warmherzigkeit, also Leiden von anderen wahrnehmen zu können, darauf reagieren zu können, bei Ärzten nicht so ganz irrelevant und auch so interpersonelle Resilienz, also so in so sozialen Stresssituationen ruhig zu bleiben und sich nicht aus der Ruhe bringen zu lassen. Also solche Skills kann man schon trainieren. Da gibt es jetzt nicht irgendwie so vorgefertigte Systeme, wo man sagt, das funktioniert auf jeden Fall, aber das ist schon was, wo dran gearbeitet wird. Wie würdest du also sagen, zum Beispiel, dass man sowas, diese drei Sachen trainieren kann? Zum Beispiel jetzt die Empathie, die du gerade erwähnt hast? Also im Prinzip muss man sich mit Situationen konfrontieren, wo man genau diesen Unterschied sieht. Also das heißt, wenn es darum geht, meine Stressresistenz zu erhöhen, dann muss ich eben in Situationen reingehen, in denen es einen gewissen Stress gibt. Und mit dem muss ich mich konfrontieren und ich muss Lösungswege irgendwie sehen, wie ich damit umgehen kann. Also das, mit solchen Situationen, in denen es diese Trigger gibt, die Unterschiede in diesem Verhalten anregen, mit solchen Situationen muss ich mich konfrontieren. Bei Durchsetzungsfähigkeit, Situationen, in denen Personen nicht machen wollen, was ich will. Also bei Ärzten, man sagt ihnen, die müssen eine Spritze nehmen, die sagen, ja, nehme ich nicht. Wie bringe ich die Person dazu, dass sie das, dass sie das, dass sie das, zack rein, dass sie das macht. Das heißt, da auch, wir hatten das vor mit so Herausforderungen persönlich, also kritische Situationen suchen, um die es geht. Also nicht irgendwie lange darüber nachdenken, hätte, könnte, wäre, sondern in diese Situationen reingehen, die kritisch für diese Art von Skill sind. Bei diesem Assertiveness-Training, also was sind da zum Beispiel so Sachen, die ihr dann jemandem beibringen würdet? Zum Beispiel bei dieser Selbstsicherheitsgeschichte? Ja, also ein Beispiel ist, dass man sich eben nicht auf so eine falsche Fährte bringen lässt und vom Thema abbringen lässt. Also wenn man, das ist ja eine Situation, in der man irgendetwas will von einer anderen Person und ein Ziel hat, was man in irgendeiner Weise durchsetzen will und eine gute Strategie, um dem zu entgehen, ist, ein neues Thema aufzumachen. Und da dann schon dieses Thema immer wieder anzuspringen, dabei zu bleiben, eine Person wieder ranzuziehen, darauf auf dieses Thema zu bringen. Und was ich halt extrem spannend finde, ist, das zusammenzudenken mit der Freundlichkeit. Also es gibt viele Menschen, die dann das will... Die Freundlichkeit abschalten. Genau, die dann denken, A, ich bin nicht so gut darin, mich durchzusetzen und dann auf eine extrem unfreundliche Art und Weise versuchen, das zu machen, wenn es angeklickt werden muss. Und das funktioniert natürlich auch nicht. Also das gemeinsam hinzubekommen, das ist so eine große Kunst. Interessant. Was war das Dritte, was wir noch hatten? Du hattest gerade Selbstsicherheit, du hattest diese Empathie und dann hast du als Drittes noch eine Sache. diese Resilienz, diese Interpersonelle? Genau. Bei Stress, ne? Also das können soziale Stressoren, können ja alles mögliche sein, so, dass man einen Vortrag halten muss, Man hat so diese soziale Bewertung von außen. Also wir machen das in so Situationen, um erstmal rauszufinden, wie Stress, wie stark Personen auf Stress reagieren, auf so einen sozialen Stress, ist, dass sie ja beispielsweise so irgendwie performen müssen und andere eher so neutral bis kritisch reinschauen und vielleicht noch so kurze Kommentare geben, also wo keine, sagen wir mal, Bestätigung direkt kommt und es klar ist, hier werde ich bewertet. Und das funktioniert eigentlich immer sehr, sehr gut, um diese Unterschiede rauszufinden erstmal. Also wer wie empfindlich ist. Genau, wer wie empfindlich ist und damit kann man dann natürlich arbeiten. Das ist viel einfach auch wieder Training über das Wiederholen, dass man sich diese Situation einfach damit konfrontiert und darüber natürlich auch so eine Sicherheit und Kompetenz erleben zu bekommen, das funktioniert und selbst wenn was schief läuft, geht die Welt nicht unter dabei. Ja, das ist echt voll wahr, dieses, nicht in dieses Vermeidungsverhalten zu kommen, wo man quasi solche Sachen irgendwie sein Leben lang vermeidet, sondern eben sagt, ey, dann gehe ich halt rein und ich mache das jetzt halt scheiße, aber ich sammle Erfahrungspunkte, dadurch mache ich es nächstes Mal ein bisschen weniger scheiße und das ist halt voll schwierig, sich sowas einzugestehen, aber je länger man das halt vor sich her schiebt, desto schwieriger wird halt der Einstieg später und ja, also das fühle ich sehr diesen Punkt, das ist, das ist echt wichtig. Was ich auch noch fragen wollte war, wir hatten vorhin kurz diese emotionale Intelligenz angesprochen und da gibt es ja auch die Kritik aus, sag ich mal, da seid ihr Psychologen, also zumindest so wie ich das jetzt wahrnehme, als Zuschauer nicht so ganz einig, ist das jetzt eine Fähigkeit oder klatschen wir jetzt überall einfach den Intelligenzbegriff nochmal oben drauf und gibt es jetzt irgendwie zehn verschiedene Formen von Intelligenzen oder kondensieren wir das alles in den G-Faktor rein und das ist Intelligenz und nichts anderes? Ja, ich halte da nicht so viel von, da auch noch Intelligenz zuzusagen, also, weil eine, ein Vorteil vom wissenschaftlichen Vorgehen ist ja, dass wir für unterschiedliche Dinge unterschiedliche Begriffe haben. Und Intelligenz ist ein echt relativ klar umschriebener Bereich, Unterschiede in kognitiven Fähigkeiten und kann man jetzt noch runterbrechen, was das alles heißt so und bei emotionaler Intelligenz habe ich gleich mehrere Probleme, also erstmal, dass ich einen Begriff nehme, der woanders herkommt, so und der impliziert aber eigentlich auch, dass es sowas wie einen G-Faktor gibt und das sehen wir nicht bei emotionalen Fähigkeiten, also wir sehen nicht, dass Personen, die gut darin sind, Ängstlichkeit zu lesen, gut darin sind, Aggressivität zu lesen und wir sehen nicht, dass Personen, die gut darin sind, verschiedene Emotionen zu lesen, gut darin sind, diese Emotionen auszudrücken. Also wir sehen nicht, dass das wirklich so einen G-Faktor gäbe, wie das bei der Set von unterschiedlichen Fähigkeiten ist. Genau, das ist wahrscheinlich viel modularer aufgebaut, als bei den kognitiven Fähigkeiten und wir haben ein Riesenproblem in der Messung, also das, was es an real existierenden emotionalen Intelligenztests gibt, ist echt problematisch, also viele, die wirklich dann über so eine Selbstbeschreibung arbeiten, was natürlich völliger Humbug ist, also im Sinne von ich bin emotional Intelligent und andere, die dann irgendwie versuchen, beispielsweise so Situationen vorzugeben. Also da steht dann, Max ist durch eine Klausur gefallen und ist, kommt jetzt nach Hause und weiß nicht, was er tun soll. welche der folgenden Emotionen würden ihm helfen, um den guten nächsten Tag zu starten. Und dann gibt es Emotionsauswahlen, also irgendwelche Situationen und man muss sagen, was ist jetzt die richtige Emotion dabei oder so. Und das ist, das kann man machen, so einen Test. Emotionale Intelligenz im Vakuum. Ja, genau, also das Problem ist, dass das ja total normativ ist, dass ich irgendwie festlegen muss, was ist denn jetzt richtig, weil sonst ist ja kein Fähigkeitstest, wenn ich nicht sagen kann, richtige Antwort, falsche Antwort. Und das wird dann gelöst, indem man die Antworten als richtig definiert, von denen entweder ExpertInnen sagen, dass es richtig ist, halt irgendwelche WissenschaftlerInnen in dem Bereich, oder, und das finde ich noch witziger, indem man den Konsens von vielen Versuchspersonen nimmt. Und das muss man sich ein bisschen auf der Zunge zergehen lassen. Also richtig ist dann emotional intelligent, also besonders emotional intelligent sind dann die Personen, die immer das angeben, was der Durchschnitt der Personen angibt. Also normal exzellent. Genau, ja, also ich will jetzt gar nicht so ins Lächerliche ziehen, aber das ist zumindest schwierig. Weil die Fähigkeit gibt es ja. Ja, genau, also das wird ja jeder unterschreiben, dass wir Unterschiede darin haben in sozialen, emotionalen Fähigkeiten. ja, nur, die sind deutlich kleinteiliger, modularer wahrscheinlich und es ist schwierig zu erfassen, wir müssen irgendwie ein wirkliches Fähigkeitskonzept auch in der Messung haben. Da gibt es Möglichkeiten, also beispielsweise, wenn es darum geht, wie gut kann man Emotionen lesen, dann ist es halt nicht so sinnvoll, irgendwelche Standardfotos darzubieten, sondern ich kann beispielsweise Zielpersonen videografieren, die tatsächlich in irgendeiner emotionalen, also jeder hat irgendwelche Emotionen mehr oder weniger stark ausgepringt, von diesen Zielpersonen, die videografiert sind, kann ich ja erfragen, wie sie sich gefühlt haben, diese Videos kann ich anderen zeigen und fragen, wie haben die sich gefühlt. Dann habe ich ein ganz objektives Maß, das ich abgleichen kann und kann die Genauigkeit in der Erkennung von Emotionen messen. Und da gibt es auch Ansätze, das zu tun und da zeigt sich dann eben, dass es nicht so ist, dass es so einen G-Faktor gibt, sondern ich kann solche einzelnen Bausteine wahrscheinlich eher erfassen. Ich meine, selbe ist ja bei Sportlichkeit auch, gibt es ja dann die kynästhetische Intelligenz, wie die das nennen, ist ja, wenn ich gut bin in Fußball oder viel Weitsprung kann, also es gibt ja so ein paar Sachen, die hängen irgendwie lose miteinander zusammen, aber es ist jetzt nicht, ich kann einen Sport gut und bin in jedem gut. Wie ist es aber, was dann der Unterschied zu Intelligenz, also dass du vielleicht da mal erklärst, was der G-Faktor und warum ist das denn, also warum ist da so ein riesengroßer Unterschied? Ja genau, also bei, während das jetzt bei diesen emotionalen Fähigkeiten eben eher so ein bisschen zergliedeter ist, finden wir das bei so kognitiven Fähigkeiten tatsächlich so, dass die meisten dieser Aufgaben miteinander einhergehen. Das heißt, von wie schnell kannst du auf eine Taste drücken, wenn es piept, bis hin, wie schnell kannst du eine komplexe Rechenaufgabe machen. Unterschiede zwischen Menschen darin, wie gut sie das machen können, ganz viele unterschiedliche Aufgaben, Analogien bilden, Zahlenreihen fortsetzen und so weiter. Unterschiede in all diesen verschiedenen Testverfahren hängen positiv miteinander zusammen, das heißt nichts anderes, als dass die Personen, die das eine gut können, können auch das andere gut. und das finden wir sehr, sehr konsistent, sodass man sagen kann, da gibt es so einen G-Faktor, Unterschiede in allgemeiner Intelligenz, die all diese verschiedenen Aspekte betreffen. Das heißt schon, man kann immer noch so Unterbereiche aufmachen. Es gibt nochmal Personen, die besonders gut sind im Sprachlichen, Personen, die besonders gut sind mit Zahlen. Aber das fragmentiert ja erst später. Genau, aber all diese Sachen hängen auch positiv miteinander zusammen. Es gibt also auch sowas Übergeordnetes. Und das ist ein großer Unterschied zu anderen Arten von Fähigkeiten. Ich finde das faszinierend. Ich frage mich, warum das so ist. Ja, also da ist es bei anderen Persönlichkeitseigenschaften, also wenn man sich so die grundsätzliche Frage stellt, wo kommt das eigentlich her, kann man bei anderen Persönlichkeitseigenschaften ja immer über so Nischen argumentieren. Dass man sagen kann, ja gut, es gibt Unterschiede in dominantem und submissivem Verhalten, weil es gibt für alles Nischen. Die Dominanten, die müssen eben eher irgendwie Gruppen organisieren, die anderen, die sorgen eher zusammenhalten oder wie auch immer. Also es gibt soziale Nischen, wo es quasi Vor- und Nachteile gibt. Genau, wo es Vor- und Nachteile gibt. Insgesamt über alle Möglichkeiten, wie man sich im Leben platzieren kann, gibt es keine großen Unterschiede, egal wie man ist. Die Argumentation zieht bei Intelligenz nicht, weil es gibt kaum Vorteile von niedriger Intelligenz. Das heißt, da braucht man andere Erklärungen. Das ist nicht so einfach. Also ich bin ja jetzt auch nicht Experte in den evolutionären Erklärungen von Intelligenz, aber mein letzter Stand ist, dass schon die Idee ist, dass es so die Anzahl von ganz kleinen Mutationen sind, die sich ansammeln, jede einzelne nicht stark genug sind, als dass sie evolutionär ausselektiert werden würden und darüber Unterschiede in dieser Fähigkeit zustande kommen. Aber ja, mehr kann ich dazu nicht sagen. Es ist, was ich daran so krass finde, ist, dass es so eine lebensprägende Eigenschaft ist, aber du dafür ja gefühlt nichts kannst. Also du kannst jetzt nicht aussuchen, ob du jetzt halt intelligent oder nicht geboren wirst. Und soweit ich weiß, kannst du das ja auch nicht so krass beeinflussen. Nee, also so Beschulung und frühe Bildung ist schon auch ein Intelligenztraining immer. Also das bringt schon was. Erhöht die flüssige Intelligenz? Da gibt es schon ein paar Effekte, dass du sagen, also auch gerade frühe und das ist auch die einzige Eigenschaft, wo tatsächlich im jungen Alter die geteilten Umwelten, also sowas wie Erziehung, schon einen Effekt noch hat. Krass. Aber Intelligenz ist jetzt mit Sicherheit nichts, was man jetzt stark trainieren kann. Genau. Und das ist spannend, wie Gesellschaften damit umgehen. Das heißt auch, dass wir also beispielsweise Jobs für unterschiedliche Intelligenzniveaus brauchen, auf jeden Fall. Also weil unterschiedliche Intelligenzniveaus natürlich mit unterschiedlichen Fähigkeiten, mehr oder weniger komplexe Aufgaben zu erledigen, einhergehen. Damit muss man als Gesellschaft einfach umgehen, rechnen. Es gibt viele Leute, die sagen, das glaube ich nicht, weil ich will es nicht glauben, weil es wäre doch so schön, wenn es anders wäre. Also diese Form der Argumentation kann man oft raushören, ist aber so. Und damit muss man umgehen, ohne zu sagen, dass die einen besser oder schlechter sind. Also wie du gesagt hast, man kann nicht dafür, wie man, mit welcher Intelligenz man da ins Leben geht. Und Ernährung kann ja auch Intelligenz mindern. Ja, na klar, genau. Und ich finde es aber auch wichtig, dass man nicht, also es gibt, mir begegnet oft die Argumentation auch, dass sowas wie Intelligenztests bei Berufsauswahl oder wie auch immer, das hat irgendwie so einen Touch von, das wäre diskriminierend oder irgendwie unsozial, also eher so, das ist eher sowas Rechtes und nichts Linkes. Und das ist eigentlich völlig absurd, weil was wir, wenn wir nicht nach Fähigkeiten selektieren, was dann passiert, dass es die wohlbehüteten Personen, egal wie fähig sie sind, in die Position kommen, die für Personen ihres Standes eben gedacht sind. Ja, und die anderen eben nicht, die den sozialen Aufstieg hinbekommen. In Deutschland ein Riesenproblem, geringe Durchlässigkeit nach oben. Naja, also wenn man stärker nach kognitiven Fähigkeiten auswählen würde, dann hätte man das Problem weniger. Ja, und das ist auch, ja, ich finde diese Intelligenzthematik echt, ich finde damit schwierig umzugehen, weil es, im Endeffekt ist es halt ein Lotteriemechanismus, du wirst damit geboren und dann klar gibt es so ein paar Sachen, aber du selber bist dafür nicht verantwortlich. Dann das, was du gerade sagst, ist quasi auch, du bist ja auch nicht, du hast einen Vetternwirtschaft oder du bringst Leute in Positionen, in denen sie auch nicht glücklich werden, weil sie da halt sich nicht entfalten können, nicht wachsen können und so und auf der anderen Seite halt das, was du gerade gesagt hast, ich glaube, da kommt auch die Frustration ja von diesen emotionalen Intelligenz und Co., weil es ja viele andere Fähigkeiten gibt, die den menschlichen, sag ich mal, irgendwo die Menschlichkeit auch ausmachen. Total, aber ich glaube, also was wichtig ist, dass man eben nicht sagt, intelligenter Mensch gleich guter Mensch. Genau, das ist das Problem. Aber man hat halt sozusagen über einen Zufallsmechanismus krasse Vorteile oder eben Nachteile und dann ist es, ja, glaube ich, ist es so ein bisschen wie wenn der Schiri einen Elfmeter dort pfeift und den hat er versemmelt und dann will er den anderen auch nochmal pfeifen für die andere Mannschaft und so ist das so ein bisschen mit diesem... Total, genauso empfinde ich das auch. also die... Und ich verstehe den Umgang also emotional. Die Erfindung der emotionalen Intelligenz ist ganz viel ausgleichende Gerechtigkeit. Genau, 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 genau. Und das ist etwas, was ich check das schon, aber es ist, ja, ich glaube, wir haben jetzt eh noch nicht so den perfekten Umgang mitgefunden, aber ich finde halt dieses Konstrukt von Intelligenz irgendwie so unfassbar spannend, weil ja letztendlich alles, keine Ahnung, der Tisch, der da steht oder jede zivilisatorische Errungenschaft, die wir haben ja irgendwo schon, also wahrscheinlich unmittelbarer als mittelbaren Produkt von Intelligenz ist und aber eben Intelligenz allein nicht, kalte Intelligenz allein nicht irgendwie genügend wäre, um gesellschaftlichen Zusammenhalt zu haben und es ist nicht das Fundamentale, es ist aber eben halt super wichtig und ja auch irgendwo uns so wahrscheinlich das Kernmerkmal ist, worüber wir uns von Tieren meinen zu unterscheiden. Ja, ich meine, man darf das halt nicht so moralisch, emotional aufladen, also nicht über wirklich die Güte von Menschen und ja, auch jetzt nicht sagen, dass man daraus irgendwelche Maßnahmen ableitet für die Bevorteilung von anderen und so, also dass man so ein bisschen den Ball flach hält und sagt, okay, das ist eine wichtige Eigenschaft, wenn es um kognitive Leistungen geht, dann kann man die messen und dann muss man das auch beachten, weil wenn wir wollen, dass Personen mit einer hohen kognitiven Leistung wie möglich für eine Position haben wollen, dann muss man das eben beachten, aber es gibt viele andere Eigenschaften und Fähigkeiten, die eben auch wichtig sind. Weißt du, was ich krass finde, ist, es gibt ja immer diese Growth Mindset Geschichten, wo man quasi sagt, jetzt lob nicht dein Kind und sagt, du bist toll und singst toll oder so, sondern man quasi Mühe belohnen soll. Sagt, ey, du hast dir richtig viel Mühe gegeben und ich belohne deine Mühe, ich lobe deine Mühe und sagt quasi Growth Mindset, okay, da kannst du jede menschliche Fähigkeit sozusagen verbessern, indem du sagst, ey, es gibt kein Limit und ich belohne Mühe und ich lerne harte Arbeit quasi an meine Belohnung zu verknüpfen und dann hört man sowas wie mit der Intelligenz und dann ist so, ja, okay, das ist so wichtig und das ist so wahrscheinlich das stabilste, am krassesten, erforschste Konstrukt in der Psychologie mit den krassesten Effektgrößen und dann dort funktioniert das nicht. Das ist schon irgendwie niederschmetternd. Ich will da nicht so ganz dran glauben. Ja, ja, ich meine, vielleicht zeigt sich da auch noch was in der Zugang. Ich glaube, es ist wichtiger ist, dass wir lernen, damit umzugehen, dass es diese Unterschiede gibt und zwar auf individueller Ebene lernen, damit umzugehen als auch auf gesellschaftlicher Ebene und das irgendwie akzeptieren und bei diesem Cross-Mindset oder diesen Ideen also auch da nicht in die eigene Tasche lügen. Also, ja, also wir können uns verändern, aber wir können und sollten und wollen auch gar nicht aus jedem Menschen irgendwie jemand anders machen. Also das hatten wir ja schon ein paar Jahre. Ja, ja. Akzeptieren, dass wir unterschiedlich sind, das ist super, das ist gut, das bringt Herausforderungen mit sich, die interessant sind und das macht uns aber auch als Menschen irgendwie interessant und auch fähig als kollektiv sinnvoll irgendwie Herausforderungen zu bewältigen und ich glaube, so sollte man das eher betrachten. Ich habe da eine kleine These. Vielleicht, wenn wir am Beispiel vom Narzissmus lernen, wenn unser Leben davon nicht negativ beeinträchtigt ist, andere besser zu akzeptieren und leben zu lassen und versteht, dass es da Individualität gibt, vielleicht fällt es uns dann auch leichter, uns selbst zu akzeptieren. Das ist ein sehr schönes Schlusswort fast, würde ich sagen. Vielleicht. Ja, dann ist vielleicht der Wunsch auch niedriger, sich selbst immer zu verändern. Aber ansonsten, wir gehen uns jetzt weiter fleißig selbst optimieren, weil das ist jetzt alles, das ist allerwichtigste. Vielen Dank. Unten in der Beschreibung ist dein Buch verlinkt, falls ihr mehr lesen wollt über Narzissmus, falls ihr euch mal selber einschätzen wollt. Ich glaube, so eine Selbsteinschätzung ist ganz spannend, um auch zu gucken, was ihr aus euren Fähigkeiten machen könnt. Persönlichkeitsveränderung ist vielleicht ein bisschen komplizierter, aber zu entdecken, wer man selber ist und das beste, naheliegendste daraus zu machen, ist wahrscheinlich viel einfacher. Deswegen gehen wir den faulen, einfachen Weg und dann kann ich euch nur das Buch empfehlen. Checkt es ab, so unten in der Beschreibung und ansonsten, du wirst, glaube ich, jetzt auch das ein oder andere weitere Interview geben und dann würde ich auch auf YouTube sehen. Das heißt, einfach den Namen suchen, wenn ihr nicht genug haben konntet. Oder wir sehen uns dann beim zweiten Mal und ihr schreibt jetzt in die Kommentare eure Fragen oder Sachen, über die wir zu wenig gesprochen haben oder Sachen, die euch gerade noch interessieren und dann werden wir uns Mühe geben, das nächste Mal, dass ich das stelle und du bist der schlaue, du beantwortest. Danke dir. Nicht zu danken, danke dir, dass du hergekommen bist und jetzt muss man gucken, wie du nach Hause kommst. Ja, schaffe ich noch. Ciao, ciao. GERMENDE GERMENDE Vielen Dank.